Die schöne Gärtnerstochter In der Gegend von Florenz gab es einmal einen Gärtner, dessen Frau gestorben war und die ihm eine wunderschöne Tochter hinterlassen hatte. Es stand aber recht traurig mit diesem Kind, weil es seit seiner Geburt nicht nur blind, sondern auch nur mühsam gehen konnte. Bis zu seinem zwölften Lebensjahr war das Kind bei einer Amme geblieben, die es gepflegt hatte. Eines Tages aber brachte die Amme das Kind ins Gärtnerhaus zurück und sagte dem Vater, sie könne das Mädchen auf keinen Fall länger bei sich behalten. Da es bei der Amme so gut versorgt gewesen war, fragte der Gärtner, warum nur bringst du mir die Tochter zurück? Weil sie seit zwei Monaten den ganzen lieben Tag über so traurig singt, dass es uns alle im Haus melancholisch macht. Wir können diese Klagen, die einen Stein erbarmt können, nicht länger anhören. So blieb also das Mädchen daheim bei seinem Vater, der nun seinerseits sich die Klagelieder anhören musste. Er verstand kein einziges Wort, denn es war mehr ein singendes Weinen, ein leise klingender Gram ohne Worte, der aus dem Kinde wie von selbst hervordrang. Was singst du denn eigentlich, mein Töchterchen? So fragte der Gärtner voller Mitleid. Ich singe mein Leben, mein trauriges Schicksal singe ich, Augen habe ich und kann nicht sehen, Beine habe ich und kann nicht gehen. Liebes Kind, es gibt Schlimmeres auf der Welt. Sieh, du leidest keinen Hunger und kannst haben, was du willst. Du hast mich, deinen Vater, der dich lieb hat. Alle Blumen in meinem Garten gehören dir. Wenn mein Vater mich liebte, würde er die Blume längst gesät haben, die mir das Augenlicht gibt. Wenn mein Vater mich liebte, würde er jenen Baum gesetzt haben, dessen Frucht ich essen könnte, damit ich richtig gehen kann. Aber Kind, wie kommst du nur zu solchen Torheiten? Sind es Torheiten, die ich spreche? Lass mich singen! Damit nahm sie ihr Klagelied wieder auf, das dem Vater noch weher als der Amme ins Herz schnitt. Um einen großen Garten zu betreuen, bedarf es neben dem Fleiß auch der Freude, Freude an der Arbeit und Freude an den Blumen. Aber der Gärtner war auf dem Wege, beides zu verlieren. Und bald war er beinahe ebenso traurig wie seine Tochter. Da er nicht genügend Zeit hatte, sich um die Kleine zu kümmern, ging er zu einer alten, braven Frau, die in der Nähe wohnte. Diese fragte er, Könntet ihr nicht zu mir ins Haus kommen, um ein wenig nach meiner Tochter zu sehen? Sie ist seit ihrer Geburt blind und kann auch nicht gehen. Ich brauche jemanden, der für sie sorgt. Wollt ihr es wohl sein, gute Frau? Es wäre ein leichter Dienst und wenn ihr einverstanden seid, sagt mir, was ich euch zum Lohn geben kann. Gebt mir zu essen und zu trinken, dieselbe Kost, die ihr gewohnt seid. Gebt mir eine Kammer mit einem Bett zum Schlafen. Gebt mir jeden Morgen einen Strauß schöner Blumen. Und mit diesem Lohn will ich zufrieden sein und meine Pflicht treu erfüllen. Der Gärtner fand die Forderung der Frau zwar recht bescheiden, doch wunderte er sich, dass sie für jeden Morgen einen frischen Blumenstrauß verlangte. Er dachte, ein oder zwei Blumenstrauß in der Woche hätte der Frau genügend dürfen, wenn sie ihr Zimmer damit schmücken wollte. Er fragte daher, was sie mit den vielen Blumen machen wolle. Das soll nicht eure Sache sein, entgegnete sie. Und wenn ihr auf diese Bedingungen nicht eingehen wollt, kann ich den Dienst nicht antreten. Da die Frau offensichtlich eine große Blumenfreundin war, nahm der Gärtner auch an, dass sie eine besonders gütige Person sei. Und da er gerade eine solche für seine Tochter suchte, war er einverstanden und sagte der Frau alles zu, was sie für ihren Dienst als Entgelt begehrte. Die Blinde ließ sich nun von der alten Frau willig ankleiden, das Haar kämmen, das Essen vorsetzen, pflegen und spazieren führen, doch blieb sie im Übrigen der freundlichen Wärterin gegenüber recht verschlossen. An sonnigen Tagen führte die Frau das Mädchen in einen lauschigen Gartenwinkel, wo es unter dem Schatten spendenden Baume stundenlang verblieb, während der leise Sommerwind ihm den Duft der vielen Blumen zutrug, deren süße Schönheit das Mädchen nie gesehen hatte. Da saß die arme Kleine und summte ihre zarten Klagelieder vor sich her. Im Winter, so wie an Regentagen, ließ die alte Frau das Kind am Fenster sitzen, und ein Vorübergehender hätte meinen mögen, das Mädchen betrachte die schöne Landschaft, die sich weit ausdehnenden Äcker und Wiesen, die nahen Gärten, die fernen Wälder, die träumend auf halber Höhe des Berges lagen. Am Horizont hoben sich die kühnen Kurven der Gebirgskette in einem warmen Braun und Grün vom reinen Blau des italienischen Himmels ab. Doch vor dem kleinen Mädchen versagt die Schönheit seiner Heimat, die herrliche Natur Gottes zu betrachten und zu bewundern. So sang sie denn wieder und immer wieder ihr Klageliedchen, das natürlich auch für die alte Frau anzuhören recht schmerzig war. Manchmal sagte sie zu dem Kinder, Lass mich bei dir bleiben, ich will dir von den Blumen erzählen. Nein, ich will nichts hören, ich will singen. Aber Herzchen, du wirst dich langweilen. Nein, lass mich allein, ich will singen. Hör, ich will dir ein sehr schönes Märchen erzählen. Es gibt keine schönen Märchen für mich. Ich will singen. Lass mich allein, ich will singen. Es war wirklich nicht ganz leicht, mit diesem Kinder umzugehen. Doch musste man seine Wunderlichkeiten um seines Leidens willen geduldig hinnehmen. Denn es ist sicherlich ein hartes Los, nicht sehen und kaum gehen zu können. Darum ließ man auch das Kind singen, solange es wollte. Es summte aber viele Stunden vor sich her, bis es am Ende vor Müdigkeit einschlief, das Köpfchen leicht zur Seite geneigt. Der Vater war zufrieden, dass sein Kind von der alten Frau gut versorgt wurde. Aber es tat ihm am Herzen sehr weh, dass es zu keiner anderen Unterhaltung Lust bezeigte, als zu den monotonen Liedchen, von denen man selten ein Wirtlein verstand. Jeden Morgen kam die alte Frau in den Garten, um sich ihren Blumenstrauß abzuholen, den ihr der Gärtner schneiden und binden musste. Er sagt ihr oftmals, Könnt ihr nicht ein wenig darauf achten, was eigentlich meine Tochter singt? Ach nein, das ist leider unmöglich. Sie drängt mich ja meistens, sie allein zu lassen. Und da muss ich dem armen Kino wohl den Gefallen tun, so leid mir dies auch tut. Hoffen wir zu Gott, dass es sich mit eurer Tochter bald bessere. Ich aber will, so treu ich kann, für sie sorgen. Nun aber seid so gut, mir die Blumen zu geben. Habt ihr sie schon gebunden? Ja, ich habe sie im Garten ausliegen. Ich will sie euch sofort bringen. Da er ihr den Strauß überreichte, lobte sie die Blumen. Und der Gärtner, der sich über die freundliche Anerkennung freute, fragte abermals lächelnd, Jetzt sagt mir aber doch einmal, gute Frau, was macht ihr nur mit den vielen Blumen? Meine vornehmste Kundschaft braucht nicht so viele Blumen als ihr. Wöchtet ihr doch zu gern wissen, was ihr mit den vielen Blumen anfangt? Da wurde das Gesicht der Alten plötzlich abweisend. Ich habe euch schon einmal gesagt, dass euch dies nicht zu kümmern hat. Und nun denn, nichts für ungut, erwiderte der Gärtner. Aber die Geschichte kam ihm doch etwas verdächtig vor. Zumal die Alte jeden Tag sich wenigstens für eine Viertelstunde von zu Hause entfernte, was an sich betrachtet nichts Besonderes gewesen wäre, wenn sie für ihr Fortgehen eine harmlose Erklärung angegeben hätte. Dies aber war nicht der Fall. Der Gärtner machte die Entdeckung, dass die Frau mit einer gewissen Scheu, als habe sie etwas zu verbergen, die äußere Gartenmauer entlangstrich. Der Gärtner wollte nicht misstrauisch sein, weil die Frau sein Kind so gut behütete. Aber als dieses eines Tages zu singen aufhörte, sich auch sonst recht einsilbig zeigte, konnte der Gärtner sich eines schlimmen Verdachtes gegen die Wärterin nicht länger erwehren. Er nahm sein Töchterchen in einer arbeitsfreien Stunde beiseite und fragte, Sag mir doch, mein Liebling, warum singst du denn jetzt gar nicht mehr? So traurig mich deine Lieder, auch machen bin ich jetzt noch trauriger, wenn du ganz und gar schweigst. Sag deinem Vater, mein Herzchen, was dir fehlt. Ich kann nicht mehr singen, Vater. Sobald ich es nur versuche, ist mir jetzt spüre ich eine Hand an meiner Kehle, die mich wirkt. Oh, du mein armes Kleines. Besorgt nahm der Vater das Kind in die Arme und küsste sachte die blinden Augen. Als aber das Kind in kurzer Zeit in immer tiefere Melancholie versank und von der alten Frau überhaupt nichts mehr wissen wollte, hielt der Gärtner es für ratsam, sie zu entlassen. Was sie aber recht übel aufnahm. Ohne Gruß verließ sie das Haus. Kaum aber hatte sie die Tür hinter sich geschlossen, als auch schon das Kind wieder zu singen begann. Es rief seinem Vater zu, Vater, komm und hör mich singen. Rasch kam er herbeigeeilt und diesmal hörte er, was seine Tochter sang. Ich lausche und warte in stiller Nacht. Es klopft an die Tür, jetzt aufgemacht. Auf Regen muss folgen der Sonnenschein. Nach Leid kommt die Freude ins Herz hinein. Oh Leben und Liebe. Sing weiter, mein Kind, singe. Wie es weitergeht, weiß ich nicht, Vater. Ich muss es vergessen haben oder niemals gewusst. Und wer hat dich dieses Lied gelehrt, mein Kind? Niemand. Und worauf wartest du in stiller Nacht? Ich weiß es nicht, Vater. Wie aber ist dir denn dieses Lied in den Sinn gekommen, mein Liebling? Es war da, Vater. Mir ist, als habe ich es mir nicht ausgedacht. Das Lied war plötzlich da, als wollte es von mir gesungen sein. Der Gärtner war tief erstaunt. Doch beglückte es ihn, als das Kind mit ihm sprach. Es fragte, Sag mir, Vater, warum bringst du mir nicht die Blume zum Blühen, die meine Augen öffnen wird, damit ich sehen kann? Töchterchen, wie gern würde ich dies tun. Keine Blume möchte ich lieber hegen und pflegen, als jene, die dir das Augenlicht schenken könnte. Aber was für eine Blume kann das sein? Ich fürchte, kein Gärtner auf Erden kennt sie. Das Mädchen schien auf die Worte kaum zu achten und fragte weiter, Vater, warum setzt du nicht den Baum in die Erde? Jenen Baum, von dessen Früchten ich essen möchte, damit ich wieder gehen kann. Töchterchen, wie gern würde ich dies tun. Keinen Baum möchte ich sorglicher betreuen, als jenen, dessen Früchte dir helfen könnten. Seine kostbaren Früchte möchte ich dir in deinen Schoß legen. Und wenn die Früchte dich zu heilen vermöchten, würde ich dir mit vor Freude den guten Baum umarmen und wir würden ihn dankbar umtanzen, Hand in Hand. Ach, Kind, warum erzählst du mir von einem Baum, den es kaum geben kann auf der Welt? Noch nie hörte ich von diesem Baum. Und du wirst wohl nur von ihm geträumt haben, mein Kleines. Dann lass mich weiter träumen, Vater. Er widerte das Kind und wieder begann es zu singen. Ich lausche und warte in stiller Nacht. Es klopft an die Tür, jetzt aufgemacht. Auf Regen muss folgen, der Sonnenschein. Nach Leid kommt die Freude ins Herz hinein. Von dieser Zeit an ereignete sich in jeder Mitternachtsstunde etwas Sonderbares am Hause des Gärtners. Im besten Schlafe wurde er nämlich Punkt 12 Uhr jede Nacht durch ein starkes Klopfen an die Türe in seiner Ruhe gestört. Jedes Mal sprang er aus dem Bett, eilte ans Fenster, um zu fragen, wer draußen sei, doch bemerkte er selbst bei hellem Vollmond keine menschliche Seele. Am nächsten Morgen fragte der Gärtner seiner Tochter, ob sie nicht das Klopfen an der Türe vernommen habe. Nein, Vater, ich habe nichts gehört. Du wirst geträumt haben. Indessen war doch nicht anzunehmen, dass er wochenlang jede Nacht denselben Traum haben konnte. Daher hatte der Gärtner allmählich, weil das Klopfen nicht aufhören wollte, die alte Frau in Verdacht. Sie sei die Veranlassung des Spuks. Mehr noch, er hielt es nicht für ausgeschlossen, dass sie eine Hexe sei. Freilich hütete er sich wohl, seine Gedanken zu äußern, denn man soll nur in den allerdringendsten Notfällen, wo es sich um eine wirkliche Gefahr handelt, etwas Nachteiliges über einen Menschen sagen und dies auch nur an jener Stelle, von der Hilfe zu erwarten ist. Der gute Ruf eines Menschen ist viel Milch, die das geringste Stäubchen zu trüben vermag. Das wusste auch der Gärtner und ging daher vorsichtig zu Werke. Er ging zur alten Frau, in der Hoffnung von ihr zu erfahren, was sie ihrerseits von der Klopferei hielte und aus Antwort und Benehmen vielleicht seine Schlüsse zu ziehen. Die alte Frau war aber fortgezogen und kein Mensch in der Nachbarschaft wusste, wohin. Man erzählte dem Gärtner, dass sie viel das Spinnrad gedreht habe, doch habe niemand gewusst, dass sie mit dem vielen Garn anstelle. Das ging ja nun freilich keinem Menschen etwas an, aber neugierig, wie Leute ja manchmal sind, hatte man die alte Frau doch gefragt. Was macht ihr nur aus dem vielen Gesponnenen? Da hatte die Frau ärgerlich gebrummt, ich drehe eine Schnur, an der ihr euch aufhängen könnt. Das war nicht liebenswürdig geantwortet, aber die alte Frau war eine Einsiedlerin, die ungestört für sich leben wollte. Als nun der Gärtner in Gedanken versunken in sein Haus zurückkehrte, fiel ihm auf dem Wege eine längst vergangene, halbvergessene Geschichte ein, die ihm seine verstorbene Frau erzählt hatte. Diese nämlich hatte eines Tages vor der Gartentüre einen schönen Knoi Zwirn gefunden, den sie bei sich aufhob. Sie nahm an, irgendeine Nachbarin habe den Zwirn verloren und würde ihn vielleicht bei ihr suchen kommen. Die Frau vergaß jedoch ihrerseits sich zu erkundigen, ob jemand den Zwirn verloren habe. So kam es, dass der Knoi über ein Jahr im Schubfach liegen blieb, wo die Frau dergleichen aufzubewahren pflegte. Eines Tages aber, da sie gerade um Zwirn verlegen war und sich nicht die Mühe nehmen wollte, welchen zu kaufen, nahm sie unbedenklich den gefundenen Zwirn, um mit diesem die kleine Ausstattung für ihr erstes Kind zu nähen. Kaum war sie mit dem letzten Hemdchen fertig, als auch eine Frau des Weges daherkam und die junge Mutter fragte, sagt, habt ihr nicht einen Knoi Zwirn gefunden? Oh ja, entgegnete die junge Frau. Ich bin aber recht in Verlegenheit, da ich euch den Zwirn nicht zurückgeben kann, weil ich meinen Buseli, die Jäckchen und Hemmchen sowie die Windeln damit genäht habe. Doch sagt mir bitte, wie viel der Zwirn kostet. Ich will euch gern das Geld dafür geben, damit ihr euch neuen Zwirn kaufen könnt. Damit ist mir wenig gedient, antwortete die alte Frau. Die Schätze eines Königs würden nicht genügen, mir den Zwirn zu vergüten. Damit drehte sich die alte Frau um und verließ unwillig das Haus. Das Ehepaar musste viel lachen über solch kostbaren Zwirn. Die junge Gärtners Frau lachte aber leider nicht mehr lange. Sie wurde krank, musste sich ins Bett legen und starb wenige Wochen nach der Begegnung mit der alten Frau. Da nun der Gärtner an diese seltsame Geschichte zurückdachte, fiel ihm urplötzlich ein, dass sein Kind verzaubert sein könne, weil die Erstlingswäsche mit dem geheimnisvollen Zwirn genäht war. Er wünschte jedenfalls der Sache auf den Grund zu kommen und hätte gar zu gern sicher gewusst, ob jene alte Frau, die zur Mutter seines Kindes gekommen war, dieselbe Frau war, die hier in der Gegend so viel Zwirn spann und der er seine Tochter einmal in Obhut gegeben hatte. Als er heimkam, fand er die Kleine bitterlich weinend vor. Sie begann auch gleich ihre Not zu klarken. Ach Vater, es hat an die Tür geklopft und ich habe nicht rechtzeitig öffnen können. Ich versuchte, die Treppe hinabzusteigen, aber als ich endlich unten ankam, war niemand mehr da. Beruhige dich, mein Kind. Es wird jemand gewesen sein, wenn er Blumen kaufen wollte. Er wird sicher zurückkommen. Ach nein, Vater, es muss etwas anderes gewesen sein. Ich lausche und warte Tag und Nacht. Es klopft an die Tür, jetzt aufgemacht. Auf Regen muss folgende Sonnenschein. Nach Leid kommt die Freude ins Herz hinein. Ach Vater, wenn es nicht wieder klopfen würde. Das arme Kind begann abermals zu weinen und der Vater wusste nicht, wie er es trösten sollte. Warte, Kindlein, ich bringe dir jetzt einen Strauß frische Blumen. Der Gärtner beeilte sich, die schönsten Blumen abzuschneiden. Da waren herrliche Lilien von zartem Silberschaumkraut umgeben, Rosen soeben erblüht, weiße und rote Rosen, deren Dornen er sorglich abschnitt. Edle vergiss mein Nicht und süß duftende Hyazinthen. Kurzum, es war das Köstlichste an Blumen, was der Gärtner für seine Tochter aussuchte und obwohl sie den Strauß ja nicht sehen konnte, war er gleichwohl mit viel Geschmack zusammengefügt. Die Blinde nahm dankend die Blumen aus ihres Vaters Hand. Eine Weile atmete sie den wundersamen Duft der Blumen ein. Plötzlich aber begann sie die Blumen einzeln zu betasten, eine nach der anderen behutsam mit den Fingerspitzen berührend. Dann aber ließ sie den Strauß in den Schoß sinken, begann aber mal zu weinen und wie verzweifelt zerpflückte sie die Blumen, sodass die zarten, bunten Blätter ringsherum am Boden zerstreut liegen blieben. Als der Gärtner solches sah, fragte er bestürzt, aber Kind, warum zerstörst du die schönen Blumen? Weil jene Blume, die ich suche, nicht dabei ist. Da begann der Gärtner nachzudenken, was das wohl für eine Blume sein könnte, die seine Tochter sie so sehr wünschte. Er brachte ihr aus seinem reichhaltigen Garten immer neue Blumen, in der vagen Hoffnung, die ersehnte Blume könne sich unter den vielen anderen befinden. Er bestellte sich Blumensamen aller Art und begann zu säen und der Garten wurde immer schöner, da immer mehr fremdartige Blumen erblühten, die er im Wunsche seiner Tochter zur Heile näher alle brachte. Eines Morgens kam in einem feinen Waken, der von vier Pferden gezogen wurde, die sämtlich Schellengurte trugen, sodass es ein lustiges silbernes Geläute gab, ein überaus schöner junger Mann der Herr, der wie ein Rittersmann in Gold bordierte Seide gekleidet war. Eine feine Halskrause rahmte das edle Gesicht ein, Spitzen an den Ärmeln bedeckten zur Hälfte die wohlgeformten Hände. Der Gärtner war über solch vornehme Kundschaft aufs Höchste überrascht, grüßt in ehrbietiger Bescheidenheit. Doch war er so verlegen, dass er kaum nach dem Begehr des Fremden zu fragen wagte. Ihr seid der Gärtner selbst? Zu dienen, edler Herr. Gut, pflückt mir bitte alle Blumen, die ihr habt und bringt sie mir in meinen Waken. Ihr seht, ich habe Platz genug und wie ich bemerke, ist euer Garten mit Blumen vorzüglich bestellt. Gnädiger Herr, gern will ich euch eine schöne Auswahl von Blumen überlassen, doch kann ich euch nicht alle geben, da ich die schönsten meiner Tochter lassen muss. Und was macht eure Tochter mit den Blumen? Sie betastet sie und wirft sie fort. Oh, das finde ich nicht recht. Sagt es jenes Mädchen dort unterm Baum eure Tochter? Ja, das ist sie. Antwortet der Gärtner und blickt wehmütig hinüber. Der junge Mann trat ein paar Schritte näher, blieb dann wie gebannt stehen. Welch ein bezaubernd schönes Mädchen. Das Haar war wie feinstes Gold, die langweichen Locken schmiegten sich an ein engelhaftes, schönes Gesicht. Sie schien auf ihre Umgebung nicht zu achten und doch war dem jungen Mann, als müsse er eigentlich von ihr gesehen werden. Warum sieht sie mich nicht an? fragte er, weil sie blind ist. Ach, blind. Voller Mitleid betrachtete er das schöne Mädchen und wandte seine Augen ab, als dürfe er sie auch nicht ansehen, da es ihr nicht möglich war, ihn anzusehen. Ja, edleiher, meine Tochter ist nicht nur blind, sie kann auch kaum gehen. Oh, wie sehr leid tut mir das, auch um euretwillen, Herr Gärtner. Ich lausche und warte Tag und Nacht, es klopft an die Tür, jetzt aufgemacht. Auf Regen muss folgen, der Sonnenschein, nach Leid kommt die Freude ins Herz hinein. Der junge Mann stand tief bewegt lauschend da, sah nochmals auf das wunderschöne Mädchen, das den innigen Blick nicht spürte. Es wird mir genügen, wenn ihr mir nur einige Blumen, nur wenige überlassen wolltet. Nehmt dies als kleine Bezahlung bitte und behaltet nur die schönsten Blumen für eure Tochter. Damit übergab der Junge der Jüngling dem Gärtner vier Goldstücke, die er in der Verlegenheit nicht zurückzuweisen wagte, sondern nur mit herzlichem Dank entgegennahm. Dann ging er eilends, um die schönsten Rosen zu schneiden, die er nur finden konnte, die er dem jungen Mann überreichte, der wie in einem Traum versunken seinen Wagen bestieg und fortfuhr. Am nächsten Morgen machte abermals seine Kutsche vor der Gärtnerei Halt. Diesmal entstieg dem Wagen eine sehr reich gekleidete, vornehme alte Dame. Ihr seid der Gärtner selbst, zu dienen, gnädige Frau. Seid so gut und pflückt sämtliche Blumen eures Gartens ab und bringt sie mir in meinen Wagen. Ich kann euch wohl viele Blumen überlassen, aber die schönsten muss ich für meine Tochter aufheben. Und was macht eure Tochter mit den Blumen? Ach, sie betastet und zerreißt sie und wirft sie fort. Oh, das ist aber schade. Ist jenes Mädchen, das dort unterm Baum sitzt, eure Tochter? Ja, das ist sie. Was singt sie nur so traurig? Sie singt vom Glück, das nicht kommen will. Sie ist blind und kann nicht gehen. Oh, das tut mir leid. Hört, gib mir nur einen kleinen Blumenstrauß, das wird mir genügen. Behaltet nur die anderen Blumen für eure Tochter. Während der Gärtner Rosen schnitt, blieb die alte Dame versunken in den Anblick des schönen armen Mädchens und empfand nicht nur mit der Gärtnerstochter inniges Mitleid, sondern auch mit dem Vater. Bevor ihr die frischen Rosen anbot, entnahm sie ihrem Handtäschchen vier große Goldstücke, die sie in die Hand des Gärtners glätten ließ, der sich wiederum nur bewegt bedanken konnte und die Dame bis zum Wagen führte, die mit freundlichem Gruß Auf Wiedersehen wünschte. So erfreulich auch solche noble Kundschaft für den Gärtner nur noch sein mochte, fühlte er sich dennoch tagsüber recht müde und abgespannt, weil er fast jede Nacht durch lautes Klopfen im Schlaf gestört wurde. Während die Tochter das Klopfen nicht vernahm. Dass ihm dieser Umstand zu denken gab, ist leicht begreiflich. War die Tochter blind, so war sie wenigstens nicht taub. Und darum war es dem Gärtner ein Rätsel, dass nur er das Klopfen vernahm, die Tochter dagegen nicht. Dann freilich wieder kam es der Tochter vor, als habe es geklopft. Doch dies geschah nur in Abwesenheit des Vaters. Da beschloss der Gärtner zum Schein einmal das Haus zu verlassen, um zu sehen, ob nicht doch jemand heimlich sich zu seiner Tochter begeben würde. Er sagte ihr daher, eines Tages er wolle auf den Markt gehen. Sie möge ja aber nicht die Tür öffnen, falls es klopfen sollte, was das Mädchen auch versprach. Der Gärtner ging jedoch nicht eigentlich vom Hause fort, sondern versteckte sich in einer Buchsbaumhecke, gleich neben der Haustüre. Es verging eine, es vergingen zwei Stunden und schon war der Gärtner des vergeblichen Wartens müde und er begriff, seinen Spähwinkel zu verlassen. Als er plötzlich einen jungen Mann in netter, sauberer Bauerntracht erblickte, der sich vorsichtig neben die Haustüre stellte und dreimal anklopfte. Der Gärtner hörte die Stimme seiner Tochter. Wer ist da? Wen sucht ihr? Ich suche die schönsten Augen von der Welt. Da habt ihr euch in der Türe geirrt, rief die Gärtners Tochter zurück. Oh nein, ich hab mich nicht in der Türe geirrt, rief der Bauernborsche zurück. Als der Gärtner ihm ins Gesicht blickte, ohne dass dieser es bemerkte, fiel dem Gärtner eine große Ähnlichkeit mit jenem vornehmen Herrn auf, der vor wenigen Tagen seine Blumen so teuer bezahlt hatte. War es nicht ein und dasselbe Gesicht? Wie aber war es möglich? Wie und warum mochte der vornehme Herr sich als Bauer verkleidet haben? Der junge Mann zögerte noch eine Weile an der Tür, weil er auf die Antwort der Gärtnerstochter wartete. Diese aber schwieg. Als der junge Mann sich zum Fortgehen anschickte, stellte sich der Gärtner in den Weg und fragte ihn, wer seid ihr und was sucht ihr hier? Ich suche Arbeit und möchte mich gern verdingen, aber ich verlange keinen Lohn. Über dieses bescheidene Angebot musste der Gärtner beinahe lächeln. Doch bewahrte er seine strenge Miene und fragte nicht ohne gespielte Würde, und was seid ihr von Beruf? Ich bin Gärtner, sagte der Bursche mit dem unschuldigsten und bescheidensten Gesicht von der Welt. Der Gärtner sah dem angeblichen Gärtnergehilfen scharf in die Augen. Doch dieser hielt sie in ruhig den forschenden Blick aus. Sollte ich mich täuschen? fragte sich der Gärtner. Er sah nochmals in das ihm bekannte Gesicht, sah auf die sauber gepflegten, edelgeformten Hände. Die Ähnlichkeit mit dem Edelmanne war frappant. Da der Bursche mit dem treuen Blick nun aber doch behauptete, Gärtnergehilfe zu sein, musste man ihn doch wohl auch als solchen nehmen. Die Wahrheit würde sich mit der Zeit jedenfalls gelegentlich herausstellen. Da der Gärtner mit der Antwort zögerte, fragte der Arbeitssuchende nochmals in demütigen Tone. Könnt ihr mich wirklich nicht als Gehilfen brauchen? Bedenkt, ich verlange keinen Lohn, werde mich mit der einfachsten Kost begnügen, ganz gleich, was man mir vorsetzen wird. Wenn ihr mit meiner Arbeit nicht zufrieden seid, könnt ihr mich ja wieder fortschicken. Oh ja, das könnt ihr wirklich, aber schon gut, fiel ihm der Gärtner an das Wort. Ich will's mit euch versuchen. Komm nur gleich mit in den Garten, ich will euch sofort eure Arbeit anweisen. Der Gehilfe folgte und begann ein Spaten zu ergreifen, sogleich ein Beet umzugraben, während der Gärtner ins Haus zu seiner Tochter ging. Diese war leider schon wieder einmal am Weinen. Was ist denn jetzt passiert? fragte der Gärtner. Die Tochter erzählte, was dem Vater nichts Neues war, nämlich, dass es an die Tür geklopft habe und diesmal sei es einer gewesen, der die schönsten Augen von der Welt gesucht habe. Nun ja, mein Liebling, ist das dann so sehr schlimm? Es kann auch vorkommen, dass jemand einmal die schönsten Augen sucht und du solltest auch nicht gar so empfindlich sein. In diesem Augenblick begann eine helle, angenehme Stimme, die vom Garten heraufklang, ein schönes Lied zu singen. Der Gärtner und seine Tochter lauschten. Sie fragte, Vater, wer mag es sein, der in unserem Garten singt? Es ist ein junger Gehilfe, den ich vor kaum einer halben Stunde angestellt habe. Es scheint ein fröhlicher Mensch zu sein. Nun ja, er ist jung und man arbeitet nicht schlecht, wenn man dabei singt. Wenn sein Gesang nicht stören sollte, kann ich ihm begreiflich machen, dass er zu schweigen hat. Ach nein, Vater, lass ihn nur singen. Er hat eine wunderschöne Stimme. Kaum hatte der Gärtner seine Tochter verlassen, als auch sie zu singen begann. Ich lausche und warte Tag und Nacht. Es klopft an die Tür jetzt aufgemacht. Auf Regen muss folgen der Sonnenschein. Nach Leid kommt die Freude ins Herz hinein. Obwohl die Stimme des Mädchens nicht mehr so hoffnungslos klang als früher, fühlte der Gärtner Gehilfe sich dennoch vom Lied so sehr ergriffen, dass er nicht weiterzuarbeiten vermochte. Betrübt und mit gesenktem Kopf stand er lauschend da und so fand ihn der Gärtner. So arbeitet ihr? Ich kann nicht. Verzeiht aber das klagende Lied. Die weinende Stimme zerbricht mir fast das Herz. Nur daran müsst ihr euch gewöhnen, junger Mann. Wie kann man sich daran gewöhnen? antwortete der Gehilfe mir klagend als fragend. Sagt mir einmal, wo wart ihr früher angestellt? Beim Gärtner des Königs. Dann habt ihr aber einen guten Posten gehabt und habt eigentlich keinen vorteilhaften Tausch gemacht. Warum seid ihr von dort weggegangen? Weil der Königssohn mich fortgeschickt hat. Doch wohl nicht ganz ohne Grund. Doch ohne Grund. Das kam dem Gärtner doch verdächtig vor. Und gleich am nächsten Tag begab er sich ins königliche Schloss, um sich beim dortigen Gärtner über seinen neuen Gehilfen zu erkundigen. Im Königsschloss schien alles drunter und drüber zu gehen. Es herrschte eine allgemeine Aufregung und die Dienerschaft ging mit verstörten Gesichtern unruhig hin und her. Es war eine so große Verwirrung, dass unser Gärtner ohne weiteres in den königlichen Garten eintreten konnte, denn selbst die Wachen schienen den Kopf verloren zu haben. Der Gärtner sprach einen von der Wache an und fragte ihn, ob es wohl möglich sei, mit dem Hofgärtner ein paar Worte zu sprechen. Aber gewiss doch, entgegnete die Wache zuvorkommt. Er befindet sich gerade jetzt im zweiten Treibhaus links, wo er einige Arbeit zu beaufsichtigen hat. Der Gärtner bedankte sich höflich und traf auch seinen vornehmen Kollegen an der von der Wache ihm bezeichneten Stelle. Er bat den Hofgärtner sehr um die Entschuldigung, wenn er ihn bei der Arbeit störe, doch würde er gern zu einer vielleicht passenderen Zeit wiederkommen. Oh, bitte sehr. Uns ist nicht so sehr, um die Arbeit zu tun in diesen Tagen. Ihr habt sicherlich schon erfahren, was bei uns im Schlosse los ist. Nichts habe ich erfahren, entgegnete der Gärtner. Ich habe selber hier in der Nähe eine kleine Gärtnerei, die ich bis jetzt so gut wie allein besorgt habe. Aber ich habe mir gerade jetzt einen Gehilfen genommen, der mir gesagt hat, er sei bei euch in Diensten gewesen und durch den Königssohn entlassen worden. Davon kann nicht die Rede sein. Es stimmt nicht, was euch der Bursche gesagt hat. Unser Königssohn ist seit mehreren Tagen verschwunden. Der König und die Königin sind in hetzer Verzweiflung und bewahlen in ihn, als wäre er schon gestorben. Er hätte die Tochter des Königs von Frankreich heiraten sollen. Es wäre gewiss keine üble Partie gewesen, aber eine Hexe hat keine Ahnung, er ist auf und davon. Das ist ja furchtbar. Freilich ist es furchtbar, doch halte ich es für möglich, dass er von selbst wieder zurückkommt. Die vornehmen Herrschaften haben oft seltsame Launen, haben ja auch Geld genug, sich dergleichen leisten zu können. Ja, sagte der Gärtner etwas verlegen, weil es ihm wunderte, den Hofgärtner sich so offen über die königlichen Familienverhältnisse aus, der den Gärtner als Fachmann natürlich entzücken musste. Der Hofgärtner seinerseits, der sich durch so viel Komplimente geschmeichelt fühlte, ließ seinen Kollegen einen prächtigen Strauß von höchst seltenen Blumen binden und schenkte ihm noch obendrein ein Päckchen mit Blumensamen, den es hierzulande sonst nirgends gab. Der Gärtner nahm die Gaben mit vielem Dank an und danach Vater dieselbe Person, welche das letzte Mal da war, habe an die Tür geklopft. Sie habe die gleiche Stimme vernommen, die selben Worte. Ich suche die schönsten Augen von der Welt und es tut mir noch so weh, Vater, dass ich solches anhören musste, da ich weder schöne noch hässliche Augen besitze, sondern gar keine. Der Vater, der ja schon wusste, wer es war, der die schönsten Augen suchte, begab sich gleich in den Garten, wo der Gehilfe singend die Blumen begoss. Der Gärtner stellte den jungen Burschen zur Rede. Was fällt dir nur ein, meine Tochter zu verhöhnen, indem du an ihrer Türe die schönsten Augen von der Welt suchst? Der Sonn so aufmerksame Gehilfe tat, als sei er schwerhörig, sang vielmehr mit heller Freude ins Herz hinein. Wer bringt wohl das Glück, wenn die Blume blüht? Ein Königssohn, der in Liebe erglüht? Wer grüßet die schönsten Augen der Welt? Ein Gärtner, der vorher kein Feld bestellt? Der Gärtner glaubte, seinen Ohren nicht trauen zu dürfen, doch spielte jetzt auch er den Tauben und ging schnurstrack zu seiner Tochter, die im Lehnstuhl am Fenster lag und dem Liede des Gehilfen lauschte. Sie hatte jenen Vers vernommen, den sie vergessen hatte. Jetzt aber kannte sie das Lied für immer. Der Gärtner war bis jetzt gar nicht dazu gekommen, seiner Tochter die Blumen zu schenken. Er holte dies rasch nach und sagte, dies seien aus dem königlichen Garten. Die Blinde betastete sie sogleich, aber leider war die gesuchte Blume nicht die alte Signora angefahren, um abermals Blumen zu bestellen. Der Gärtner sagte, wollet mich gütigst entschuldigen, gnädige Frau, dort steht mein Gehilfe, der euch gut bedienen wird. Ich selbst bin leider anderweitig beschäftigt. Damit ließ der Gärtner die vornehme Dame ohne weiteres mit dem Gehilfen allein, stellte sich aber hinter einen Baum, um zuzuhören, was die beiden Brühe miteinander sprechen würden. Nun, wie ist's? fragte die Dame den Gehilfen. Hat sie die Tür endlich geöffnet? Nein, immer noch nicht. Sobald ich ihr sage, dass ich die schönsten Augen von der Welt suche, beginnt sie zu weinen oder zu schweigen. Klopft doch noch einmal morgen früh beim Sonnenaufgang an. Sie wird euch öffnen. Und die Wunderblume? Habt keine Sorge, junger Königssohn, die Blume ist schon nah am Aufgehen. Zweifelt nicht daran, sie wird bald erblüht sein. Ihr werdet sie zur rechten Zeit schon in Händen halten. Hier übergebe ich euch aber ein Päckchen mit Pulver, das ihr euch heute Nacht vor die Haustüre streuen müsst, damit der Zauber der Hexe nicht wohl gelöst wird. Nun aber lebt wohl und seid glücklich, junger Königssohn, bringt mir nur noch ein paar Blumen in den Wagen und gebt dieses Geld dafür dem Gärtner. Kann sich wohl einer vorstellen, wie dem Gärtner, der alles mit angehört hatte, zumute war? Die vornehme Dame war sicherlich eine gute Fee und der Gehilfe war kein anderer als der Königssohn. Doch war es gewiss am besten, wenn man ihn vorerst wenigstens als den Gärtner Gehilfen betrachtete. Es war für den Vater des Mädchens nicht schwer einzusehen, dass seine Tochter vom Königssohn geliebt wurde, aber darüber musste man schweigen. Gleichwohl ihm ahmte er an diesem Abend sein Kind mit kaum verhaltener stürmischer Freude, was ein väterliches Herz von Hoffnung für sein blindes Kind erfüllt war. In dieser Nacht klopfte es heftiger denn je an die Tür. Die Tochter vernahm es, rief den Vater zu, sich er möge jedoch helfen, die Treppe hinunter zu kommen. Vater, es hat geklopft, ich muss öffnen. Da er aber genau wusste, es könne nicht der Königssohn sein, wehrte er seiner Tochter. Du wirst geträumt haben, mein Liebling, schlaf ruhig weiter. Er selbst jedoch trat ans Fenster und sah, wie die alte Frau, die seinerzeit Wärterin in seinem Haus gewesen war, vor seinen Augen in Flammen aufging. Sie war also doch eine Hexe gewesen, die der Königssohn durch das gestreute Pulver jetzt für immer vernichtet hatte. In der Morgenstunde bei Sonnenaufgang klopfte es wieder an die Türe. Die Gärtnerstochter beeilte sich, so sehr sie nur konnte. Vor der geschlossenen Tür blieb sie stehen, fragend, wer seid ihr, was suchet ihr? Ich suche die schönsten Augen von der Welt. Da öffnete die Blinde, blieb in der weit geöffneten Türe stehen und rief, hier seht meine geschlossenen Augen. Im selben Augenblick fühlte sie etwas Elindes, Duftnös über ihre Augenliderstreifen. Das traf sie wie ein Glanz und ein Lichtsturz. Sie stieß einen Schrei aus und fiel ohnmächtig in die Arme des Königssohnes. Als sie nach einer Weile die Augen aufschlug, fiel ihr Blick in ein Augenpaar, das ihr in innigster Liebe zugewandt war. So standen die beiden Menschen Kinder in der weit geöffneten Türe, mitten im Sonnenstrahl des ersten Lichtes. Unbeschreiblich war die Freude des Vaters und das Glück des Mädchens war grenzenlos. Liebe und Licht, sie wusste nicht, was beseeligender war. Immer wieder betrachtete der Königssohn die schönsten Augen von der Welt. Sie waren schön, aber nur für den Königssohn die allerschönsten, weil er die reinste Liebe in diesen Augen erblickte. Da man die Blume gefunden hatte, die dem Mädchen das Augenlicht schenkte, zweifelte man nicht daran, auch jenen Baum zu finden, der für das andere Leiden Heilung bringen würde. Vorher war das Mädchen immer Kitschina genannt worden. Der Königssohn aber nannte sie Lucia, die erleuchtete. Er bat dem Gärtner um die Hand seiner Tochter, sich sehr entschuldigend, dass er eigentlich kein gelernter Gärtner sei. Dieses Geständnis vermochte der Vater nur mit einem seltsamen Lächeln zu beantworten, dass nichts verriet, dem Prinzen aber doch manches sagte. Der Gärtner hatte den jungen Mann ins Herz geschlossen, doch wagte er dies nicht einzugestehen. Dieser aber glaubte seiner Sache gewiss zu sein. Lucia, meine kleine Königin, ich werde zu meinen Eltern gehen und ihnen erzählen, wie es mit uns beiden steht, bist du einverstanden? Ja, zu deinen Eltern wirst du auf jeden Fall gehen müssen, solltest du aber nicht wiederkommen, du kannst es nicht vorher wissen, es sei leider nicht dazu traurig, wisse, dass ich dich nie vergessen werde, immer in Dankbarkeit an dich denken will und in was Lucia? In Liebe. Im Schlosser angelangt, wurde der Königssohn nicht ohne weiteres bei den höchsten Herrschaften vorgelassen, weil er nämlich in seiner einfachen ländlichen Tracht daherkam und die Wache ihn nicht erkannte. Selbst jene, die ihn erkannten, wagten nicht, ihn in die königlichen Gemächer zu führen und die Königin selbst musste sich in einem Vorraum bemühen, um ihren Sohn persönlich zum König zu führen. Ja, da gab es selbstverständlich zunächst eine große Freude, dass der Sohn überhaupt wieder da war und beide Eltern waren sehr geneigt, ihm seinen abenteuerlichen Ausflug zu verzeihen. Er ließ sich, wie er ging und stand, von Papa und Mama gehörig umarmen und abküssen. Erst nach diesem Zärtlichkeitsaustausch hielt er es für angebracht, von seinen Erlebnissen zu berichten. Er erzählte zunächst, warum er sich aus dem Schloss entfernt habe und was die Hexe am Hofe ihm gewahrsagt hatte, an eine Heirat mit der Tochter des Er bitte um das Ja-Wort seiner Eltern, Lucia, die Tochter des Gärtners, ehelichen zu dürfen. Das Königspaar jedoch, aufs Äußerste erzirnt, sagte anstatt Ja, nur immer wieder Nein, nein, nein. Sie waren so böse, dass sie am liebsten die ausgeteilten Umarmungen und Küsse zurückgenommen hätten. Aber geküsst ist geküsst und ein Kuss lässt sich bei späterer noch so heftiger Feindschaft nicht mehr rückgängig machen. Ach, meine künftige Frau hat die schönsten Augen von der Welt und sie hat sicher auch das beste Herz. Meines gehört ihr für immer. Ich bin Gärtnergehilfe bei ihrem Vater. Er ist recht zufrieden mit mir, dünkt mich. Aber es hilft dir alles nicht, ich bin ein Königssohn und kein Gärtner. Nein, wenn du die Gärtnerstochter heiratest, kannst du nicht länger Königssohn sein und wir müssen uns von dir lossagen. Verzichtest du aber auf das Mädchen, wirst du der Königssohn bleiben und einmal den Thron erben. Wähle, bist du der Königssohn oder bist du der Gärtner? Ich bin der Gärtner, sagte der verliebte Königssohn und mit tiefer Verneigung empfahl er sich den Majestäten. So verzichtete der Königssohn um seiner Liebe willen auf Krone und Ansehen, auf Glanz und Herrschertum, ja sogar auf die Liebe seiner Eltern musste er verzichten, wenn auch das letzte ihm sehr schwer fiel. Aber er hatte nun einmal sein Lebensglück in den schönsten Augen von der Welt gesehen und war bereit, alles dafür hinzugeben. Er ging ins Gärtnerhaus zurück und hier wurde wenige Wochen später die Hochzeit des Königssohnes mit der Gärtnerstochter in aller Stille und Heimlichkeit gefeiert. Nun fehlte zum Glück des jungen Paares nur noch die vollkommene Gesundheit Lucias, die immer noch nicht recht gehen konnte. Eines Tages aber entdeckte der Königssohn im Winkel des Gartens einen bescheidenen Strauch, den er vorher noch nie bemerkt hatte und der sich in wenigen Tagen zu einem herrlichen Baum entwickelte. Zwischen dem dichten grünen Laub zeigten sich schöne rote Blumen, die von selbst zu Boden fielen. Und als der Königssohn die Blumen aufhob, verwandelten sie sich in seinen Händen zu kleinen Früchten, die nicht viel größer als Wattbeeren waren. Voller Freude brachte er die Früchte der jungen Frau. Sie möge kosten, denn es war eine selige Gewissheit in ihm, Lucia verspürte zwar keinen sonderlichen Appetit und nahm mehr ihrem Manne zu gefallen eine Beere in den Mund. Kaum hatte sie diese geschluckt, hat sie auch schon ein seltsames Kribbeln in den Füßen empfand. Gut schmeckt die Frucht, sagte sie, gib mir noch eine. Er schob sie in den Mund und lächelte sie dabei erwartungsvoll an. Da wusste Lucia, dass sie geheilt war, sprang vom Stuhl, flog ihrem Manne an den Halse und wirbelte voller Freude mit ihm im Zimmer umher. Der Vater wurde herbeigerufen und man kann sich leicht vorstellen, wie entzückt er war, als die Eheleute ihm ein Tänzchen vor Augen führten, das nur sehr gesunde Beine zustande bringen. So war jetzt alles zum Besten bestellt und der junge Mann hatte schon beinahe vergessen, dass er je Königssohn gewesen war. Er war auch als Gärtner der König seines Glücks. Er fand es viel angenehmer über einen friedlichen Blumengarten zu regieren als über ein großes Reich mit viel tausend Menschen. Das Königspaar in Dastin gedachte oft des verlorenen Sohnes und da sie doch verlangen spürten, ihn wenigstens einmal wiederzusehen, verfielen sie auf den Gedanken, sich als Bettler zu verkleiden, um im Gärtnerhaus auf diese Weise einmal nach dem Rechten zu sehen. Sie waren auch neugierig festzustellen, ob die Gärtnerstochter tatsächlich die schönsten Augen von der Welt besaß. Vor allem wollten sie wissen oder sonst wie in Erfahrung zu bringen suchen, ob diese Augen, die so schön sein sollten, auch der Spiegel einer ebenso schönen Seele seien. So klopfte dann das Königspaar an der Tür des Gärtnerhauses an. Lucia öffnete und sah zwei alte Leute, die wahrlich höchst mitleiderregend aussahen. Ach, verzeiht, wenn wir stören, aber wir sind ein armes Ehepaar und haben seit zwei Tagen nichts gegessen. Ja, du lieber Gott, das sieht man ja auf den ersten Blick, kommt nur herein. So, hier setzt ihr euch nur an den Tisch. Sofort werde ich euch ein paar Spiegeleier braten. Das ist rasch gemacht. Hier fangt nur mit einem Stück Butterbrot an, damit ihr den ersten Hunger gestillt bekommt. Das Königspaar hatte sogar sehr reichlich zu Mittag gegessen. Es hatte nicht nur eine gute Kraftbrühe, sondern auch Suppenfleisch, Salzkartoffeln mit Senfsoße an der königlichen Tafel gegeben, vom Dessert einem herrlichen Schokolade- Pudding mit Schlagsahne ganz zu schweigen. Den Kaffee mit Biskotten hatten sie kaum angerührt, weil das Essen so ausgiebig gewesen war. Jetzt aber mussten sie am helllichten Nachmittag, keine zwei Stunden nach dem Mittagessen, dicke Scheiben Schwarzbrot nicht zu knapp mit Butter bestrichen verzehren. Und dann kamen noch die Spiegeleier, zu denen die junge Frau noch eine Pfanne mit Bratkartoffeln gab. Wenn das kein gutes Herz war. Der König und die Königin blickten einander vielsagend in ihr Augen und betrachteten sich dann verstohlen die heimliche Schwiegertochter, die sich an Gebefreudigkeit nicht genug tun konnte, den beiden Alten zum üppigen Mal noch zwei Goldstücke zuschob, die den Bettlern allerdings bei näherem Hinsehen nicht unbekannt vorkamen. Sagt, gute Frau, seid ihr nicht eigentlich die künftige junge Königin? Nein, wie habe ich das zu verstehen? Nun, wir haben gehört, dass ihr den Königssohn zum Manne bekommen habt. Ihr irrt euch, mein Mann ist nicht mehr Königssohn, er ist Gärtner. Nun, wohl mag er euch zu liebe Gärtner geworden sein, deswegen bleibt er gleichwohl des Königssohn, der ein Anrecht auf den Thron hat. Mein Mann stellt aber keine Ansprüche und er braucht keinen Thron. Es genügt ihm, der König meines Herzens zu sein. Das habt ihr allerdings recht hübsch gesagt, junge Frau. Aber es war doch sehr schlecht vom Königspaar gehandelt, den einzigen Sohn zu entrechten, nur weil sich eine Frau aus einfachem Stande gewählt hat. Nein, das war wirklich ein großes Unrecht vom König und auch von der Königin. Das versteht ihr nicht und ich bitte euch zu schweigen. Ich kann nicht dulden, dass über die Eltern meines Mannes etwas Böses gesagt wird und es trifft auch nicht zu. Lasst euch dies gesagt sein. Das Königspaar ließ es sich nicht ungern sagen und jedes blickte verlegen und bewegt in den Schoß die Augen tief gesenkt. Habt ihr noch Hunger? Mögt ihr noch etwas essen oder soll ich euch ein Brot mitgeben damit ihr das Geld ein wenig sparen könnt? Nein, danke tausend Dank und vergelts Gott. Damit erhoben sich die Bettler vom Tisch um Alex vorzugehen. Sie waren kaum zur Tür hinaus als die junge Frau ihn nachgeheilt kam. Ihr habt ihr das Geld vergessen? Oh, es ist eine zu große Gabe. Aber nein, es ist er nur eine Almosen. Gut, dann nehmen wir es Am nächsten Morgen kam der königliche Hofwagen, von dem nicht weniger als acht Pferde gespannt waren, von der Gärtnerei angefahren. Der junge Gärtner kam selbst den Wagenschlag öffnen, sah den König und die Königin aussteigen, doch wagte er kaum den Blick zu erheben. Ihr seid der Gärtner? fragte der König hoheitsvoll, als kenne er seinen eigenen So nicht. Zu dien, Majestät. Gut also, bringt mir die schönste Blume aus eurem Garten. Da entdeckte der Königssohn den Blick der Liebe in den Augen seiner Eltern. Mit einem Jubelruf stürzte er fort und kam in aller kürzester Zeit zurück, aber nicht allein. Seht hier, Majestät, meine Blume. Da umarmte der König seinen Sohn. Die Königin schloss die schönste Blume ihre junge Schwiegertochter ans Herz. Als es aber hieß, alle in den Wagen einsteigen, auf zum Schloss, rief Lucia ihren Vater herbei und meinte, er könne doch nicht allein zurückbleiben. Freilich kann er das nicht, sagte der Königssohn und sah den Gärtner mit einem leuchtenden Blick der Dankbarkeit an. Zu seinen Eltern gewarnt fügte er hinzu, seht, dies ist der Gärtner, der nach dem Willen Gottes meine Blume ins Leben rief, ihn mitnehmen, unser Schloss muss einem Himmel gleichen, in dem es viele Wohnungen gibt. Und dann begann die Fahrt ins Glück, an einem hellen Maienmorgen. Das gläserne Krönlein Es war einmal ein wunderschönes Königskind. Das hatte ein gläsernes Krönlein. Und das war so gekommen. Als dem alten König und der alten Königin ein Prinzessin geboren wurde, da herrschte eitel Freude im ganzen Reich und alle Leute aus allem Land kamen herbei, um das kleine Königskind zu sehen und ihm irgendetwas in die seidene Wiege zu legen. Gold und Silber und Edelgestein und allerlei Schmuck und Geschmeide. Und es war kein Ende all der schönen Schüsseln und Schalen und Becherlein und der Ketten Ringe und Spangen. Und der alte König und die alte Königin gaben jedem ein Glas Wein und sagten Ich danke dir schön und waren sehr zufrieden und glücklich und froh über die wunderschönen Sachen und am allermeisten über ihr wunderschönes Königstöchterlein. Als die Leute aber alle fort waren und jeder in sein Land gezogen, da kam eine seltsame fremde Fee an Prinzessjens Kinderbett und niemand wusste woher. Die fremde Fee lächelte gar wunderbar und legte ein gläsernes Krönlein auf den Königspurpur der Wiege und sagte dazu Du 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 Kleines Königstöchterlein Das Krönlein musst du hüten fein Und mag es mancher noch so sehr Du gibst es nie und nimmer her Bis das ein feiner Knabe kommt Der dir wohl als Herz liebster frommt Dann schenkst ihm das Krönlein gleich und führst ihn in dein Königreich Und als die fremde Fee das gesagt hatte hatte sie das Königskind geküsst und ist leise leise wieder von Dannen gegangen und niemand wusste wohin Aber im Schloss hing noch drei Tage und drei Nächte lang ein Duft von Flieder und Rosen und durch die großen marmelsteinenden Hallen und Prunkgemächer ist's gehuscht wie lauter verirrte Sonnenstrahlen Das war sehr schön und der alte König und die alte Königin und alle Leute im Schloss merkten daran dass ein Wunder geschehen war und dass es eine gar seltsame Bewandtnis hatte mit dem gläsernen Krönlein Nur was das eigentlich alles war wussten sie alle nicht und war auch niemand der es ihnen sagen konnte Das gläserne Krönlein aber wurde gar gut behütet und bewacht und in eine güldene Kammer getan und die war mit sieben güldenen Schlössern verschlossen und mit sieben güldenen Riegeln verriegelt Und erst als das kleine Prinzessin ein großes Prinzessin geworden war und noch viel schöner und holzseliger war wie damals als es in der seidenen Wiege lag da wurden an der güldenen Kammer die sieben Schlösser aufgeschlossen und die sieben Riegel gelöst und das gläserne Krönlein hervorgeholt und dem Königskind auf das lange Lockenhaar gesetzt Und der alte König und die alte Königin weinten dabei weil es doch ein so sehr feierlicher Augenblick war und sagten dazu Sei nur recht vorsichtig dass das gläserne Krönlein nicht zerbricht Die schöne Königstochter freute sie sehr und versprach auch ganz ganz vorsichtig zu sein Sie schaute nicht links und schaute nicht rechts sondern immer gerade aus damit ihr das gläserne Krönlein nur ja nicht vom langen Locken her fiele Das Krönlein aber glänzte und funkelte noch tausendmal heller und schöner als der hellste und schönste dem Mannstein Und da das junge Königskind immer nur gerade ausging und nicht rechts und nicht links sah so ist das Krönlein noch gar nicht einmal irgendwo angestoßen oder gar herunter gefallen Nachts aber wenn das Prinzessin schlafen ging dann standen zwölf weißgekleidete Jungfrauen um das Königslager herum und hüteten das gläserne Krönlein Das leuchtete und lote weit aus dem Königsschloss heraus ins nächtliche Land und das war sehr gut denn es gab keine Laterne im Königreich und wenn nicht gerade der Mond schien war es doch gar zu dunkel so waren alle sehr glücklich und zufrieden und priesen die fremde Fee an das gläserne Krönlein und nicht zum wenigsten das wunderschöne junge Königskind aber eines Tages als das Prinzessin allein im Garten spazieren ging unter all den vielen tausend Bäumen und Blumen da hat's mit einem Male eine seltsame Wunderblume gesehen die ganz heimlich und unbemerkt über Nacht erblüht war trotzdem sie in der Erde stand und im entferntesten Winkel des Gartens so überstrahlte sie doch all die anderen Blumen durch ihre zauberhafte Schönheit sie war gar herrlich anzusehen und hatte wunderlich geformte Blätter und eine große blaue Blüte in deren tiefen Kelch es rot schimmerte wie von roten Blutstropfen und ein Duft ging von dem Kelch aus so seltsam und süß und wunderbar weich dass das Königskind gar nicht wusste wie ihm geschah es beugte sich tief und immer tiefer auf den Kelch der Wunderblume herab um ihren Blüten Duft zu atmen und da wurde ihm so zumute wie ihm noch nie gewesen war das gläserne Krönlein aber löste sich von dem Locken Haar der Königstochter fiel auf die Erde und zerbrach da erbebte alles und das König schloss mit Hofstadt und Gesinde und allem was dazugehörte versank und das ganze Land mit all seinen Bewohnern war verschwunden der Tag ward finstere Nacht und das Prinzessin saß allein auf grauer Heide und vor ihm lag das zerbrochene gläserne Krönlein als die Königstochter sah dass das gläserne Krönlein zerbrochen war und dass alles versunken war mit allem was sie lebte und sie allein und verlassen auf grauer Heide saß noch dazu in stock finsterer Nacht da fing sie gottsjämmerlich an zu weinen und machte sich bittere Vorwürfe dass sie über der seltsamen Wunderblume so ganz vergessen hatte dass sie ein gläsernes Krönlein trug da hörte sie es plötzlich neben sich ganz gedankenvoll sagen ja ja das hast du nun davon und wie sie hinsah saß ein großer alter Rabe da der war sehr schwarz und sehr weise und schaute die Füße einwärts und den zogen mit aufmerksamen Blicken auf das gläserne Krönlein ach es ist so schrecklich so schrecklich schluchzte das Königskind und war doch beinahe froh dass nun etwas Lebendiges in seiner Nähe saß und es nicht mehr so muttersehen allein war mit seinem Jammer ja es ist sehr schrecklich sagte der Rabe ruhig und klappte dabei gemütlos mit den Flügeln weil nun aber das arme Prinzessin sogar erschrecklich weinte so wurde der weise Rabe schließlich doch auch etwas gerührt er wischte sich sogar vorsichtig mit der Kralle eine Träne vom Auge wackelte zur Königstochter hin und klopfte ihr beruhigend mit dem Flügel auf die Schulter und sagte dazu ja es ist schrecklich aber es ist doch nicht ganz so schrecklich als es hätte sein können du hast ja die Wunderblume nicht abgebrochen was noch viel schlimmer gewesen wäre und dann führen Feengeschenke nie zu einem schlechten Ende selbst denjenigen nicht der damit nicht umzugehen verstand die letzten Worte sagte etwas strenger und schob dabei bedeutsam mit dem Schnabel die beiden Stücke des gläsernen Krönleins auseinander das eine nach rechts und das andere nach links so dass man recht deutlich sehen konnte dass das Krönlein zerbrochen war ach gibt es denn nichts was das Krönlein wieder heil machen könnte fragte das Königstöchterlein du weißt doch gewiss sehr viel kannst du es mir nicht sagen der Rabe schloss geschmeichelt die Augen und schob dann die Stücke des Krönleins wieder höflich zusammen ich glaube wohl sagte er aber was das hilft kann ich dir auch nicht sagen du musst eben suchen da stand die Königstochter auf nahm die beiden Stücke ihres gläsernen Krönleins und steckte sie in die Tasche seufzte sehr tief und bedankte sich beim Raben für seinen Rat und die tröstenden Worte bitte bitte sehr gern geschehen sagte der Rab und reichte ihr die Kralle zum Abschied die arme Königstochter aber ging ihrer Wege im Bettel gewand und mit ihrem zerbrochenen gläsernen Krönlein auf das jemand fände der es ihr wieder heil mache so kam sie in einen großen dunklen Wald wo die Bäume so alt waren wussten und ihr Geäst war so dicht dass sich nur selten ein Sonnenstrahl aufs grüne Moos verirrte die Königstochter ging immer weiter und weiter und als sie schon ganz weit gegangen war da sah sie plötzlich ein kleines Männchen vor sich es saß auf einem Baumstumpf war gar gräulich anzusehen und hatte eine Nase so rot wie ein Karfunkelstein und spinnendürre Beinchen sein Gewand aber war herrlich von lauter flüssigem Gold und auf dem Kopf saß eine goldene Krone mit Zacken und auf jeder der Zacken war ein Edelstein und jedes Mal ein anderer sodass sie alle darin waren die ganze Krone war so schwer dass man sich wundern musste wie das Männchen sie tragen konnte mit den spinnendürren gebrechlichen Beinchen aber es trug sie doch und rauchte auch noch Pfeife dazu eine kleine ganz zierliche goldene Pfeife in der ein Tannenzapfen glemmte guten Tag sagte das Männchen was fällt dir ein in diesen Wald zu kommen dabei spuckte es ganz giftig nach rechts und nach links ich wusste nicht dass es verboten ist entschuldigte sich die Königstochter schüchtern unängstlich so so sagte das Männchen ich bin der König der Zwerge und ich will dir meine Werkstätte zeigen und das ist eine große Gnade damit hüpfte das Männchen so schnell vom Baumstumpf herunter dass die große Krone bedenklich nahm die Pfeife aus dem zahnlosen Mund und stapfte dreimal mit den dünnen Füßchen auf den Boten da tat sich die Erde auf und rote Glut lote heraus und die Königstochter sah eine Treppe die tief in die tiefste Tiefe führte die Stufen schienen kein Ende zu nehmen und es graute ihr da hinab zu steigen und sie blieb zögernd am Osegnade fauchte es ermunternd da wagte die Königstochter nicht zu entgegnen und folgte dem komischen kleinen König die vielen vielen Stufen hinab es war aber doch nicht so schlimm als sie sich's gedacht hatte ehe sie sich's versehen war sie unten und mittendrin in den Werkstätten der Zwerge da waren lauter große kunstvoll in den felsen gehauene säle und da stand überall Amboss an Amboss und Esse an Esse es war eine Glut von all dem lohnend Feuer und ein Lärm von den vielen Hämmern die vielen Zwerglein schwangen das einem Hören und Sehen verging in dem einen Saal wurden allerlei Waffen und Wehr geschmiedet blanke Schwerter und glänzende Rüstung und Schilde und allerlei seltsame Zauberzeichen wurden darauf eingegraben zum Schutz gegen Hieb und Stich in einem anderen Saal wurden kostbare goldene und silberne Geräte angefertigt Schüsseln und Schalen und Prunkpokale für die Königstafel des Kleinmännchens und auch für Feen war manches davon bestimmt denn die Feen Die Königstochter staunte all die Pracht an und wurde doch nicht froh denn sie dachte immer an ihr zerbrochenes gläsernes Krönlein Das Männchen aber hüpfte ganz aufgeregt hin und her und guckte jedem Zwerglein auf die Arbeit ob sie auch gut und wunderbar genug wäre so wie sie es für eine Zwergenwerkstatt geziemt und wenn ihm etwas nicht recht war dann fauchte es und ärgerte sich und spuckte nach rechts und nach links und sah das sehr komisch aus wenn ihm aber etwas ganz besonders gefiel dann beugte es sich ganz tief herab rieb sich die dürren Händchen vor Vergnügen und seine Nase glühte dazu so rot dass das loderne Feuer der Essen gar nichts dagegen war dann führte der kleine König die Prinzessin in einen dritten Saal und da war es viel stiller und auch nicht so raurig und russig man hörte nur ein ganz feines leises hämmern das klang wie lauter klingende Silberglücklein da wurden Edelsteine gefasst zu allerlei schönen Geschmeiden und kleinen Kronen wurden darin geschmiedet die die Elfen bekommen wenn sie artig sind und nachts im Mondschein den Ringel reinschlingen wie nun die Königstochter die zierlichen kleinen Krönlein sah da freute sie sich sehr und dachte die Zwerglein könnten dann doch auch ihr gläserne Krönlein wieder zurechthämmern und so holte sie das gläserne Krönlein hervor zeigte dem Männchen die beiden Stücke und sagte ach bitte kannst du mir nicht das Krönlein wieder schmieden lassen es ist an zwei gegangen und das ist sehr traurig und solange es nicht wieder heil ist muss ich auch immer traurig bleiben das Männchen sah empört auf was fällt dir ein schrie es ganz giftig es ist sowieso schon eine große Gnade dass ich dich hier herunter geführt habe und gläserne Krönlein kann man überhaupt nicht wieder schmieden wenn sie in zwei sind sind sie in zwei ja da fing die arme Königstochter so bitterlich an zu weinen dass alle die Zwerglein ihre Hämmer niederlegten und mit der Arbeit aufhörten und der kleine König ganz still wurde und ihm sogar eine große Träne langsam und schwer über die Karfunkelnase rollte ich habe eben auch gemüht sagte er wenn auch nicht viel denn viel kann ich nicht brauchen aber du tust mir wirklich leid und ich will dir etwas sagen ich will dir ein kleines güldenes Elfengrönlein schenken ja das will ich aber es ist wirklich eine sehr große Gnade doch die Königstochter blieb so traurig wie sie war und sagte ich danke dir aber ich mag kein Elfengrönlein und wenn es noch so schön sei ich will nur mein gläsernes Krönlein wieder geschmiedet haben und wenn du das nicht kannst dann muss ich schon weitersuchen da wurde das kleine Männchen böse es stampfte mit den spindeldürren Beinchen das die Krone hin und her wackelte und fuchtete mit den Ärmchen dazu und spuckte nach rechts und nach links du magst kein Elfen Krönlein schrie es wütend dann mach dass du fortkommst es ist alles eine so große Gnade und was fällt dir überhaupt ein da fingen die Hämmer wieder an zu schlagen dass die russ und auch den Feuerschein nicht wieder erkennen konnte die Königstochter aber befand sich auf einmal wieder draußen im tiefen Walde auf dem grünen Moosboden gerade an dem Baum stumpf wo sie das Männchen zuerst gesehen hatte und sie raffte ihr Bettelgewand zusammen und satze traurig ihren Weg weiter fort und als sie drei Tage und drei Nächte gegangen war und sich nur von wilden Bären genährt und auf der bloßen Erde geschlafen hatte ganz allein und einsam und ohne ein lebend Wesen zu sehen da erblickte sie morgensonnenschein hoch auf höchster Höhe ein marmelsteinernen Tempel der war ganz und gar mit den herrlichsten Lorbeerbäumen umstanden und wie die Königstochter hinauf in den Lorbeerhain kam da sah sie lauter Gestalten drin umhergehen mit bleichen ernsten Gesichtern mit einem Lorbeerzweig im Haar aber niemand sagte ein Wort und die Königstochter traute sich auch niemand anzureden und zu fragen an den Stufen des Tempels aber kam mir ein Engel entgegen der war wunderschön aber sehr ernst und traurig kann so wie die vielen Gestalten im Lorbeerhain und der Engel kam auf sie zu und sagte ich bin der Engel des Ruhmes was willst du ich habe ein gläsernes Krönlein sagte die Königstochter das ist mir zerbrochen und nun muss ich immer wandern und suchen bis ich jemanden finde der mir wieder es heil macht dann nahm der Engel sie freundlich bei der Hand und führte sie in seinen Tempel hinein und da drinnen war alles von Marmelstein und an den Wänden und Säulen standen goldene Namen geschrieben die Morgensonne schien darauf dass sie glänzten und leuchteten draußen um die Mauer ging leise der Höhenwind und rauschte in den Wipfeln der Lorbeerbäume das sind alles die Namen derer die draußen so still und ernst umher gehen sagte der Engel es sind die Namen derer die ihr innerstes fühlen und denken der Welt geschenkt haben und die von den Menschen unten mit Ehrfurcht und Dankbarkeit genannt werden solange sie auf der Erde sind geht es ihnen freilich nicht gut und sie müssen sehr viel kämpfen und leiden und darum sind sie lassen haben dann kommen sie zu mir und leben hier oben und hier ist Ruhe und Klarheit und ewige Morgensonne und wenn du magst will ich dich auch zu einer der meinigen machen und du wirst einen Lorbeerzweig tragen und dein Name wird in goldenen Lettern in meinem Tempel stehen das wäre sehr schön und ich danke dir sehr sagte die Königstochter aber wird dann mein nein das kann ich nicht sagte der Engel und sah sehr traurig aus und als er das sagte schien es der Königstochter als wären die goldenen Namen nicht mehr so glänzend und die Morgensonne nicht mehr so strahlend und die Lorbeerbäume matt und wild Die Königstochter ging aus dem Tempel hinaus und durch die Heiligen Heine und ging wieder weiter und immer weiter so ging sie sieben Tage und sieben Nächte immer gen Norden zu und rings um sie herum war Schnee und Eis und es war bitter kalt so dass sie vor Frost zitterte in ihrem ärmlichen dünnen Bettelkleid der Wald hörte auf Strauchwerk und Blumen wurden immer spärlicher und schließlich war das arme Königskind zwischen lauter tief verschneiten Felsen und inmitten der Felsen erhob sich ein wunderbares Schloss das war das Schloss der Eiskönigin und alle Tore und Türme und Mauern waren aus kristallklarem Eis und schimmerten im blauen Mondlicht Am Eingang standen zwei Männer die trugen eine Rüstung aus Eis und hielten große Eiszapfen als Lanzen in der Hand und wenn sie sich bewegten dann knackten und klirrten sie vor lauter Frost Hoch in der Königshalle aber saß die Eiskönigin auf kristallnem Throne und flucht sich silberne Mondstrahlen ins Haar und lachte dazu so seltsam dass es klang als ob kleine Eisstückchen zerbrechen draußen aber um die Schlossmauer fielen unaufhörlich weiße weiße Schneeflocken die arme Prinzessin im Bettel gewand wurde von den zwei Männern zum Throne der Eiskönigin geführt und während die beiden Männer die langen Eiszapfen ehrerbietig vor ihrer Herren neigten machte die Königstochter einen tiefen Knicks und sagte Kannst du mir nicht mein gläsernes Krönlein wieder heil machen es ist erbrochen und das ist ja traurig und ich muss immer wandern und suchen bis ich jemanden finde der es mir wieder zusammenschmiedet Nein das kann ich nicht sagte die Eiskönigin und lächelte dabei ganz seltsam aber du kannst hier bei mir in meinem Schlösse bleiben und ich will dir ein Herz aus Eis geben das tust du in deine Brust und dann fickest du alles und fühlst nichts mehr und denkst auch nicht mehr dein zerbrochenes Krönlein das ist sehr hübsch du sitzt daneben mir wir flechten uns Monden strahlen ins Haar und draußen fallen lauter weiße weiche Schneeflocken die Königstochter schüttelte traurig den Kopf und sagte ich danke dir schön aber ich mag kein Herz aus Eis und wenn du mein gläsernes Krönlein nicht heil machen kannst dann kann ich nicht bleiben und muss schon wieder weiter versuchen ja dann musst du schon wieder zurück auf die Erde viel Glück auf deinen Weg sagte die Eiskönigin und lachte kalt und höhnisch dazu dass es klang als ob kleine klare Eisstücke zerbrechen das arme Königskind ging wieder zurück auf die Erde und wanderte immer weiter und weiter und diente hier und dort als Markt um sich sein tägliches Brot zu verdienen überall war das schöne Mädchen gern gesehen man ließ es nur schweren Herzens wieder ziehen doch es blieb nirgends und hatte keine Ruhe bei Tag und bei Nacht von ihrem zerbrochenen Krönlein aber sagte sie niemand mehr etwas denn es konnte ihr doch keiner helfen dachte sie und wie sie so im Lande umherzog da kam sie einmal vor ein wunderschöner Schloss und da fragte sie wem das Schloss gehöre das Schloss gehört dem alten König der so gern süße Suppe ist bekam sie zur Antwort könnt ihr mich nicht als Markt gebrauchen fragte sie weiter da wurde der Koch geholt und der Koch holte den Oberkoch und der Oberkoch holte den Küchenminister und er sagte ja so wurde die arme Prinzessin mit dem zerbrochenen gläsernen Krönlein eine Küchenmarkt im Schloss des alten Königs der so gerne süße Suppe aß sie war fleißig und bescheiden und alle hatten sie gern da geschah es dass der junge Prinz der Sohn des alten Königs war von einer langen reise zurückkehrte er war wohl durch hundert Länder gefahren um sich eine Frau zu suchen das hatte der alte König so gewollt denn er hatte genug vom Regieren und wollte sich zurückziehen und nur noch süße Suppe essen der junge Prinz aber hatte keine Prinzessin gefunden die ihm gefiel und die er hätte von Herzen lieb haben können und so kam er sehr traurig wieder zurück in sein Vaters Schloss der alte König und die alte Königin waren auch sehr traurig und das ganze Land natürlich auch als der Prinz aber einzog erblickte er plötzlich die neue Küchenmarkt und es war ihm als habe er nie etwas so schönes und liebreizendes gesehen und als habe er noch nie jemand so lieb gehabt da stieg er vom Pferde ging auf sie zu fasste sie bei der Hand und fragte sie ob sie seine Frau werden wolle die Königstochter nickte und lächelte und war so glücklich dass sie alles um sich herum vergaß und nur immer den Prinzen ansah denn es war ihr als habe sie noch nie etwas so schönes und ritterliches gesehen und als habe sie noch nie jemand so lieb gehabt und der Königssohn reichte seiner Braut den Arm und führte sie zum alten König und sagte lasst mich sie freien ich will keine andere der alte König aber sagte eine Magd kann nicht Königin sein das geht nicht da wurde der Prinz sehr traurig die Prinzessin aber tröstete ihn und sagte dass sie eine ganz richtige Königstochter wäre und keine Küchen Magd so so sagte der alte König dann geht es und er umarmte erst die Prinzessin und dann den Prinzen und nachdem alle beide zusammen und es wurde ein großes Fest angesagt und morgen sollte die Hochzeit sein als aber dann am anderen Tage die Prinzessin mit dem kostbarsten Hochzeitskleid und dem schönsten Geschmeide angetan im Königssaal stand unter all den vielen vielen Ministern und Hofdamen und Trabanten da sagte der Prinz zu ihr nun setze dein Grönlein auf damit wir einander angetraut werden da fiel der armen Prinzessin mit einem Mal ihr zerbrochenes gläserne Grönlein ein das sie über all ihre Liebe zum Königssohn ganz und gar vergessen hatte sie die beiden Stücke des Krönleins und zeigte sie dem Prinzen und dachte dass nun alles alles aus und vorbei wäre der ganze Hof geriet in Bestürzung die Minister schütteten missbelegend die weisen Häupter die Hofdamen rümpften die Nase und die Trabanten standen nicht mehr stramm und kerzen gerade wie früher der junge Königssohn aber sagte gar nichts sondern neigte sich zur armen weinenden Prinzessin nieder und küsste sie auf den Mund und in dem selben Augenblick tat sich das zerbrochene gläserne Krönlein wieder zusammen so fest als ob es nie zerbrochen gewesen wäre und während alle über das Wunder staunten setzte der Prinz der Prinzessin das Krönlein ins Haar und das funkelte und glänzte schöner und heller als der schönste und hellste Diamantstein sodass sogar die Krone des alten Königs gar nichts dagegen war trotzdem er sie noch kurz vorher sehr sorgfältig geputzt hatte da war ein großer Jubel im Schloss und im ganzen Lande und es wurde eine herrliche Hochzeit gefeiert und gegessen und getrunken und der alte König erst dreimal so viel süße Suppe wie sonst und freute sich furchtbar wie sie aber beim Hochzeitsmahl saßen da kam eine goldene Karosse vor Gefahren und heraus stiegen die Eltern der Prinzessin die nun erlöst waren mitsamt dem gesamten versunkenen Königreich da kannte die Freude keine Grenzen mehr und alle umarmten sich so lange bis sie müde wurden die Könige und die Königinnen der Prinz und die Prinzessin und die Minister die Hofdam und die Trabanten und als sie sich genug umarmt hatten da sagte der alte König der so gerne süße Suppe aß zu dem anderen alten König jetzt wollen wir unsere beiden Reiche zusammentun und das Regieren den jungen Leuten überlassen wir aber wollen uns zurückziehen und nur noch süße Suppe essen so geschah es und alle waren damit zufrieden der junge König aber und die junge Königin regierten zusammen und es war ein gar glückliches Königreich unter dem gläsernen Krönlein Die blaue eine Frau hatte drei Söhne mit denen lebte sie in Frieden und Eintracht und als ihr Mann früh gestorben war hielt sie alle drei dazu an ihr in der kleinen Wirtschaft zu helfen der älteste war am liebsten auf dem Strom und wurde ein geschickter Fischer wie sein Vater der zweite ging schon in der morgen früher aufs Feld rodete pflügte und säte und hielt den Acker so in Ordnung dass sie immer ihr täglich Brot hatten nur der jüngste war ein stilles und scheues Kind zu keinem Handwerk recht geschickt und so kam es bald dass die Brüder ihn mit spottenden Worten weg schickten wenn er auf den Strom oder Acker seine Hilfe antrug dann ging er traurig zur Hütte zurück machte sich im Garten zu tun oder setzte sich auch an den Webstuhl der Mutter wo unter seinen Händen die kunstvollen Gewebe entstanden du hättest doch ein Mädchen werden sollen sagte die Mutter dann zwischen Scherz und Ernst ihr nun lieb oder leid war die beiden Brüder aber begannen bald Kreuzer und Kreuzer zusammen zu legen und je besser es mit ihrer Arbeit voran ging desto unermüdlicher wurden sie in ihrem Tagewerk und sie blickten mit Schäl im Auge auf den Jüngling der wie sie meinten sein Brot umsonst aß und den sie am liebsten aus dem Hause gehabt hätten damit er als Hütejunge oder Knecht für sein Eignis sorgte aber die Mutter ließ es nicht zu und sagte jeder muss nun sein wie Gott ihn geschaffen hat und wer weiß ob nicht noch etwas Rechtes aus ihm wird da lachten die beiden und sagten ja ein rechtes Kuckucksjunges wird aus ihm werden das sehen wir jetzt schon da machte die Mutter sich sorgen wie es wohl werden sollte wenn sie einmal sterben musste aber sie fand keinen Ausweg und ließ es also so gehen wie es ging und wenn sie ihren jüngsten fragte ob er vielleicht in die Königsstadt möchte wo es kunstvolle Handwerke gab und wo er vielleicht einen eigenen Webstuhl aufstellen konnte schüttete er den Kopf und sagte ich muss wohl bei dir bleiben denn das hat mich sonst niemand lieb in der Welt dann küsste sie ihn sprach ihm gut zu und meinte es werde sich schon alles fügen bald danach aber im nächsten Frühjahr kam ein großes Unglück über sie alle ein großer Regen fiel fast vierzig Tage lang und der stille Strom wurde ein wildes Meer bis er eines Tages über die Ufer stieg die Saat auf dem Acker vortriss und immer da mussten sie die ganze Nacht bis zu den Hüften im kalten Wasser stehen damit sie das Vieh und ihre Haare retteten und als das Wasser sich verlaufen hatte war die Mutter gelähmt und lag Tag und Nacht auf ihrem Lager ohne ihre Füße rühren zu können und weinte still vor sich hin und wäre am liebsten gestorben um ihren Söhnen nicht zur Last zu fallen da war nun der Jüngste eine rechte Gnade für sie denn während die beiden anderen fluchen den Acker vom Schlamm säuberten oder die zerrissenen Netze zusammensuchten saß er am Bett der Mutter oder kochte das Essen für sie alle oder brachte ihr die ersten Frühlingsblumen oder erzählt ihr von den wunderbaren Heilungen die ein ferner Schäfer oder eine alte Kräuter Frau zu Wege gebracht hatten dann sah die Mutter ihn manchmal unter Tränen an und sagte mein liebes Kind wie haben wir dir doch Unrecht getan und was sollte wohl aus mir werden wenn du nicht wärst aber dann wurde der Knabe verlegen bat sie nicht so zu sprechen und wenn du wieder gesund bist und die Brüder haben wieder das Irrige dann bin ich doch wieder zu nichts nütze und so soll es wohl auch sein als nun aber Woche auf Woche dahin ging und kein Schäfer und keine Kräuterfrau etwas helfen konnten war die Mutter sehr unglücklich und wenn sie den Knaben nicht gehabt hätte würde sie sich wohl den Tod gewünscht haben auch begannen die beiden Brüder nun leise zu murren dass keiner so recht für sie sorge und dass alles ersparte für Narren dahin ginge die mit Salben und Kräutern den Verdienst aus dem Hause trübten da bat die Mutter sie doch noch einen Monat Geduld zu haben es sei so als werde sich dann alles zum Besseren wenden und die Brüder schämten sich und sagten es sei gar nicht so gemeint gewesen und sie würden natürlich alles tun um der Mutter wieder zur Gesundheit zu verhelfen als der Monat aber zu Ende ging hatte die Mutter einen seltsamen Traum und am Morgen lag sie eine Weile mit geschlossenen Augen da und lächelte so glückselig dass die Söhne sie fragten was ihr sei da schlug sie die Augen auf sah sich in der Stube um und sagte hört mir nun gut zu liebe Kinder denn ich denke dass unser Unglück ein Ende haben wird mir träumte nämlich dieses ich ging einen langen langen Weg und er war dunkel und mühsam und voller Gefahr da waren Berge und Schluchten und Ströme und Moore und überall lagen böse Tiere die wollten mich mir ging jemand her der blies ganz leise auf einer silbernen Flöte und da schlossen sich die Abgründe und der Strom bekamen Brücken und das Moor eine Furt und die wilden Tiere wichend still zurück und endlich kamen wir an eine Waldwiese die war so still und schön wie ich es noch niemals gesehen habe und mitten auf ihr wuchs eine einzige blaue Blume die war größer als alle Blumen die wir kennen und sie leuchtete so herrlich dass uns die Augen übergingen und an dieser Blume führte ein schmaler Pfad durch das Gras vorbei und auf ihm kamen alle Kranken und Siechen und Elenden dieser Welt gegangen Kreise und Kinder Frauen und Mädchen und sie neigten sich einmal zu der Blume nieder und atmeten ihren Duft ein und danach richteten sie sich auf und alle Krankheit fiel von ihnen ab und sie gingen davon als hatten sie niemals ein Leid getragen Die Mutter schwieg eine Weile und ihre Augen leuchteten noch immer wie im Traum und erst nach einer Weile sagte sie Meint ihr nicht liebe Kinder dass es ein schöner Traum war? Da meinte der Zweite der Söhne dass er gewiss schön sei aber doch ihm nur ein Traum und von Träumen sei noch niemand gesund geworden Der Älteste aber fragte wer denn eigentlich von ihr her gegangen sah und die Flöte gespielt habe Da sagte die Mutter Ich kann mich nicht mehr erinnern es war alles im halb dunkel und verschwommen aber es ist mir so lieber so als ob du es gewesen wärst Da erschrak der Knabe denn er dachte schon längst wieder an seine Netze und wie er seinen Verlust einholen könnte und er sagte Da wirst du dich wohl täuschen liebe Mutter denn es liegt ja nicht in meiner Art eine Flöte zu spielen und wilde Tiere zu beschwören aber die Mutter sah ihn eindringlich an und sagte Es kann sein lieber Sohn es kann auch nicht sein aber wenn ich dich nun von Herzen bitte mir auf der Schubkarre ein Lager zu machen und mich zu der Wiese der Genesung zu fahren würdest du es mir dann verweigern Da wusste er nicht wohin er blicken sollte und schließlich sagt er in seiner Not aber wo ist sie denn diese Wiese der Genesung das weiß ich nicht sagte die Mutter leiser auch als ich dich gebar wusste ich nicht ob es mein Tod oder mein Leben sein würde und wir müssen wohl fahren bis wir sie finden da murmelte er noch etwas von seinen Netzen und dass die beste Zeit für die Fische jetzt komme aber als die Mutter sagte so habe sie sich doch vielleicht getäuscht und es ein anderer Traum gewesen da schämte er sich doch und sich fürchtete der zweite Sohn konnte seine Freude kaum verbergen dass dies harte Werk an ihm vorüber gegangen sei aber der jüngste schlich sich still aus der Stube versteckte sich im Schilf und saß dort traurig bis es dunkelte am Morgen nahm die Mutter Abschied und sie sah ihr lange nach wie der Älteste mit seinem starken Schultern die Karre durch die Heide schob und nachts ruhten sie bei mitleidigen Leuten am achten Tag aber wurde der Sohn ungeduldig und seine Arme schmerzten ihn und er fragte wohin es denn nun eigentlich führten fahre nur zu sagte die Mutter bittend Gott weiß alle Wege und am Abend kehrten sie bei einer Hütte ein die gehörte einer alten Frau und sie ließ sie am Feuer sitzen und fragte weshalb sie so über Land führen da erzählte die Mutter ihren Traum und die Frau sah lange vor sich hin bis sie endlich zu dem Knaben sagte es könnte wohl sein dass ich euch ein bisschen helfen kann nach drei Tagen werdet ihr in einen großen Strom kommen und am anderen Ufer werdet ihr ein Schloss sehen dann musst du deine Mutter in den Schatten bringen und um die Abend Zeit durch den Strom schwimmen am anderen Ufer wird man dir sagen was du zu tun hast und du musst es gerne tun mit fröhlichem Herzen und wenn du es getan hast musst du deine Hand aufhalten und du wirst deinen Lohn empfangen aber du darfst dich nicht verweilen so verlockend es auch sein mag für dich und du darfst keine Fragen stellen hast du mich gut verstanden zu seinen Netzen gehen könnte am dritten Tag fanden sie alles wie die Frau gesagt hatte und der Knabe schob die Karre in den Schatten einer Weide hast du auch alles behalten fragte die Mutter da lächelte er überlegen und sagte ich bin noch nicht dein Jüngster und darauf legte er seine Kleider ab und schwamm in den Strom hinaus am anderen Ufer ging er langsam bis an Garten aber da erschrak er denn auf der großen Rasenfläche lagen wohl hundert kranke sich und sterbende die waren vom Aussatz befallen und ihr Leib war von Geschwüren zerfressen sie lagen ganz still ohne zu klagen aber ihre fiebermatten Augen waren alle nach ihnen hingewendet so voller Inbrunst und Hoffnung als wäre er der Engel der Erlösung er aber blickte voller Grauen auf sie und er meinte dass die Frau ihn betrogen habe nur um ihre Freude daran zu haben aber als er noch unschlüssig dastand kam ein Mädchen zwischen den Kranken hindurch und auf ihn zugegangen grüßte ihn freundlich und sagte sei willkommen und sage ob du tun willst was ich dich heiße das wollte der Knirpe tun so nimm diese Kranken sagte das Mädchen eine nach dem anderen in deine Arme trage sie zum Strom hinunter und wasche sie denn ich bin zu schwach dafür da graute es dem Knaben aber erinnerte sich an sein Versprechen und begann mit seinem Werk die Kranken waren so leicht wie eine Feder aber ihre Wunden rochen nach Verwesung und es war ihm so zumute als müsse er tote Fische über Bord werfen doch er blieb standhaft dabei und nur bei dem letzten einem armen gelähmten Knaben übermannte es ihn so dass er nur so tat als ob er ihn wasche und ihn dann wieder zurück trug während der ganzen Zeit stand das Mädchen still auf dem Rasen und sah ihm zu als er nun fertig war dachte er nichts anderes als so schnell wie möglich vorzukommen und strickte schweigend seine geöffnete rechte Hand aus das Mädchen sah ihn lange an und hob dann eine silberne Flöte an die Lippen und als sie leise zu spielen begann standen die Kranken von ihrem Schmerzenslager auf und begann mit seligem Lächeln einen langsamen Tanz nur der arme Knabe der nicht gewaschen worden war blieb liegen und sah mit Tränen in den Augen zu da ließ das Mädchen die Flöte sinken und wies den Wartenden aus dem Garten geh hinaus sagte sie streng und trage dein unreines Herz zu den Fischen zurück deiner Mutter aber sage dass sie umkehren soll denn du bist nicht derjenige der sie erlösen wird da wurde der Knabe zornig und er sagte laut wer bist denn du dass du mir Befehle zu geben hast aber wie er es gesagt hatte versanken das Schloss und der Garten das Mädchen und die Kranken eine öde Heide lag um ihn und in der Ferne saß eine alte Frau auf einem Stein die hob einen Stock und drohte ihm dann machte er sie schnell davon schwamm wieder durch den Strom und sagte böse zu seiner Mutter es war alles Lug und Trug und ich bin es nun müde deinen Träumen nach zu jagten und damit nahm er die Schubkarre und fuhr denselben Weg zurück als sie wieder zu Hause angekommen waren lief der älteste gleich nach seinen Netzen und seine beiden Brüder hoben die Mütter auf und betteten sie wieder auf ihr Lager dort sah sie ihre beiden Söhne an und sagte es war umsonst aber ich habe mich getäuscht woran hast du dich getäuscht fragte der zweite dass ich dachte es sei dein Bruder aber nun wo ich mich recht erinnere ist es mir doch fast gewiss dass du es warst der im Traume von mir her ging da erschrak der zweite ein wenig und sagte dass es nun auch auf dem Felder heiße Arbeit gebe und er vom Flötenspiel nicht zu verstehe aber die Mutter sah ihn traurig an und sagte wenn ich dich nun recht von Herzen bitte würdest du es mir dann verweigern da schämte sich der zweite und sagte dass sie morgen mit dem frühsten aufbrechen könnten und was den ältesten nicht gelungen sei werde ihm sicher gelingen denn er sei stiller und der jüngste aber schließt sich wieder still aus der stube verbarg sich im schilf und saß dort traurig bis es dunkelte am nächsten morgen fuhr der zweite so die Mutter über die heide und es erging ihn wie bei der ersten fahrt und als sie nach acht Tagen wieder zu der alten Frau kamen nahm diese sie wieder freundlich auf ließ sie sich am Feuer wärmen und sagte dann zu dem Knaben nach drei Tagen werdet ihr in ein großes Moor kommen weit hinten zwischen Schilf und Binsen werdet ihr eine Hütte sehen dann musst du deine Mutter in den Schatten bringen und am Abend auf die Hütte zu gehen und du darfst dich nicht fürchten ob auch die Erde unter dir weicht und an der Hütte musst du tun was man dir aufträgt und darfst dich da nicht verweilen und keine Fragen stellen und denk immer an deinen Bruder dem es misslungen ist weil er nicht gehorsam war daran soll es nicht fehlen sagte der Knabe zuversichtlich und am dritten Abend tat er wie es ihm erfohlen war zwar graute es ihm schon als er noch weit von der Hütte entfernt war denn die Erde wich unter ihm und große Blasen stiegen aus der Tiefe und Kröten saßen rechts und links des Weges und sahen ihn mit ihren goldenen Augen an als freuten sie sich schon auf die seltene Speise aber er blieb doch tapfer dabei nur den kalten Schweiß musste er sich von der Stirne abwischen als er die Hütte erreicht hatte ringsum war alles öde und leer aber in der Hütte saßen drei schöne waren aus reinem Gold das wäre etwas für mich dachte der knapper und ich muss zusehen dass ich das für mich gewinne da die Mädchen schwiegen sah er sich um und er blickte in einem Winkel der Hütte ein kleines Kind das lag in einer Wiege und lächelte ihm zu schon wollte er den Mund auftun und fragen was das alles bedeutete aber es fiel ihm rechtzeitig zu Ende spannen und dachte dass er wenn er nun aufs Feld gehen werde sein Pferd an einer goldenen Leine würde führen können es ist nur gut sagte er sich dass sie mich nicht hinter den Strom geschickt haben um Aussätzige zu waschen wie es mein Bruder geschehen ist hier sieht mir die Sache sehr viel leichter aus inzwischen hatten die Mädchen ihre Rocken abgesponnen und die Älteste winkte den Knaben heran und sagte nimm diese Fäden und Knüpfe daraus ein Netz damit wir das Kind hinein legen und wiegen können da wunderte er sich machte sich aber fleißig an die Arbeit denn er sah dass die Mädchen an einen Tisch mit den herrlichsten Speisen zubereiteten und Krüge mit goldenem Wein dazus setzten die Arbeit ging ihm leicht von der Hand denn hatte seinem Bruder oft bei den Netzen geholfen nur den letzten Faden schob er heimlich in die Tasche falls es ihm nicht gelingen sollte das Netz mit sich zu nehmen als er fertig war hingen die Mädchen das Netz über einen Haken in der Decke legten das Kind hinein und wenn sie es sanft anstießen schwang es leise hin und her durch den Raum du kannst dich nun an diesen Tisch setzen sagte die Älteste wieder und essen und trinken was du begehrst aber vergiss nicht die goldene Wiege zu schaukeln sonst ist alles umsonst was du getan hast wir drei haben noch draußen zu tun da versprach der Knabber alles und kaum sah die Mädchen über das Moor gehen als er sich konnte noch nie hatte er so herrliche Dinge gegessen und er wollte seiner Mutter gerne ein bisschen was davon mitnehmen aber da er immer noch Hunger hatte so hörte er nicht eher auf als bis nur noch die leeren Schüsseln dastanden und auch die leckte er aus wie es in seiner gierigen Art lag dazwischen stieß er ab und zu das goldene Netz an und wartete auf in dem herz mit einem stab der am kopfende lehnte fuhr er fort das kind zu wiegen solange bis ihm die augen zu fielen er erschrak als die morgensonne ihn weckte und die mädchen schweigend vor seinem lager standen ach sagte er dreist ein bisschen bin ich wohl eingenegt aber es war schwer genug die Mutter zu fahren kranke sind so schwer wie ein Mühlstein die mädchen sagten noch immer nichts und die älteste reichte ihm schweigend eine kleine silberne flöte und ein kraut das duftete nach wehrmut da war er sehr froh er war nun überzeugt dass er die blume finden würde das kraut schob er achtlos in die tasche und da niemand ein wort sprach machte er sich davon und lief so schnell er konnte über das mohr zurück die kröten lang noch immer da und es war jemals blickten sie ihm höllisch nach seine mutter fragte ihn traurig weshalb er so lange ausgeblieben sei und hätte sich doch nicht verweilen sollen aber er lachte nur übermütig zog die flöte aus der tasche und setzte sie an den Mund aber als das kühle Metall seine Lippen berührte verwandelte es sich in eine Schlange die stach ihn in den Mund und er schrie vor Schmerz und setzten auf da erschrak die Mutter und fragte ihn ob er nichts anderes mitbekommen habe und er legte es schnell auf die Wunder aber kaum dass der Schmerz nachgelassen hatte so begann er zu fluchen dass die alte sie ins verderben geschickt habe und dass er Lust habe ihre Hütte anzuzünden wie es solche Hexen geziemer die Mutter aber sagte traurig kehre nur um lieber Sohn um was uns ins verderben schickt ist immer nur unser eigenes Herz so kam sie wieder zu Hause an und als sie beiden Brüder ihn fragten welches Missgeschick ihn betroffen habe sagte er laut gar keine es und griff in die Tasche um den goldenen Pfad heraus zu ziehen aber was er heraus zog war nichts als ein Pferdehaar und der älteste lachte ihn aus als die Mutter aber schlaflos und traurig auf ihrem Lager ruhte kam der Jüngste leise zu ihr kniete bei ihr nieder und sagte weine nicht liebe Mutter morgen in der Früh wollen wir beide uns aufmachen und ihn mit aller Zärtlichkeit und sagte liebstes Kind vergib mir nun dass ich blind war und lass es mich nicht entgelten er aber bat sie nicht so zu sprechen und am anderen Morgen brachen sie auf die beiden Brüder aber spotteten und meinten am Abend wollten sie ihn am Waldrand abholen der Miss dahin werde er wohl doch kommen mit seinen starken Armen der Knabe hatte sich wo etwas gefürchtet aber wie er die Karre aufhob war sie leicht wie eine Feder und den ganzen Tag lang plauderte und sang er so dass die acht Tage ihn vergingen wie im Traum die alte Frau aber war so freundlich dass sie nicht wusste was alles ihnen Gutes tun konnte und als sie wieder aufbrachen segnete sie den Knaben und sagte sei nur so gut und still wie immer nun hatten die Brüder ihm nichts von ihren Erlebnissen erzählt und ihm nur arglässig geraten er solle immer ordentlich fragen daran habe es bei ihnen gefehlt die Mutter aber wiederholte ihm den Rat der alten Frau und als sie am Strom angekommen waren küsste sie ihn und ließ ihn gehen er traf alles an wie der älteste Bruder und es erbarmte ihn den kranken und streichelte ihm die Wangen und reichte ihm die silberne Flöte sei nur unverzagt sagte sie es wird ja nichts fehlen und auch in der Moorhütte traf er alles an wie der zweite Bruder es getroffen hatte aber er legte sich nicht nieder verwahrte etwas Speise und Wein für seine Mutter und wiegelte das Kind bis die drei Mädchen zurück kamen da bedankten sie sich streichelten ihm die Wangen und schenkten ihm das goldene Netz das er gefluchten hatte die Tage darauf kamen sie in einen großen Wald aber bevor sie die ersten Bäume erreichten geschah ein großes Unglück in dem das Rad der Karre brach und nicht mehr wieder zurecht zu machen war da stand der Knabe ganz bestürzt da und wollte seine Mutter auf dem Rücken weitertragen aber sie schüttete den Kopf und sagte ich glaube nicht dass die Mädchen ihr das Netz ohne Absicht gegeben haben lass mich nun hineinsteigen und sehen was daraus wird und als sie mit beiden Füßen hineingestiegen war und er es aufzuheben versuchte war es so leicht wie eine Feder und er nahm die Mutter behutsam auf den Rücken und ging mit ihr in den Wald hinein da war es nun so wie es die Mutter geträumt hatte das Abgründe und Schluchten sich vor ihnen auftaten dass der Boden der Moore unter ihnen wich und dass Wölfe und Schlangen und große Spinnen sich vor ihnen aufrichteten um sie nicht vorbeizulassen aber der Knabe nahm die Flöte aus dem Kleid und blies leise vor sich hin und da taten die Abgründe sich zu und das Moor wurde fest unter ihnen und die Tiere neigten sich und schlichen still in ihr dick von Ferne sahen sie den blauen Schein der von der Blume ausging und den ganzen Himmel erleuchtete da stellten sie still an das Ende der langen Reihe von Kranken und Siechen und warteten bis auch ihre Stunde gekommen war und als die Mutter auf ihre kraftlosen Knie sank und ihr Gesicht über die Blume neigte und ihren süßen Duft einatmete richtete sie sich glückselig davon als hätte sie niemals ein Leid getragen Als sie aber aus dem Weide heraus gekommen waren und ein wenig rasteten sah die Mutter den Knaben an und sagte Nun sind mir meine Augen aufgegangen und ich bitte dich mir zu vergeben dass ich gering von dir gedacht habe weil ich dein Herz nicht erkannt hatte Der Knabe wollte es aber nicht hören Lass nur gut sein liebe Mutter sagte er wir wollen nun ein schönes und stilles Leben führen und ich werde nicht mehr im Schilf zu sitzen und traurig zu sein brauchen und als sie nach Hause kam verwunderten die Brüder sich über alle Maßen und meinten schließlich zu ihrem Trost dass es nicht mit rechten Dingen zu gegangen sei die Mutter aber sah sie eine Weile an und sagte dann es geht überall mit rechten Dingen zu liebe Söhne wo ein reines Herz das Dunkel besiegt und da ihr noch jung und stark seid so wäre es gut für euch wenn ihr etwas in die Welt ginget um dort zu lernen dass es noch mehr gibt als Gulden auf Gulden zu häufen und wenn ihr das gelernt habt sollt ihr wiederkommen und bei uns leben da war es den Söhnen zuerst nicht recht den Acker und den Fischfang aufzugeben aber als die Mutter jedem von ihnen einen goldenen Faden aus dem Netz gereicht hatte damit sie einen Anfang hätten war es ihnen recht zu zeigen dass sie noch mehr könnten als eine Traumblume finden die Mutter aber blieb mit ihrem jüngsten in der Hütte und es gelang ihnen alles wohl was sie begannen Die Schlafkönigin Der kleine Fritz lag im Bett aber er konnte nicht einschlafen das war etwas ganz ungewöhnliches sonst hatte er nachdem Mutter mit ihm gebetet hatte kaum noch Zeit Amen Gute Nacht Schlaf schön zu sagen alles in einem Atem der schlief er auch schon aber heute wollte es nicht gehen unruhig warf er sich hin und her irgendwo zwickte es ihn er glaubte im Herzen aber es war im Magen da lagen zwölf wohlgezählte Pellkartoffeln die drückten wie Wackersteine zuerst fand es Fritz übrigens ganz interessant ein bisschen länger wachzuliegen dann hatte man Zeit über allerlei nachzudenken wichtig genug war es doch gewiss einen Plan darüber zu machen wo morgen die große Schlacht die er mit den Jungen aus seiner Klasse verabredet hatte geschlagen werden sollte und dann ob er wohl wirklich dem Hans das lange Stück Bindfaden den Feuerstein und das alte Taschenmesser für den gelb gefleckten Salamander geben sollte das wollte überlegt sein das Taschenmesser hatte er freilich nur noch eine Klinge und die war schartig und der Bindfaden war zusammengeknotet aber immerhin da kam ihm plötzlich ein unangenehmer Gedanke die Rechenstunde morgen in der Schule fiel ihm ein zwei Aufgaben fehlten ihm noch nein jetzt wurde es langweilig nun wollte er nicht mehr nachdenken sondern schlafen wenn er die Augen recht zukniff musste es doch gehen aber auch das half nichts im Bettchen neben dem seinen hörte er die leisen regelmäßigen Atemzüge des Brüderchens während er selbst den Kopf immer unruhiger in die Kisten hineinbohrte nun wollte er noch einen letzten Versuch machen und zwar mit Fluchen er knirschte mit den Zähnen wie er es von dem betrunkenen Schuster aus der Kellerwohnung gehört hatte und stieß ein wildes Potolokipol hervor mirmels untereinander das war russisch und ein fürchterlicher Fluch Fritz hatte nämlich Freundschaft mit einem russischen Sprachlehrer der oben im Hause wohnte geschlossen und ihn flehentlich gebeten ihm einen schweren russischen Fluch zu lehren mit dem er Schulfreunden imponieren wollte so hatte der Russe ihm beigebracht Potolokipol zu sagen und gehörig mit den Augen dabei zu rollen und nun glaubte Fritz Fluchen zu können wie der wildeste Kosak und war stolz darauf dem dem russischen war es natürlich gar nicht eingefallen einen kleinen Jungen fluchen zu lassen denn er wusste dass das nicht recht ist Potolokipol waren drei harmlose Worte und hießen Stubendecke und Fußbooten aber das ahnte Fritz nicht er fand dass es schauerlich schön klang als so noch sein geliebter Kosakenfluch den Schlafnicht herbeizwang gab sich Fritz einer geländen Verzweiflung hin die Tränen saßen ihn schon um Halse und stiegen in die Augen aber nein herunterporzeln sollen sie nicht er riss daher die Augen weit auf und richtete sie starr auf die gegenüberliegende Wand der matteschein der Nachtlampe die wegen des kleinen Bruders brannte fiel gerade auf ein Bild das dort hing und das das Fritz sehr liebte er stellte ein Stück aus einem schönen grünen Walde vor auf dessen Moosboden die herrlichsten bunten Blumen wuchsen hochragender Fingerhut und stolze gelbe Königskerzen aber das hübscheste auf dem Bild war dass unter einem großen feuerroten Fliegenpilz behaglich ein kleines Männchen saß wie unter einem Regenschirm es trug ein verschossenes Wämslein und einen grauen Mantel dessen spitze Kappe ihm den Kopf bedeckte und hatte einen langen weißen Bart der fast bis zur Erde niederreichte das war ein richtiges Waldmännchen so wie sie sein müssen Fritz wusste das wohl aber Nanu was war war denn da los was war denn da los fritz fritz halb zornig halb traurig an ja sagte der zwerg mit feiner stimme und du wunderst dich noch dass sie heute nicht zu dir kommt weißt du denn nicht dass sie zu ungezogenen Kindern überhaupt nicht kommt ich bin nicht ungezogen antwortete fritz trotzig aber es war ihm nicht wohl dabei und sein Herz klopfte mir machst du nichts vor vor der andere unbeirrt fort ich weiß alles zwölf pellkartoffeln und ein schlechtes gewissen au das muss drücken bin froh dass ich es nicht bin warum hast du denn deine gute mutter angelogen sie fragte und da sagte ich und da stotterte fritzer wird ja sie fragte dich gestern abend wie viel pellkartoffeln du schon gegessen hättest und du sagtest fünf und es waren doch schon zehn und daraufhin gab sie dir noch zwei war es nicht so aber wollte fritz sich entschuldigen jedoch der kleine graue schnitt ihm das wort ab du bist ein ungezogener junge sagte er streng und deshalb ist sie auch heute nicht zu dir gekommen wer denn fragte fritz mehr neugierig als reuevoll wer anders als die schlafkönigin berummte das waldmännchen die schlafkönigin fritz machte große augen und sah dabei sehr dumm aus dass du ungezogen gewesen bist ist umso mehr schade als ich mir gerade heute etwa etwas hübsches für dich ausgedacht hatte fuhr der andere fort jetzt geht es natürlich nicht er er machte das waldmännchen zu tun stundelang auf den feuerstein schlagen fritz 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 Das gab einen ordentlichen Ruck, gerade wie vor ein paar Tagen, als er im Schlaf aus dem Bett gefallen war. Aber als er wieder um sich blicken konnte, war er gar nicht mehr in seinem Schlafzimmer, sondern mitten in einem wundervollen Walde. Und es war nicht Nacht, sondern heller Tag. Freilich schon gegen Abend, denn die untergehende Sonne schimmerte glutrot durch die Bäume. Fritz wunderte sich nicht im Geringsten über diese plötzliche Verwandlung. Seit er das graue Männlein auf seinem Bettrand anstand auf dem Bilde gesehen hatte, wunderte er sich über nichts mehr. Und darin hatte er recht. Er sah sich nun sehr vergnügt und neugierig um. Und plötzlich kam ihm der Wald so merkwürdig bekannt vor. Richtig, da waren ja die hohen gelben Königskerzen, der prächtige Fingerhut mit den vielen roten Glocken und die leuchtenden Fliegenpilze von dem Bilde daheim. Und neben ihm stand sein alter Freund das Waldmännlein und blinzelte ihm lustig zu. Nun sind wir in meiner Heimat, sagte er. Hier herrscht der Waldkönig, der eine Art Vetter von mir ist. Nicht wahr? Es ist schön hier. Famos, schrie Fritz entzückte und sprang einem Eichhörnchen nach, das vor ihnen flink über den Weg lief. Aber es floh nicht, sondern ließ sich von Fritz greifen und setzte sich ihm zutraulich auf die Schulter. Im Unterholz rauschte es. Ein schlankes Reh trat hervor und legte Fritz sanft die Hand. Und ein mächtiger Hirsch mit stolzem Geweih schritt ihm zur Seite und eugte ihn freundlich an. Leise flüsterte der Abendwind in den Baumkronen. Sie schritten auf dem grünen Mose dahin und viele andere graue Männlein begegneten ihnen, die alle so aussahen wie Fritzens Waldmännchen. Der nickte seinen Landsleuten fröhlich zu und bat sie vorläufig, den Waldkönig von ihm zu grüßen. Er käme nachher noch selber vor. Nur müsse er erst Fritz zur Schlafkönigin begleiten, das hätte er versprochen. Da erklärte Fritz, daran läge ihm nicht mehr viel, denn schöner als hier könne es auch dort nicht sein und es wäre ihm ganz recht, hier zu bleiben, denn ein Eichhörnchen und ein Reh hätte er sich sowieso längst gewünscht. Aber das Waldmännchen sagte, das ginge nicht, weil es schon bei der Schlafkönigin angemeldet wäre, nahm Fritz bei der Hand und zog ihn mit sich fort. Im Vorbeigehen brach er von einer Edeltanne ein Stück Harz, das in die Tasche steckte. Jetzt kommen wir gleich in das Reich der Blumenfee, erzählte er. Hier ist die Grenze, aber wir dürfen ohne Pass und Zoll hinüber, weil doch die Blumenfee mit dem Waldkönig verheiratet ist. Das ist alles eins. Dahinter liegt dann das Land der Schlafkönigin. Auch dorthin kommen wir unangefochten, da die Blumenfee und die Schlafkönigin durch die Rote Mohnblumenelfe ein bisschen miteinander verwandt sind und es deshalb nicht so genau nehmen, besonders wenn ich dich führe. Er regte seine kleine Gestalt stolz in die Höhe. Der Wald lichtete sich und von den Strahlen der scheidenden Sonne feurig umleuchtet, wanderten sie durch den herrlichen Garten, in dem die Blumenfee wohnte. Überall wiegten sich wunderschöne farbenprächtige Riesenblumen auf schlanken Stielen ihnen entgegen und in ihren Kelchen saßen die lieblichen Blumenelfen, spielten auf kleinen goldenen Hafen und sangen weiche, süße Lieder dazu. Das klingt ja fast so schön, wie wenn meine Mutter abends dem Brüderchen vorsingt. Summ, summ, der Sandmann geht um, aber ich glaube, Mutter singt doch noch besser, sagte Fritz und faltete unwillkürlich die Hände, als wolle er sein Nachtgebet sprechen. Je weiter sie gingen, je näher sie der Grenze des Reiches der Schlafkönigin kamen, desto leiser und müder wurde der Gesang der Elfen. Und die Blumenkelche schlossen sich zu. Es war, als ob alles schlafen gehen wollte. Und dann waren sie im Reiche der Schlafkönigin, gerade als der letzte Schein der goldenen Sonne wie ein glänzendes Fünkchen hinter dem Horizont verschwand und weiche, graue Dämmerschatten sich ausbreiteten. Eine große, wundervolle Ruhe und Stille lag über allem. Behutsam führte das kleine Männlein Fritz durch ein weites Feld von hochstängeligen Blumen, deren feuriges Rot noch in der Dämmerung zu leuchten schien. Das ist Mohn, sagte Fritz, ganz stolz auf seine Kenntnisse. Den haben wir bei uns im Garten auch, nur ist er da nicht so groß und riecht nicht so stark wie hier. Schnell zog das Waldmännlein das duftende Harzstück aus der Tasche, das er im Weide abgebrochen hatte, und gab es Fritz. Rieche daran, meinte er, sonst wird dir der Duft hier zu stark und du schläfst ein. Höher und höher, wie herrlich schlanke Säulen ragten die Stänge der Mohnblumen in die Luft. Sie rankten sich ineinander und bildeten blütende Wände und Kuppeln. Und wenn man genau zusah, so bemerkte man, dass ein wundervolles, über allemaßen schönes Schloss war. Darin lag die Schlafkönigin und schlief. Sie ruhte auf weichen, dunklen Kissen, die ihr die Nachtfee, mit der sie eng befreundet war, über und über mit goldenen Sternen bestickt hatte. Und ihre langen, schwarzen Haare breiteten sich wie ein königlicher Mantel um sie her. Ach, sie war schön. Ihr süßes, liebliches Gesicht war weiß wie Schnee. Nur die Lippen schimmerten brennend rot, und die schwarzen Augenwimpern lagen wie fein gezeichnete Schatten auf den Wangen. Ihre Brust hob und senkte sich regelmäßig. Sie atmete leise und ruhig. Um das Lager der Schlafkönigin herum lagen wie eine Wache die drolligsten kleinen Murmeltiere im tiefen Schlaf. Das Waldmännchen stand bewundernd und ehrerbietig vor seiner schönen schlafenden Freundin. Aber Fritz wurde die Sache auf Dauer langweilig. Er hatte sich die Schlafkönigin amüsanter gedacht. Eben ist die Sonne untergegangen und die schläft schon, meinte er fast verächtlich. Gerade wie mein kleiner Bruder zu Hause. Das Waldmännlein runzelte die Stirn und sah ihn streng an. Weißt du nicht, dass alle Leute die Nacht zu arbeiten haben, am Tage schlafen und sich neue Kraft zu holen? Denkt doch an die Bäcker bei euch im Hinterhause. Oder den Nachtwächter, der euch gegenüber wohnt. Ja, sagte Fritz, aber ich meinte... Eben ging am dämmerigen Himmel der erste Stern auf. Mit einem Male waren plötzlich alle Murmeltiere auf den Beinen und rieben sich mit ihren kleinen Pfoten den Schlaf aus den Augen. Das sah so possierlich aus, dass Fritz laut lachen musste. Da öffnete auch die Schlafkönigin ihre wunderbaren nachtdunklen Augen, richtete sich auf und sah Fritz freundlich an. Guten Tag, sagte Fritz, obgleich er ja eigentlich gute Nacht hätte sagen müssen, und streckte ihr treuherzig die Hand hin. Aber sie nahm sie nicht, sondern nickte ihm nur zu. Wenn ich dich anrühre, schläfst du ein, und wir wollen uns doch erst ein wenig kennenlernen, denn bis jetzt habe ich dich ja nur im Schlafe gesehen. Aber dein Freund, das Waldmännchen, hat mir viel von dir erzählt. Ja, fiel der ein, und meiner wäre doch aus dem Besucher heute nichts geworden, denn... Und er war im besten Begriff, die Geschichte von den zwölf Pellkartoffeln zu erzählen. Jedoch Fritz, der glühend rot geworden war, kam ihm zuvor. Aber ich habe bei Potoloki Pell geschworen, es nicht wieder zu tun, versicherte er eifrig. Da gab sich das Waldmännchen zufrieden. Und auch die Schlafkönigin sagte nur nachsichtig, ich weiß, ich weiß. Und ging nicht näher auf die Sache ein. Sie liebte es nicht, unnötige Worte zu machen. Nun erhob sie sich von ihrem Lager, reckte ihre wunderschönen weißen Armer ein wenig und schüttelte ihr langweilendes, dunkles Gewand, das beim Liegen ein paar Falten bekommen hatte. Nachdem sie noch ein paar Mal verstohlen gegähnt hatte, was ihr allerliebst stand, sagte sie, Es ist höchste Zeit, an die Arbeit zu gehen, denn ich habe viel zu tun. Man bringe mir meine Flügel. Ein paar größere Murmeltiere stürzten diensteifrig davon. Fritz darf mich heute Nacht begleiten, bestimmte die Schlafkönigin. Und du? Warnte sie sich an das Waldmännchen. Aber der lehnte dankend ab. Er müsse noch bei seinem Vetter, dem Waldkönig, vorbeigehen. Bei dessen kleinsten Kind solle er Pate stehen und da wolle er sich gern mal erkundigen, was wohl als Patengeschenk erwünscht war. Jetzt brachten die Murmeltiere ein paar mächtige, cool-schwarze Flügel angeschleppt, die die Schlafkönigin sich an den Schultern befestigte. Am Tage, wenn ich schlafe, lege ich sie immer ab, erklärte sie. Denn sie drückte mich beim Liegen. Mein Kranz? Befall sie wieder und es wurde ihr auf goldene Platte ein Kranz von leuchten, roten Mohnblumen gereicht, den sie sich aufs Haupt setzte. Dann drückte sie sich noch einen großen Strauß von Mohnblumen in den Arm, nahm die beiden Körper mit den guten und bösen Träumen in die Hand und nun war sie bereit. Die Murmeltiere hatten sich in Reihen aufgestellt wie eine Ehrenkompanie. Sie präsentierten ganz militärisch mit Mohnblumenkapseln wie mit kleinen Gewehren und pfiffen einen Abschiedsmarsch. Gehab dich wohl, sagte die Schlafkönigin zu den Waldmännchen und erhob sich mit lautlosem Flügelschlag in die Lüfte. Und Fritz befand sich plötzlich, ohne dass er wusste, wie ihm geschah, auf den mächtigen Schwingen einer riesigen Eule, die mit ihm hinter der Schlafkönigin herflog. Hui, das sauste durch die Luft. Es war nun schon ganz dunkel geworden, sodass man nichts mehr sehen konnte. Nur die Augen der Eule funkelten durch die Finsternis. Aber Fritz fürchtete sich nicht. Er schlang seinen Arm um den Hals der Eule, um sich festzuhalten und da fiel ihm ein Bild aus seinem Märchenbuch daheim ein. Wie Däumelinchen auf dem Rücken einer Schwalbe durch die Luft fliegt. Dass er, der große Fritz, nun dasselbe erleben musste wie das kleine Däumelinchen. Ja, es passieren wunderliche Sachen in der Welt. Endlich leuchtete unter ihnen ein heller Schein auf und als sie näher kamen, war es eine große, große Stadt, in der noch viele Laternen auf den Straßen brannten. Trotzdem es schon sehr spät war. Und auf das schönste Haus, das in der Mitte der Stadt lag, ein prächtiges Schloss, flogen sie zu. Die Schlafkönigin setzte sich leicht auf eine Fensterbank und blickte in das erleuchtete Zimmer. Und Fritz durfte auch hineingucken. Drinnen saß ein hoher, stolzer Mann in Purpur und Hermelin gekleidet, eine schimmernde Krone auf dem Kopfe und Zepter und Reichsapfel neben sich auf dem Tisch. Er blickte ernst und gütig und war noch eifrig mit Regieren beschäftigt. Der Kaiser! Flüsterte Fritz atemlos. Und die Schlafkönigin nickte. Zudem gehe ich immer zuerst, erzählte sie leise. Nicht, weil er mein vornehmster Kunde ist. Nein, ich habe alle guten Menschen gleich lieb, hoch und niedrig. Sondern, weil er mich am nötigsten hat. Denn das Wohl und Wehe vieler Tausender ruht auf seinem Herzen. Glaubst du, dass es leicht ist, Kaiser zu sein, wenn man das mit dem Regieren ernst nimmt? Sieh, wie die Krone seine Stirn drückt, wie schwer der Purpur auf seinen Schultern liegt. Sie klopfte energisch an die Scheiben und als der Kaiser aufsah, nickte sie ihm zu wie einem guten Freunde. Da lächelte er freundlich, öffnete das Fenster und sagte, Gleich, gleich, ein kleines bisschen muss ich noch regieren. Dann bin ich für heute fertig. Aber davon wollte die Schlafkönigin nichts wissen. Denk an die große Parade morgen. Sagte sie, da musst du frisch sein. Geh zu Bett. Es klang süß überredend, als ob eine liebe Mutter zu ihrem Kind spricht. Dabei legte sie ihm die größte und schönste von ihren Mohnblumen auf den Tisch. Und daneben den herrlichsten Traum, den sie hatte. Der glänzte wie ein Edelstein. Nun half es nichts mehr. Der Kaiser musste plötzlich herzhaft gähnen und sich vor Müdigkeit so gewaltig recken, dass ihm dabei fast die Krone vom Kopf befiel. Er konnte nur noch eben seine Regierungsbücher zusammenpacken, Krone, Zepter und Reichsapfel auf den Stuhl vor die Tür legen, damit sie das Mädchen dort am anderen Morgen zum Putzen abholen konnte und rasch ins Bett springen. Da schlief er auch schon und lächelte glücklich im Traum. Befriedigt flog die Schlafkönigin weiter und Fritz hinter ihr her. Aus dem Fenster eines ärmlichen Kleinhauses schimmerte noch Licht. Eine Mutter saß dort mit verweinten Augen am Bett ihres kranken Kindes. Sie hatte es so über alle Maßen lieb und wusste doch, dass sie es verlieren sollte. Wenn er schlafen kann, ist es gerettet. Aber sonst, hatte der Doktor gesagt beim Weggehen. Und das Kind schlief nicht, sondern warf sich vom Fieber geschüttelt in den Kissen hin und her. Die Mutter weinte lauter und ein kleiner Vogel im Käfig in der Ecke piepste erschreckt auf. »Rasch, rasch!« drängte Fritzi Schlafkönigin, aber schon hatte sie eine ihrer roten Blumen auf das Bettchen des Kindes gelegt. Und plötzlich wurde es ruhiger. Gleicht und sanft atmete die kleine Brust. Es schlief. Und die Mutter stürzte mit einem erstickten Freudenschrei in die Knie. Da fuhr ihr die Schlafkönigin mit ihrer weißen Hand leise übers Gesicht und ein wohltätiger Schlummer schloss die tränenmüden Augen. Ja, die Schlafkönigin hatte recht gehabt, wenn sie sagte, dass sie viel zu tun hätte. Und Fritz wunderte sich jetzt nicht mehr, dass sie am Tage schlafen musste, um sich auszuruhen. So viele gute Kinder gab es zu besuchen, um mit schönen Träumen zu beschenken. So viel braven Arbeitern, fleißigen Hausfrauen mussten mit Mohnblumen der erquickenden Schlaf gebracht werden. An manchen Fenstern freilich eilte sie auch vorbei, ohne sich darum zu kümmern. Da hinterlagen die unartigen Kinder, die naschten, logen und ungehorsam waren, denen höchstens im Vorbeifliegen ein hässliches, verhutzeltes Träumchen, das ihr ängstigter aufs Bett geworfen wurde. Dahinter wohnten die bösen Menschen, die betrogen und die Tiere quälten. Die Geizigen, die Geld zusammenscharrten, ohne den Arm etwas abzugeben und viele andere schlimme Leute. Die bekamen keine Blumen von der Schlafkönigin, sondern das böse Gewissen setzte sie ihnen stattdessen auf das Herz, grinste sie zähnefletschend an und drückte noch schwerer als zwölf Pellkartoffeln. Ja, das kannte Fritz. Aber nicht überall kam die gute Schlafkönigin gelegen. Da wohnte hoch oben in einem Dachkämmerchen ein armer Dichter, mit dem sie sehr gewogen war und dem sie manchen Abend liebreich geholfen hatte, das Leid und die Enttäuschung des Tages in sanften Schlummer zu vergessen. Heute jedoch streckte er ihr abwehrend und fröhlich lachend die Hände entgegen, als er ihr liebes, schönes Gesicht an seinem kleinen Fenster erblickte. Vielen Dank für den Besuch. Sagte er, aber ich habe heute wirklich keine Zeit. Seine Augen leuchteten. Ich erwarte einen hohen Gast. Fuhr er fort. In meinem Kopf klingelt es. Ein Märchen hat sich angemeldet und die Uneingeladenen kommen. Das sind die Vornehmsten. Ich muss versuchen, es festzuhalten. Vielleicht bringt es mir endlich, endlich Anerkennung und Glück mit. Ach, du weißt ja, wie nötig ich beides habe. Die Schlafkönigin nickte verständnisvoll, nahm die Mohnblume, die sie schon für ihn bereit geschafft hatte, wieder an sich und warf dem Dichter nur auf gut Glück ein paar hübsche, bunte Träume ins Zimmer. Vielleicht halfen sie ihm, das Märchen festzuhalten, das zu ihm kommen wollte. Ich will mir die Hausnummer merken, sagte Fritz. Und wenn sein Märchen gedruckt ist, will ich es mir zu Weihnachten wünschen. Das ist ein guter Gedanke, lobte die Schlafkönigin. Die Straße, durch die sie jetzt flogen, erschien Fritz mit einem Male seltsam bekannt. Da wohnt mein Freund Hans, rief er erfreut, auf ein hübsches Haus deutend. Weißt du, der mit dem gelb gefleckten Salamander. Wollen wir ihm eine Blume und einen hübschen Traum bringen? Dann erzähle ich ihm morgen früh in der Schule, dass er mir das so verdanken hat und dafür muss er mir die beiden Rechenaufgaben machen, die noch fehlen. Die Schlafkönigin schien zu zögern und schlüssig krammte sie in ihrem Traumkörbchen. Da sah Fritz plötzlich in dem Terrarium, das am Fenster stand, den Salamander steif und tot auf dem Rücken da liegen, so dass man seinen schwarzen Bauch sehen konnte. Und zornig schrie er, Das ist gemein! Der ist gewiss gestern schon krank gewesen, deshalb wollte er mir in Hans auch nicht zeigen. Und dabei wollte er mir doch das Taschenmesser, den Bindfaden und den Feuerstein dafür abluchsen. So ein Schubjagg! Und ehe die Schlafkönigin es hindern konnte, hatte er rasch den allergräulichsten Traum, den sie noch im Korb hatte, herausgerissen und seinem hinterlistigen Freunde an den Kopf geworfen. Da stöhnte Hans angstvoll auf. Du bist naseweiß, sagte die Schlafkönigin ärgerlich und gab Fritz einen kleinen Klaps auf die Finger. Wenn du unartig bist, nehme ich dich nicht weiter mit. Meinetwegen, brummte Fritz trotzig. Der schmähliche Betrug von Hans hatte ihm die Laune ganz verdorben. Und als sie nun weiter flogen, gefiel er sich darin, die gute Schlafkönigin mit ungezogenen Bemerkungen zu ärgern. Der gibt nur keine von deinen schönen Blumen, das ist eine dumme Gans, nörgerte er, als sie in einem zierlichen Stübchen ein liebliches, blondes, junges Mädchen in ihrem weißen Himmelbett liegen sahen. Ich kenne sie wohl, sie ist die Freundin meiner großen Schwester. Früher war sie riesig nett und wir haben viel Ulk zusammen gemacht, aber jetzt ist sie albern geworden. Sie bekümmert sich gar nicht mehr um mich, besonders wenn mein Vater der lange Referendar da ist. Nein, ich mag sie nicht mehr. Aber die Schlafkönigin hörte gar nicht auf seine Worte, sonst hätte sie ihm gewisse eins auf den Mund gegeben. Sie schaute liebevoll auf das junge, glückstrahlende Gesichtchen in dem weißen Kissen, dessen Augen weit offen mit seligem Ausdruck in die Ferne blickten. Das Mädchen hielt ein Bild in der Hand, das sie zuweilen an ihre unschuldigen Lippen führte. Morgen will er zur Mutter kommen, morgen bin ich seine Braut, flüsterte sie. Oh, wie habe ich ihn lieb, wie bin ich so glückselig. Schenk ihr keine Blume, zitterte Fritz von Neuem. Nein, sagte die Schlafkönigin weich. Die soll nicht schlafen. Sie würde mir zirnen, wenn ich ihr heute die Glückstunden abkürzen wollte. Aber dich, mein Junge, fuhr die Schlafkönigin fort, werde ich jetzt zu Hause absetzen. Eigentlich müsste ich dir ja böse sein, denn du bist wirklich in der letzten Zeit nicht sehr artig gewesen. Aber das hübsche Bild, das ich eben sah, hat mich so beglückt, dass ich Gnade vor Rechte gehen lasse und annehmen will. Hier lächelte sie schelmisch und spitzbübisch. Du wärst sehr, sehr müde und wüsstest daher nicht mehr so recht, was du sprichst. Und da standen sie auch schon vor dem Hause, in dem Fritz und seine Eltern wohnten. Die Schlafkönigin trug noch eine letzte wundervolle Mohnblume im Arm. Sie hielt sie in die Höhe. Wem im Hause soll ich sie schenken? fragte sie. Mir natürlich, antwortete Fritz in gewohnter Bescheidenheit und wollte nach der Blume greifen. Aber plötzlich hielt er inne. Es war ihm etwas eingefallen. Nein, sagte er rasch. Ich will sie nicht. Bring sie lieber der armen, kranken Nähmari, die ganz oben im Haus wohnt. Die hustet Tag und Nacht und sagt immer, wenn ich doch nur einmal eine Nacht ordentlich schlafen könnte. Da sah die Schlafkönigin den kleinen Fritz mit ihrem allersüßesten Lächeln an. Nun habe ich dich wieder sehr lieb, sagte sie herzlich, klopfte ihm freundlich auf die Schulter und küsste ihn mitten auf den Mund. Sie konnte freilich nicht wissen, wie sehr Fritz jede Art von Zärtlichkeit, besonders wenn sie von weiblicher Seite kam, abgeneigt war. So sehr, dass seine große Schwester Maus Spars einen Kuss von ihm auf ihren Weihnachtswunschzettel geschrieben hatte. Nein, sich küssen lassen ging gegen Fritz Mannes ihrer und wenn es von der Schlafkönigin in höchster Person war. Er schüttelte sich dann auch und sagte ziemlich ungnädig, lass doch sein. Nein, antwortete sie und plötzlich war es Mutters lachende Stimme. Lass nicht sein. Junge, Junge, du schläfst ja wie ein Morbeltier. Wie willst du denn noch zur Schule fertig werden? Er blinzelte mit den Augen, machte sie aber gleich wieder zu. Nein, das war doch entschieden, das Allermerkwürdigste von all den seltsamen Abenteuern dieser Nacht, dass er nun plötzlich wieder in seinem Bett lag, ohne zu wissen, wie er hineingekommen war. und dass statt der Schlafkönigin, mit der er eben noch gesprochen hatte, die Mutter vor ihm stand. An seinem Kopf drehte es sich wie ein Mührerat. Mutter, mummete er halblaut, du musst mir das Märchen von dem Dichter zu Weihnachten schenken und der Hans ist furchtbar gemein, der hat mich mit dem Salamander beschummeln wollen. Ich glaube, du träumst noch, sagte die Mutter lachend und fuhr ihr mit einem nassen Schwamm über das Gesicht. Da machte Fritz die Augen auf und sprang aus dem Bett. Sein erster Blick galt dem Waldbild an der Wand. Richtig, da saß das graue Männchen wieder ruhig unter seinem Pilz, als ob es nie fort gewesen wäre. Aber es schien Fritz, als ob es ihn ernst und fest ansehe und da fiel ihm das Versprechen ein, das er dem Waldmännchen gegeben hatte. Du, Mutter, sagte er und schnürte mit Feuer Eifer seine Stiefel zu, um nicht aufgucken zu brauchen. Ich hatte gestern Abend doch schon zehn Peilkartoffeln gegessen und nicht erst fünf, als du mich fragtest. Die gute Mutter nickte. Ich weiß es, antwortete sie. Dörter hat sie gezählt und es mir nachher gesagt. Aber ich wollte gern, dass du es mir selber beichten solltest. Wenn es dir wirklich leid tut, dann wollen wir nicht weiter davon reden. Da fiel ihm Fritz ein Stein vom Herzen und in überwallener Dankbarkeit sagte er zu seiner Mutter, ich will dir was schenken. Willst du lieber das Taschenmesser oder den Feuerstein haben? Aber Mutter dankte aufrichtig für beides und sagte, sie wäre schon mit dem Versprechen zufrieden, dass Fritz nie wieder lügen wollte. Und das gab er ihr feierlich. Potologi, Paul! Da kam ihm plötzlich ein anderer Gedanke. Was macht die Schneidermarie, Mutter? fragte er eifrig. Hat sie heute Nacht geschlafen? Wie kommst du denn darauf? fragte die Mutter erstaunt. Ja, es geht ihr besser. Nach langer Zeit hat sie heute Nacht zum ersten Mal wieder ordentlich geschlafen. Sie hat es Dörter erzählt, als die ihr von ihr Milch hinaufbrachte. Fritz wurde ganz rot vor Freude, machte ein geheimnisvolles Gesicht und wollte eben anfangen, der Mutter sein Abenteuer mit der Schlafkönigin zu erzählen. Da war es ihm, als ob das Waldmännchen auf dem Bilde leicht seinen Finger auf den Mund legte. Als wolle es sagen, lass das lieber zwischen uns Männern bleiben. Die großen Menschen sind oft so wunderlich in solchen Sachen. Sie glauben es womöglich gar nicht einmal. Da behielt Fritz sein Geheimnis für sich. Nur mir hat er es mal anvertraut. Und weil es doch eigentlich ein recht merkwürdiges Erlebnis ist, dachte ich, es würde euch Spaß machen, auch davon zu hören. Und deshalb habe ich es euch nun erzählt. Ich habe aber vorher Fritz um Erlaubnis gefragt. Das Beste wird freilich sein, ihr behaltet es für euch und spricht nicht weiter darüber. Denn die Schlafkönigin mag es nicht gern, wenn viel von ihr geredet wird. Sie wirkt lieber in der Stille. Aber wenn sie heute Abend zu euch kommt und euch ein schönes Träumchen schenkt, dann könnt ihr sie vom kleinen Fritz grüßen. Und von mir auch. Mummelchen Es war einmal eine schöne kleine Nixe, die hieß Mummelchen und lebte im Mummelteich. Mummelchen fühlte sich immer so sehr einsam im Mummelteich, denn der Mummelteich war recht sumpfig und alle, die darin herumkrabbelten, waren sehr versumpft und scheuten sich beinahe schon vor dem klaren Wasser. Sonst waren auch ganz nette Leute darunter, zum Beispiel die Froschvettern, die abends so schön sangen und auch stets von ausgesuchter Höflichkeit waren. Die Unken waren dicke alte Tanten, die es gut meinten. Aber immer, wenn sie Mummelchen sahen, so unkten sie sich an und rieten jedoch endlich auch einen richtigen, anständigen Kraken zu heiraten und mit ihm ins Meer hinaus zu schwimmen, so wie ihre Schwestern es getan hatten. Das war so langweilig, denn wenn auch Mummelchen Schwestern alle so richtige und anständige Kraken geheiratet hatten, Mummelchen selbst hatte gar keine Lust dazu. Sie sehnte sich nach etwas ganz anderem, nur wusste sie selbst nicht recht, wonach sie sich eigentlich sehnte. Und niemand im ganzen Sumpf wusste es, weder die Froschvettern noch die Unkentanten und nicht einmal die Seerosen, die immer träumten und mit offenen Kelchen das silberne Mondlicht tranken. Aber eines Nachts, als Mummelchen mitten unter den Seerosen saß, da schienen die Sterne am Himmel so klar und spiegelten sich im Mummelteich, sodass es aussah, als wäre die ganze gestirnte Nacht in den See versunken. Denn die Sterne scheinen in jedem Sumpf und es ist nicht ihre Schuld, wenn es die Unken nicht merken. Mummelchen aber hatte die Augen, die die Sterne sehen und wie sie die vielen Sterne sah, da wusste sie mit einem Male, wonach sie sich immer gesehnt hatte. Sie wollte eine Seele haben, darin sich auch die ewigen Sterne spiegeln könnten. Was eine Seele war, wusste sie freilich noch nicht genau zu sagen, aber das hätte sie ja auch erst gekonnt, wenn sie eine gefunden hätte. Sie sagte sich auch, dass es gewiss sehr schwer sein würde, eine Seele zu finden, aber versuchen wollte sie es jedenfalls. wenn sie nur jemand nach dem Weg zu einer Seele hätte fragen können. Sie war ja eine so unerfahrene junge Nixe und wusste gar nicht Bescheid mit solchen Dingen. Aber die Froschvettern hätten ihr nur Höflichkeiten gesagt und die Unkentanten hätten ihr wieder geraten, endlich einen anständigen Kraken zu heiraten. Da beschloss Mummelchen, den alten Quabbelonkel zu fragen, denn er war die älteste und klügste Person im ganzen Sumpf. Und wenn der es nicht wusste, dann konnte es gewiss niemand wissen. So stieg dein Mummelchen in den tiefsten Sumpf hinab und da saß der Quabbelonkel und aß Miesmuscheln. Der Quabbelonkel war so eine Art Gallatkugel mit Froschbein und Krötenärmchen. Sein ganzer Körper war mit Miesmuscheln bedeckt, die auf ihm wuchsen und die er sich absuchte und verspeiste. So hatte er seine Nahrung immer bei sich. Er hatte ganz kleine geschickte Äuglein im Quabbelkopf. Aber dafür war sein Mund so ungeheuer groß, dass er mit der Mitte seines Mundes sprechen, in der einen Ecke eine Miesmuschel hineinstecken und aus der anderen Ecke die Schalen wieder ausspucken konnte. Und das konnte er alles gleichzeitig. »Onkel Quabbel«, sagte Mummelchen, »ich möchte dich gerne etwas fragen.« »Ich weiß schon«, sagte der Quabbelonkel, »du hast schon wieder Sehnsucht und weißt nicht, wonach. Aber mir ist nun eingefallen, wonach du dich immer sehnst. Du sehnst dich nach mir, mein liebes Mummelchen.« Und der Quabbelonkel lachte, dass sein ganzer Galler dann schwanken geriet und die Miesmuscheln an seinen Beinen klapperten. »Nein«, sagte Mummelchen, »nach dir sehne ich mich nicht. Dich habe ich ja auch immer da und brauche dazu, nur in den tiefen Sumpf hinunter zu steigen. Aber ich weiß jetzt, wonach ich mich sehne. »So«, sagte der Quabbelonkel, »dann setz dich auf meinen Schoß und erzähle es mir. Auf deinen Schoß kann ich mich nicht setzen, Onkel Quabbel«, sagte Mummelchen, »du hast ja gar keinen Schoß, weil dein Bauch so groß geworden ist.« »Ja, das ist wahr«, sagte der Quabbelonkel und sah auf seinen Gallertbauch. »Ich mache mir zu wenig Bewegung, aber wenn ich mir Bewegung mache, dann wachsen mir die Miesmuscheln nicht mehr am Leibe und das ist so sehr bequem. Du könntest aber mal Kribbel Krabbel auf meinem Bauch machen. Das habe ich sehr gern und dann bekommen wir die Miesmuscheln auch besser. Mummelchen schüttelte den Kopf. Sie hatte keine Lust dazu. Der Onkel war so scheußlich glitschig. »Nein, Onkel Quabbel«, sagte sie, »ich habe keine Zeit, Kribbel Krabbel auf deinem Bauch zu machen. Du kannst dir Unkentanten darum bitten. Ich muss fort von hier, denn ich muss gehen, mir eine Seele suchen, liebes Kind«, sagte der Quabbel Onkel, bleibe hier und is Miesmuscheln. Ich will dir die fette Muschel schenken, die auf meinem linken großen Zeh sitzt. »Nein, ich danke dir«, sagte Mummelchen, isst sie nur allein auf und guten Appetit. Sag mir lieber, was ich tun muss, wenn ich eine Seele suchen will. »Ja, Kindchen«, sagte der Quabbel Onkel, »ich denke mir, wenn jemand was suchen will, wird er sich bewegen müssen. Du musst wandern, aber ich täte es nicht, es wird ihr nicht bekommen. »Ich will wandern gehen«, sagte Mummelchen, denn ich sehne mich zu sehr nach einer Seele. Aber wohin muss ich wandern, um meine Seele zu suchen? »Ja, Kindchen«, sagte der Quabbel Onkel, »Ich denke, du wirst wohl aus dem Sumpf heraus müssen. Wohin du gehst, weiß ich auch nicht, ich bin noch nie aus meinem Sumpf heraus gekommen. Die Sterne riefen mich, ich will den Sternen nachgehen«, sagte Mummelchen und stieg langsam zum Spiegel des Mummelsees hinauf. »Es kann ihr nicht bekommen, Kindchen«, rief der Quabbel Onkel und streckte beschwörend den linken großen Zeh mit der fetten Miesmuschel aus. Aber es war zu spät. Mummelchen war ans Ufer geschwommen und wanderte durch Ried und Heide den Sternen nach. Aber je weiter sie wanderte, umso ferner rückten die Sterne und es schien ihr, dass der Weg nach den Sternen ein sehr weiter und beschwerlicher Weg sein müsse. Und als sie müde wurde vom weiten Weg, da wurde die Nacht dunkel und die Sterne erloschen. Das geht einem jeden so, der den Sternen nachgeht. Mummelchen war sehr erschrocken, als sie sah, dass die Sterne erloschen und es dunkel und weglos um sie herum wurde. Aber wenn die Sterne vom Himmel fort sind, dachte sie, so sind sie sicherlich auf die Erde herunter gefallen und spielen dort verstecken. Ich werde ins Dunkel hineingehen, bis irgendwo ein Lichtlein auflot. Dem will ich den nachwandern und das wird sicher ein Stern sein, denn es ist doch viel zu schwer für einen Stern sich auf der Erde zu verstecken, dass man gar nichts mehr davon sieht. Mummelchen wusste eben nicht, dass nicht immer ein Stern vom Himmel fällt. Und sie wusste auch nicht, dass ein vorüber, selbst wenn es ein noch so leuchtender klarer Stern ist, wenn er auch mitten auf der Gasse liegt. Es sind die Alltagsgedanken der Menschen, die ihr graues Bartuch drüber decken und darunter sind schon manche Sterne erloschen. Mummelchen hätte ja vielleicht den Stern bemerkt, weil sie kein Mensch war, aber es fiel nun mal keiner vom Himmel. Die Sterne fallen nur, wenn sie selbst hatte Mummelchen weiter durch Sternenlose Dunkel und ihre Füße wurden so müde und wund wie die Füße aller Werten, die den Sternen nachgehen. Da endlich lote ein Lichtlein auf einem hohen Berge auf. Und als Mummelchen näher kam, da sah sie, dass das Licht in einem großen Schloss war, das Mauern und Türme und Ärger hatte und in dem es eine Menge Prunkzimmer geben musste, denn es blitzt aus allen Fenstern heraus von Gold und Edelstein. Das muss eine ganze Sternenversammlung sein, dachte Mummelchen und ging gerade in das Schloss hinein. Im Schloss waren ein König und eine Königin und eine ganze Menge Lakaien und Zofen, die nur für den König und die Königin da waren. Die Lakaien des Königs waren die Würdenträger des Reiches und die Zofen der Königin waren die Frauen der Lakaien und hießen Hofdarm. Es ist mehr bunt als schön und eine Sternenversammlung ist es nicht, wie ich hoffte, dachte Mummelchen. Aber eine Seele muss ich sicher hier finden, wo so viele vornehme Menschen sind. Ich werde warten, bis die Leute näher kommen, dann will ich sie nach auf ein Ruhebett im Königssaal, um zu warten, bis die ganze Hofgesellschaft näher kommen würde. Als sie vielen Lakaien Mummelchen sahen, machten sie sehr entsetzte Gesichter, aber sie sagten nichts, denn sie waren Lakaien und durften nur sprechen, wenn sie gefragt wurden. Die Königin aber, die keine Märchenkönigin, sondern eine Menschenkönigin war, ging auf Mummelchen zu und fragte sie, wer sie sei und ob sie am Ende Hofdame werden wolle. Denn die Königin war eine sehr praktische Frau und sie hatte gleich gesehen, dass Mummelchen sehr schön war. Bekomme ich dann eine Seele? fragte Mummelchen. Nötig ist das nicht, sagte die Königin und sie war sehr unangenehm berührt von einem so wenig hoffähigen Wunsche. Dann möchte ich lieber keine Hofdame erwerten, sagte Mummelchen, denn ich bin eine Nixe und ich suche eine Seele. Pui, wie scheußlich, sagte die Königin, eine Nixe hat ja nasse Kleider und damit setze ich die Person auf mein königliches Kanapé. Scheußlich, riefen alle Lakaien und Hofdamen. Mummelchen aber ging traurig aus dem Schloss hinaus und sie wusste nun, dass hier eine Seele nicht zu finden war. So wanderte Mummelchen weiter, bis sie wieder ein Licht schimmern sah, aus einem großen Hause mit dicken Mauern und festen Gewölben. Das Licht war sonderbar gelb und fahl und sah nicht aus, als ob es ein Stern wäre. In dem Hause lebte ein reicher Mann und erzählte seine Schätze. Ich möchte gerne eine Seele haben, sagte Mummelchen. Eine Seele, sagte der reiche Mann. Ja, ich kann ihr meine Seele geben, sie regt sich immer mal dazwischen, also wird sie wohl noch da sein. Nur sehr viel Geld musst du mir dafür geben. Geld hat der Quabbelonkel im Mummelteich genug und über genug, sagte Mummelchen. Aber solch eine Seele wie du möchte ich nicht haben. Liebe habe ich gar keiner. Eine Seele muss man auch nicht kaufen, man muss sie geschenkt bekommen. Geschenkt wird bei mir nichts, sagte der reiche Mann und warf die Türe hinter Mummelchen zu. Mummelchen aber wanderte weiter, bis sie wieder ein Haus sah, in dem ein Lichtlein brannte. Das Haus war klein und das Lichtchen war noch kleiner. Es war sehr unwahrscheinlich, dass es ein aber Mummelchen war schon so müde und traurig und so wollte sie alles versuchen und trat in das Haus hinein. Im Haus waren bloß Bücher, ganz schrecklich viele Bücher, dicke und dünne, aber meistens sehr dicke. Und unter all den dicken Büchern saß ein gelehrter Mann bei einer trüben Tranenlampe und las. Was willst du hier? fragte der gelehrte Mann und betrachtete Mummelchen im Licht seiner Tranenlampe. Ich bin eine Nixe und ich suche eine Seele, sagte Mummelchen. Es gibt weder Nixen noch Seelen, sagte der gelehrte Mann. Ich bin aber eine Nixe, sagte Mummelchen und es zuckte trotzig um ihre Lippen. Ich komme gerade vom Mummelteich, wo die Froschvettern und Unkentanten leben und der Quabbelonkel. Die Tranenlampe begann zu flackern. Es gibt keine Nixen, sagte der gelehrte Mann. Also bist du gar nicht da. Der gelehrte Mann las weiter, die Tranenlampe brannte auch weiter und Mummelchen ging hinaus. Immer weiter wanderte sie und war nun schon sehr müde und traurig geworden. Da blickte Mummelchen etwas Wunderbares. Sie sah eine große Kirche mit herrlichen Spitzbogen und Türmen und das Kerzenlicht vom Altar fluterte durch die bunten Fenster in die Nacht hinaus. Das ist der Stern, den ich suche, dachte Mummelchen und sie wollte in jubelnder Erwartung in die Kirche eintreten, denn nun musste sie ja sicher eine Seele finden. An der Schwelle aber stand ein Mann in einem schwarzen Gewand und fragte sie nach ihrem Begehren. Ich bin eine Nixe und suche eine Seele, sagte Mummelchen und in ihren Augen leuchtete schon der Widerschein der Kerzen am Altar. Die Kirche ist nichts für Nixen, sagte der Mann im schwarzen Gewand und schloss die Tore, dass sie dröhnen und zuschlugen. Es war ganz finster und die Glocken läuteten. Da sank Mummelchen in die Knie und bag das Gesicht in den Händen. Sie war so müde und traurig und hatte keine Hoffnung mehr, eine Seele zu finden, die sie so brennend suchte. Wenn in diesem Hause mit den heiligen Kerzen nicht Gottes Sterne waren und keine Seele zu finden war, dann gab es sicher keine Seele auf der Erde und kein Stern da vom Himmel gefallen war. Die Glocken läuteten und Mummelchen hörte deutlich, dass sie weinten. Aber die Glocken weinten nicht um Mummelchen, sondern um den Pfarrer einer Kirche und das tun sie schon lange. Dann hörten auch die Glocken auf zu weinen. Der Himmel und die Erde waren dunkel und es war eine Finsternis, wie sie Mummelchen noch nicht erlebt hatte. Es war die Finsternis, die alle kennen, die den Sternen nachgegangen sind. Wie Mummelchen aber die Hände vor den Augen nahm und so hoffnungslos hinaus sah in die große Finsternis, da sah sie ganz nah ein kleines Engelchen stehen. Die kleinen Engelchen sind nämlich viel näher, als man denkt. Man übersieht sie bloß so leicht, weil sie eben sehr klein sind. Das kleine Engelchen hielt ein Laternchen und leuchtete damit einem Dichter, der auf der roten Heide saß und Märchen schrieb. Das ist immer so, denn ein Dichter kann nur dann Märchen schreiben, wenn ein kleines Engelchen mit seiner Laterne dazu leuchtet. Das Laternchen ist kein Stern, dachte Mummelchen. Dazu ist es zu klein, aber es ist doch vielleicht das Kind von einem Stern, weil ein Engelchen es in der Hand hat. Da ging Mummelchen auf den Dichter und das Engelchen zu, richtete die großen traurigen Augen auf sie und sagte, ich bin eine Nixo und ich möchte gerne eine Seele haben. Weiter nichts, fragte der Dichter, fasste Mummelchen um den schlanken Leib und küsste sie auf beide Augen. Das Engelchen aber löschte sein Laternchen aus, denn dazu brauchte es nicht zu leuchten, das wusste es schon, denn das, was geschah, war auch so ein wirkliches Märchen. Von Gottes Himmel aber fiel ein Stern und setzte sich Mummelchen ins Haar. Weißt du nun, dass du eine Seele hast? fragte sie der Dichter und winkte dem Engelchen, dass es nicht so zugucken solle. Ja, sagte Mummchen, jetzt habe ich eine Seele und seit du mir die Augen geküsst hast, sehe ich, dass etwas von meiner Seele in allem ist, was auf der Welt ist. Dann hast du eine wirkliche Seele. Denn nur wer eine wirkliche Seele hat, der sieht die Seele in allem. Es gibt viele Wege, sich eine Seele zu suchen. Einer der hübschesten ist sicherlich der, sich von einem Dichter die Augen küssen zu lassen. Es muss aber schon ein Märchendichter sein, sonst hilft es nichts. Nur sind die Dichter darin ein bisschen einseitig. Sie küssen nämlich nur solche, die so sind wie Mummelchen und nicht wie der Quabbelonkel. Denn die Seelen küsst man nur wach in denen, die sie suchen. Das Engelchen aber hat in dieser Nacht sein Laternchen nicht wieder angezündet. Blumenzauber Diese Geschichte stammt aus der Zeit des Kaisers in Sung von der Sung Dynastie. Aus der Provinz Jiangnan, wo selbst etwa zwei Meilen außerhalb des Osttors der Bezirkshauptstadt Pian Kian sich das Dorf Xianglo befand. In dem Dorfe wohnte ein Greis namens Chuchan, der einer Bauernfamilie entstammte und einige Morgen Landes und ein Haus dazu besaß. Seine Frau war gestorben, ohne ihm Kinder hinterlassen zu haben. Seit seiner Jugend hatte Chuchan leidenschaftlich geliebt, Blumen zu ziehen und Fruchtbäume zu pflanzen. So gab er dann später den Ackerbau auf und lebte nur noch für seine liebste Beschäftigung. Bekam er durch Zufall eine Gattung besonders köstlicher Blumen, so freute er sich nicht minder, ja noch mehr, als ob ihm ein Schatz Perlen in den Schoß zu tun, traf aber draußen während er unterwegs war schöne Blumen oder Bäume an, so kümmerte er sich nicht darum, ob der Besitzer sie ihn ansehen lassen mochte oder nicht, sondern ging so gleich hin und bat mit lächelndem Gesicht, sie betrachten zu dürfen. Waren es dann häufige Pflanzen oder solche, die er selber in seinem Garten besaß und just ebenso in Blüte wie hier, so mochte es geschehen, so mochte es geschehen, dass er schneller wieder fortkam. War es aber eine Art köstlicherer Blumen, die er nicht besaß oder er besaß sie, doch sie waren schon verblüht, so vergaß er darüber alle wichtigsten Dinge, blieb und mochte nicht fort oder versäumte sich gar den langen Tag, ohne ans nach Hause gehen zu denken. Deshalb nannte man ihn, den Blumennarren. Traf er einen Händler, der schöne Blumen mit sich führte, überlegte er nicht lange, ob er auch Geld bei sich habe oder nicht und ließ kein vorüber, ohne zu kaufen. Hatte er kein Geld bei sich, so verpfändete er seine Kleider und bezahlte mit diesen. Manche Blumenhänder, denen sein Wesen wohl bekannt war, forderten einen hohen Preis. Er ließ sie es aber nicht anfechten und kaufte dennoch. Böse Menschen, die von seiner Blumenliebe wussten, suchten von überallher die schönsten Blumen zusammen, brachen sie ab und umgaben die Wunde mit Erde, um seine Nahheit zu betrügen. Doch er kaufte auch diese. Aber es war seltsam, was immer er pflanzte, gedieh, auch solche wurzellosen Blumen. Mit der Zeit wurden, umflochten von einem Bambuszaun, daran die mannigfaltigsten Schlinggewächse sich zu einer Wildnis verwirrten. Unterhalb des Zaunes wieder gab es allerlei Gesträuch und Staudenpflanzen und in den Bäumen schlangen sich Kletterranken und Blumen mit tausenderlei Namen Ansehen und Gestalt, sodass man die Arten und Gattung gar nicht zähend vermochte. Jedes Mal, wenn sie blühten, schien sie einen Wurzel an Wurzel standen wunderbare Gesträuche, Wurzel an Wurzel standen wunderbare Gesträuche oder ein köstlicher Blumenflor. Und war der eine noch nicht verblüht, so schoss der andere in Blüten auf. Gegen Süden befand sich eine Tür mit zwei aus Zweigen geflochtenen Flügeln, zu welcher ein Fußpfad hinaufführte, der zu beiden Seiten mit Bambus gepflanzt war. Dazu standen beiderseits zwei Reihen aus Tannenreisig geflochtener Hecken. Im Hintergrund befand sich dann das Häuschen mit drei Räumen und einem gräsernen Dach. Trotz der Grasdecke war das Haus aber hoch, luftig, hell und sonnig. Im Mittelraume an der Wand gab es eine Malerei ohne Schrift, dann eine Lehnbank aus weißem Holze und einige Tische und Stühle, alles sauber und wohlgepflegt gleich dem Estrich auf dem nicht ein Fleck oder Stäubchen zu bemerken war. Die darunter liegenden köstlich eingerichteten Räume dienten dem Blumennarren als Schlafzimmer. Ringsum aber gab es nichts wie Blumen. Erzweckten die vier Jahreszeiten nicht und ein immerwährender Frühling herrschte um das Haus. Vor dem Osttor des Gartens und ihm gegenüber lag der große See, dessen Wasserlandschaft in allen vier Jahreszeiten bei heiterem oder regnerischem Wetter immer vor der köstlichsten Reize blieb. Chu Shan hatte am Seestrand aus Lehm einen Damm aufgeführt und diesen reichlich mit Pfirsichbäumen und Weiden bepflanzt, sodass jedes Mal, wenn der Frühling kam, alles in roten und grünen Streifen erglänzte und die Schönheit fast der Pracht des Westsees glich. Am Flusse wuchsen überall Mondblumen, im See aber fünf farbige Wasserrosen, deren Duft zur Zeit der Wasserrosenblüte wie bunte Wolken über der Seefläche schwebte und die Haut der Menschen mit Wohlgeruch netzte. Kleine Wohra klang lieblich herüber. Ging ein kleiner Wind, so segelten und ruderten sie draußen zur Wette und es entstand ein fliegendes Gewimmel kreuz und quereilender Boote. Unter den weiten Bäumen trockneten Fischer ihre Netze. Manche von ihnen spielten mit Kindern, andere flickten die Netze, andere wieder lagen, nachdem sie zu viel Wein getrunken hatten, schlafend auf dem Schiff oder schwammend zur Wette und alles war erfüllt von Menschenruf und Lachen. Die Leute, welche die Wasserrosen betrachten wollten, kamen in geschmückten Booten mit festlicher Musik und waren so viele, dass die Boote dicht wie Fischschuppen nebeneinander saßen. Wenn dann der Abend kam, wandten sich die Steuer zurück. Dann sah man zehntausende Lichter und ermischt mit den Funken der Glühwürmer und den Flimmerschatten der Sterne, so dass man eins von dem anderen nicht mehr unterscheiden konnte. Wehte aber der Herbstwind, so röteten sich allmählich die Ahornwälder und auf dem gelben und grünen Ufermatten mischten sich verwelkte Weiden und Mondblumen. Allerlei Wasserpflanzen warfen ihren Spiegelschatten in die Flut und im Schilfe bargen sie scharenweise die Kraniche und ließen ihr traurig stimmendes Krähen ertönen. Zuletzt, wenn es Winter geworden, bedeckte das dichte Gewölk Wolke an Wolke den Himmel. Es begann zu schneien und oben und unten ran in einer unendlichen Farbe zusammen. Ach, wer vermöchte die Schönheit der vier Jahreszeiten auf dem See mit Worten zu beschreiben. Chushan pflegte jeden Morgen, wenn er aufgestanden war, die abgefallenen Blätter, die unter den Bäumen lagen, säuberlich zusammenzufiegen. Dann schöpfte er Wasser und begoss jede einzelne Pflanze und sobald es Abend war, zum zweiten Mal. Wenn dann eine Blume aufblühen sollte, konnte er sich nicht genug daran freuen. Er kochte Wein oder Tee, beugte sich zuerst vor der Blume, goss dann ein wenig vom Weine oder dem Tee zur Erde und rief dreimal hintereinander 10.000 Jahre. Darauf setzte er sich in den Blumenschatten, trank bedächtig und prüfte den Trunk mit Aufmerksamkeit auf der Zunge. War er wohlgelaunt vom genossenen Weine, so sang er irgendein Lied. War er müde, so nahm er sich einen Stein als Kissen und legte sich ohne Umschweife neben den Stamm des Baumes hin. Vom ersten Knospen bis zur vollen Blüte verließ er dem Baum keinen Augenblick. Brannte die Sonne zu heiß und nahm er einen Besen, tauchte ihn ins Wasser und schüttete ihn über die Blüten. Schien der Mond, so ging er die ganze Nacht nicht schlafen. Kam aber Sturm oder ein Regenguss, so ging er in einen schilfenden Mantel und geflochtenem Rohrhut unter den Bäumen und Blumen umher und sah überall nach, ob ihm nichts geschehe. Und war nur ein Zweiglein gekrümmt worden, so richtete er es mit einem Bambusstabe wieder auf. Ob es auch Nacht war, erhob er sich dennoch, um nach den Pflanzen zu sehen, und dies mehrere Male in jeder Nacht. Wenn es mit einer Blume zum Verblühen ging, seufzte er lange und manchmal fielen ihm die Tränen herunter. Da sie nicht litt, die abgefallenen Blütenblätter vorzuwerfen, fegte er sie leicht mit einem Besen zusammen, raffte sie auf und legte sie auf einen Teller. Zuweilen spielte er dann damit oder sah die Blätter nachdenklich an, bis sie völlig vertrocknet waren. Darauf füllte er sie in einen Krug, trank und betete, wenn dieser voll war in Trauer, als ob er sich nicht davon trennen könnte, nahm den Krug und begrub ihn tief in der Erde des Dammes. Dies heißt die Blumenbestattung. Waren die Blütenblätter vom Regen herabgeschlagen und von der Erde beschmutzt worden, wusch er sie zuerst mit lauterem Wasser und streute sie dann über den See. Dies heißt das Blumenbad. Er hasste es sehr, wenn man einen Zweig herunterbog und eine Blüte abbrach, denn er sagte, jede Blume blüht nur einmal im Jahre und bloß eine einzige von den vier Jahreszeiten dauert ihr Leben. Doch auch von dieser gehören nur wenige Tage ihr und sie übersteht drei Jahreszeiten für die schwindende Kürze ihrer schönen Zeit. Sieht man sie nicht tanzen, wenn der Wind weht und lacht sie nicht den Menschen an, als wäre sie selbst ein Mensch, der seine glücklichen Tage lebt? Plötzlich wird sie gebrochen. Könnten ihr Blumen rehen, wie schmerzig müsste dies sein. Hat dann aber die Blume ihre wenigen Tage bekommen, so ist sie zuerst im Knospen und zuletzt im Verblühen. Und nur der kerkliche Rest, der dazwischen liegt, gehört dem Glanze der entfalteten Blüte. Schmetterlinge und Bienen verletzen sie, Vögel und Würmer fressen sie an, Sonne dörrt, Sturm schüttelt, Regen schlägt, Nebel verhüllt sie. Nur der Mensch leistet ihr Beistand. Wenn man sie ohne Erbarmen bricht und pflückt, wo wessen Herz möchte es deuten? Und wer misst wie viele Jahre und Monde vergehen, ehe der Keim zum Strauch, der Strauch zum Baume heranwächst. Ist es dann nicht genug, die Blüten zu betrachten und ihren Duft einzuatmen? Müssen sie auch noch gebrochen sein? Man denke doch, dass eine Blüte einmal getrennt von ihrem Zweig nie wieder zurückkehren wird an ihren Ort, einem verstorbenen gleich, der niemals zurückkommt. Alle Blumenpflücker wählen sich den schönsten oder dichtesten blühenden Zweig hervor, tun ihn in eine Vase und stellen diese auf ihren Tisch, entweder um Gäste zu empfangen oder für kurze Zeit die Freuden des Trinkmals zu erhöhen oder Frauen und Mädchen einen Tag lang zum Schmucker. Wer denkt daran, dass die Gäste auch unter den Blüten sich sättigen könnten und essen und trinken und Schmuck für die Frauen durch besser ihn wachsen zu lassen und Jahr um Jahr zu betrachten und dann die Knospen, die mit den entfallten Blüten zusammengebrochen werden und am Zweige vertrocknen? Sie sind wie Kinder, die vor der Zeit gestorben sind. Und Menschen gibt es, die lieben die Blumen gar nicht, brechen sie aus Leichtsinn und schenken sie, wenn sie gepflückt sind, jedem, der sie haben mag oder Wenn die Blumen reden könnten, oh wie schmerzlich müsste das sein. Dies war Chuchans Ansicht über die Blumen. Noch nie in seinem Leben hatte er einen Zweig oder eine Knuspe abgebrochen. War er in einem fremden Garten, wo es Blumen gab, die er liebte, so konnte er tagelang dort verweilen, um sie zu betrachten. Wollte dann der Besitzer des Gartens einen Zweig abbrechen, um ihn ihm zu schenken, so hielt er dies für sündhaft und nahm ihn nicht an. Kam jemand um Blumen zu pflücken, so konnte er nichts da wieder tun, wenn er es nicht bemerkte. Bemerkte er es aber, so konnte er ihm stundenlang zureden, davon abzulassen. Wollte der andere nicht hören, so kniete er nieder ihnen, um das Leben der Blumen mit Blumenbrechen auf. Dann dankte er dem Welligen im Namen der Blumen. Wenn er Knaben traf, die Blumen pflücken gingen, um sie wieder zu verkaufen, schenkte er ihnen so viel, als sie damit lösen mochten und ließ sie nicht an die Blumen heran. War einer in seiner Abwesenheit gebrochen worden, so trauerte er zuerst und salbte dann ihre Wunder. Dies heißt die Blumenheilung. Deshalb ließ er auch nur selten Menschen in seinen Garten die Blumen zu betrachten. Kam wirklich ein verwandter oder guter Freund und er konnte es nicht verweigern, so ließ er ihn nicht eher ein, als bis er ihm seine Ansicht über die Blumen gesagt hatte. Auch fürchtete er, die üble Ausdünstung möchte den Blumen schaden. Darum gestattete er nur aus der Ferne sie zu betrachten und erlaubte niemand nahe hinzugehen. Wenn einer dennoch unbeachtet eine Blume abbrach, so geriet der Alte in solchen Zorn, dass sein Gesicht sich dunkelrot färbte und begann laut und heftig zu schelten. Er hätte den Missetäter nicht noch einmal eintreten lassen, um wenn er darob geschlagen worden wäre. Seither kannten alle Leute in der Gegend sein sonderbares Wesen und wagten nicht an Bäumen oder Blumen auch nur ein Blättchen anzurühren. Es ist bekannt, dass wo viele Bäume beisammen stehen, die Vögel dort ihre Nester bauen und wo Blumen sind, noch größere Scharen von Vögeln sich sammeln. Fressen sie nur von den Früchten, es wäre zu verschmerzen. Doch sie lieben es, sich von den jungen Knospen zu Scharen stets vielerlei Samen und Getreidekörner auf den Boten und betete dazu, die Vögel möchten seinen Blumen keinen Schatten zu fügen. Wer aber hätte gedacht, dass in seinem Garten selbst die Vögel Empfindungen hatten. Tag für Tag, wenn sie sich gesättigt hatten, flogen sie langsam zwischen den Blumen oder saßen auf den Bäumen und sangen. Und noch nie war eine Knospe oder Blüte von ihnen angerührt wurden. Deshalb trugen die Bäume in des alten Garten mehr Obst als in allen anderen und jede ihrer Früchte war groß und süß. Sobald sie gereift waren, betete er zum Blumengott. Dann erst wagte er es, von dem Obst zu versuchen. Dann sandte er auch allen Nachbarn davon zum Kosten hin und was übrig blieb, wurde verkauft, sodass er Jahr für Jahr ein Teil Geldes zurücklegen konnte. Die lebendige Heiterkeit der Blumen war auf ihn über gegangen. Trotz seiner mehr als 50 Jahre war er niemals müde oder träge gewesen. Seine Sehnen und Knochen schienen an Kraft gewachsen zu sein. Er trank nur groben Tee und nährte sich von grober Speise. Was er jährlich übrig behielt, schenkte er den Armen vom Dorfe. Deshalb ehrten ihn alle Leute im Dorf und nannten ihn höflich Heechu. Er selbst aber hatte sich den Namen gegeben der blumenbegießene Greis. In jener Zeit befand sich da selbst ein Mann aus der nächsten Stadt namens Jiang Wee, der ein adeligen Haus entstammte. Er war hinterlistig und grausam und unterdrückte die ganze Gegend, da er große Macht besaß. Wer unbewusst etwas tat, was ihm nicht gefiel, hatte es sogleich mit ihm zu schaffen. Stets war er von einer Schar Dienern gleich Wölfen und Tigern und einer Bande roher junger Leute umgeben, mit denen er Tag und Nacht umherzog und allerlei wilden Unfug verübte. Schon viele Familien dankten ihm Unhold ihr Verderben. Eines Tages nun war dieser einem begegnet, der es noch besser verstand als er und war von diesem ergriffen und halb zu Tode geschlagen worden. Als er darauf zu Gerichte ging, verlor er obendrein den Prozess. Nun schweifte er wie sinnlos mit seiner Bande in dem Dorf umher, das ihm gehörte und ganz in der Nähe von Xianglo war. Als er einmal beim Morgenimbiss schon getrunken geworden war und sich so wieder im Dorf herumtrieb, gelangte zufällig unmittelbar vor Herrn Schuhs Garten und gewahrte wie da vom Zauner all die Blumen so frisch und lieblich hersahen und alles in dichtester Blüte voll von Bäumen und Sträuchern stand. Dies ist ja eine Herrlichkeit, rief er aus. Wem gehört dieser Garten? Er gehört Herrn Schuh, dem man den Blumen nach nennt, antworteten die Diener. Davon vernahm ich schon, dass hier ein Herr Schuh so viele Blumen und Bäume gepflanzt haben soll, erbietete Jiang Wei. Da wir nun aber hier sind, warum gehen wir nicht hinein, sie uns anzusehen? Der Mann hat ein sonderbares Wesen, erklärten die Diener. Er erlaubt niemanden, seine Blumen anzusehen. Andere lässt er nicht hinein, sagte Jiang Wei. Wird er aber auch mit mir so verfahren? Geht hin und klopft! Es war gerade um die Zeit, da die Pfingstrosen aufblühten. Herr Schuh war eben mit Begießen fertig geworden und saß allein unter den Blumen mit einem Kruge Weins und zwei Tellern Früchten, um zu trinken und der Freude zu genießen. Kaum hatte er drei Becher getrunken, als er draußen einen Klopfen vernahm. Er legte den Becher von sich und ging hinaus. Einige betrunkene herein, um die Blumen zu betrachten, versperrte mit beiden ausgebreiteten Armen den Eingang und fragte, Was wollt ihr hier? Kennst du mich nicht? antwortete Zhang Wei. Ich bin der berühmte Junkai Zhang, das Dorf Zhang gehört mir. Wann sagt mir, du hättest so viele schöne Blumen in deinem Garten und ich komme eigens her, um sie mir anzusehen? Ich habe keine schönen Blumen hier, erwiderte Chu. Ich besitze nichts als Pfirsiche Aprikosen und dergleichen, aber auch diese sind schon verblüht, um diese Zeit gibt es keine anderen Blumen da. Zhang Wies Augen wurden groß. Es ist um toll zu werden, rief er. Ich komme her, nur um die Blumen anzusehen. Was kann das schaden? Und du sagst mir, du hast keine. Glaubst wo, ich fresse sie? Es ist keine Lüge, entgegnete Chu in Angst. Es sind wirklich keine Blumen hier. Doch Zhang Wei hörte nicht auf ihn, bog mit einem Ruck Chus Arme hinunter und stieß ihn vor die Brust, sodass er zur Seite taumelte. Dann drang er mit seinen Kumpanen ein. Als Chu sah, dass es schlimm werden wollte, blieb ihm trotz seines Schmerzes keine andere Wahl, als die Einringlinge gewähren zu lassen. Nachdem er sein Wein und das Obst vom Boden aufgehoben, blieb er neben ihn stehen. Die Leute sahen nun, dass der Garten voll von vielartigen Blumen und Bäumen stand. Keine aber blühten so herrlich wie die Pfingstrosen. Die Pfingstrose ist die Königin unter den Blumen. Die köstlichsten aber, die man davon finden kann, sind die Pfingstrosen aus Luoyang. Es lehrten, mannigfaltig an Namen und Farben und ein einziger Baum davon kostet 5000 Taillet Silber. Wenn aber einer früge, warum die Pfingstrosen aus Luoyang die köstlichsten unter allen sind, so stammt dies noch aus der Zeit der Kaiserin Wu Zai Dien, die in den Tagen der Tang Dynastie lebte. Sie war verschwenderisch, wollustig und grausam und hielt sich zwei Günstlinge, Zhang Zhe und Zhang Zhe Tung. Eines Tages um November nun gedachte sie im Parke des Palastes zu Lust wandeln und erließ eine Botschaft. Morgen früh will ich im Parke des Palastes Lust wandeln. Macht Feuer schnell all überall den Frühling kund. Hunderterlei Blumen sollen in dieser Nacht blühen und nicht warten bis der Morgen winzig erhebt. Da Wu Zai Dien eine gesetzt wagten es die Blumen nicht ihrem Erlasse zu wieder zu handeln und so wuchsen die Knospen und entfalteten sich die Blüten in einer einzigen Nacht. Am nächsten Morgen kam die Kaiserin in ihrer Hofkarosse nach dem Park des Palastes gefahren und sah tausend rote und zehntausend violette Blumen standen nahen Blüten und verbreiteten einen Glanz von dem man erblenden mochte. Nur die Pfingstrosen waren zu stolz der Kaiserin und ihren Günstlingen zu gehorchen. Deshalb war an ihnen kein einziges Blättchen gewachsen. Da ergrimmte Wu Zaitian und verbannte die Pfingstrosen nach Luoyang, von wo sie sich über die ganze Welt verbreitet haben. Hier im Garten nun waren die Pfingstrosen Bäume gerade dem Grashäuschen gegenüber angepflanzt. Ein kleines Gemäuer von aus dem See geholten Steinen umgab sie. Dazu war ein hölzernes Gerüst zur Stütze errichtet worden und eine turende Decke gegen die Sonnenhetze darüber gespannt. Die Höhe der Bäume betrug mehr als einen Giang und selbst die untersten Zweige standen noch sechs oder sieben Fuß hoch. Die Blüten hatten die Größe eines Tellers und es gab deren von Fünverlei Farben so schön untereinander gemischt, dass der Glanz die Augen blendete. Die Leute Giang Wees waren nun eines Lobes darüber. Giang Wee selbst aber stieg zugleich auf die Mauersteine um den Duft zu versuchen. Da Judy es nicht leiden mochte, sagte er zu Giang Wee Bitte geht nicht so nah heran. Giang Wee war schon gereizt, dass er zuvor nicht freiwillig eingelassen worden war und suchte eben willkommene Gelegenheit zum Streiter. Als er nun diese Worte vernahm, fuhr er fluchend auf den alten los. Du wohnst in meiner Nähe, solltest du meinen Namen noch nicht gehört haben. Hier steht alles voll von den schönsten Blumen und du sagst mir du habest keine. Statt nun froh zu sein, dass ich darüber schwieg, wagst du es Damit bog er Blüte nach Blüte herunter und hoch daran. Zhu Xian stand daneben und traute sich nicht, etwas da wieder zu sagen, denn er dachte nicht anders, als Zhang Wei werde die Blumen ansehen und dann gehen. Doch dieser wollte ihn geflissentlich herausfordern und sagte, wer wird so schöne Blumen betrachten, ohne ein Becher Weins dazu zu trinken? Er hieß sogleich die Dina Wein besorgen. Als Zhu Xian sah, dass hier Vorbereitungen zu einem Trinkgelager getroffen wurden, wuchs sein Zorn noch höher. Mein Haus, sprach er, ist wie eine Muschel, es ist kein Raum darin zum Sitzen, seht euch die Blumen an, trinken aber mögt ihr, wenn ihr zu Hause seid. Hier ist Raum genug, sich darauf niederzulassen, entgegnete Zhang Wei auf dem Boden weisend. Hier ist es schmutzig, darauf werdet ihr nicht sitzen wollen, sagte Zhu. Was tut's, rief Zhang Wei, wir werden schon Teppiche ausbreiten. In kurzer Frist war Essen und Trinken herbeigeschafft. Nun breiteten sie Teppiche, setzten sich in die Runde, tranken, spielten und ergützten sich. Zhu Xian stand mit verstörtem Antlitz daneben. Als Zhang Wei hier all die Blumen und Bäume so schön und prichtig sah, stieg ein böser Gedanke in ihm auf, sich des Gartens zu bemächtigen. Mit schillernden trunkenen Augen sprach er zu Herrn Zhu. Ob du gleich dumm drein siehst und alt, Blumen und Bäume zu pflanzen, verstehst du wohl. Hast du einen Becher Wein dafür, ich schenke ihn dir. Ich bin nicht gewohnt zu trinken, entgegnete Zhu zornig. Trinkt nur ihr selber. Möchtest du diesen Garten verkaufen? fragte nun Zhang Wei. Als Zhu dies vernahm, wusste er, etwas Schlimmes würde jetzt kommen, erschrak und sagte, dieser Garten ist mein Leben, wie litt es mich, ihn zu verkaufen? Leben oder nicht leben, rief Zhang Wei. Verkauf mir den Garten und wenn du sonst nichts zu tun hast, kannst du bei mir bleiben. Brauchst nichts zu schaffen, als den Garten pflegen, was gäbe es Besseres für dich? Hast Glück, Alter, mischten sich die Diener ein. Wenn Herr Zhang es auf diese Weise anzusehen geruht, solltest du dich beeilen, ihm zu danken. Herr Zhu sah, dass sie ihn Schritt für Schritt in ihr Netz treiben wollten. Eine Erregung ergriff ihn, dass ihm Hände und Füße zu erschlaffen und abzusterben schienen. Als er keine Antwort gab, sagte Zhang Wei, es ist nicht, um toll zu werden mit dem alten da, ob er den Garten verkaufen will oder nicht, steht bei ihm, warum also redet er nicht? Ich habe euch schon gesagt, ich verkaufe ihn nicht, entgegnete Zhu. Weshalb fragt ihr also noch? Blabber kein Unsinn, rief nun Zhang Wei. Wenn du noch einmal von nicht verkaufen redest, schreibe Zorn war nun auf das Höchste gestiegen und er hätte Zhang nun auch das Seine gesagt. Doch er überlegte, dass Zhang die Macht habe und über dies betrunken war. Wie hätte er sich ihm da gleich stellen mögen? So gedachte er sich ihn vorläufig aus der Nähe zu schaffen und abzuwarten, was weiterhin geschehen würde. Juncker, sagte er seine Erregung hinunterwirkend, wenn ihr einziges Gespräch zu einem Entschluss kommen. Gut, sagten die Anderen, du magst Recht haben, warten wir bis morgen. Inzwischen war die ganze Gesellschaft betrunken geworden und er hob sich. Die Diener räumten das Geschirr zusammen und entfernten sich zuerst. Der Chushan aber fürchtete, sie möchten den Blumen etwas antun, stellte er sich davor, um sie zu schützen. Zhang Wei in dessen koste es, was es wolle, stieg auf einen von den Mauersteinen und wollte sich eine Blüte brechen. Junka, rief Chushan ihn umklammernd, ob die Blume auch nur ein kleines Wesen ist, wer weiß davon, was es Mühe gekostet hat, die wenigen Blüten zu bekommen. Schmerzt es euch denn nicht, sie abzubrechen? Schon in ein oder zwei Tagen wird sie verwelkt sein. Wozu wollt ihr Er wollte sich gewaltsam losreißen, doch Chushan umklammerte ihn noch fester und rief, und wenn ihr mich erschlagt, ich erdulde es nicht, dass ihr die Blüte erbrecht. Wahrlich, sagten nun die anderen, der alte ist doch ein sonderbarer Kauz. Eine einzige Blüte, was macht das aus? Es sieht rein, als ob wir vor ihm fürchten sollten und denkt, wir würden um seinen Willen ablassen, nach Laune Blüten zu brechen. Sogleich gingen sie hin und rissen die Blüten herunter. Chuu, auf das schmerzlichste betroffen, schrie laut auf. Er ließ Zhang Wei fahren und suchte nur mit Leibes Kraft, die übrigen von den Blüten fernzuhalten. Doch zu seinem Unglück blieb sogleich die eine Seite entblößt, sobald er die andere zu decken suchte. In kurzer Zeit waren die meisten Blüten vom Zweige gerissen. Ihr böse Wichter, rief Zhu schmerzlich aus, kommt zu einem, der euch nie Schlimmes getan, um ihn zu kränken und zu beleidigen. Wozu ist mir nun mein Leben noch wert? Dann ging er auf Zhang Wei los und stieß mit dem Kopf vor die Brust. Der Anprall war so wütend und Zhang Wei überdies so heftig betrunken, dass er von dem Stoße zu Boten fiel. Er hat den Junker verletzt, riefen nun die anderen und wandten sich gegen Zhu Shan, um ihn zu schlagen. Doch befanden sich einige bedachtere Leute unter ihnen, die, die übrigen von ihm fort zu Zhang Wei und beredeten sie, erst diesen aufzuheben. Zhang Wei durch den Sturz noch wütender geworden, ging nun hin, schlug alle Blüten so viele ihrer Waren auf die Erde und stampfte damit nicht zufrieden noch heftig auf den abgefallenen herum. Da wurde Zhu Shans Schmerz so unerträglich, dass er sich zu Boden warf und kläglich über Himmel und Erde schrie. Als man in der Nachbarschaft vernahm, dass es im Garten Streit gab, gingen die Leute hin und sahen nun den Boden weit und breit mit Blüten und Blättern bedeckt. Zhang Weys Meute wollte sich eben auf Zhu stürzen, um ihn zu schlagen. Da legten sich die Nachbarn heftig erstrocken ins Mittel, beruhigten die Gesellen und fragten nach dem Grund des ganzen Auftritts. Unter den Nachbarn befanden sich auch einige Landpächter Zhang Weys. Die baten diesen um Entschuldigung für Zhu Shan. Während nun alle sich allmählich durch die Gartentür entfernten, sprach Zhang Wey zu den Nachbarn, sag dem alten Dieb, wenn er mir mit artigen Worten den Garten schenkt, so soll ihm weiter nichts geschehen. Doch spricht er das Wort Nein nur zur Hälfte auch so möge er zusehen, wie es ihm ergehe. Die Nachbarn dachten, er sei betrunken und nahm sich seine Rede nicht zu Herzen, kehrten zurück, hoben Zhu Shan vom Boden auf und setzten ihn auf die Treppe. Aber der Alte schrie immerzu und schien vom Schmerze erwirkt zu werden. Die Nachbarn trösteten ihn, nahmen Abschied und versperrten für ihn die habe niemals zugelassen, seine Blumen anzusehen. Nun würde er sich nach diesem Streit wohl eines Besseren besinnen. Aber mehrere andere erwiderten, so dürfen man nicht sprechen, denn das Sprichwort sage, pflege die Blumen ein Jahr, so siehst du sie zehn Tage. Die Leute wüssten nur, dass Blumen schön zu beschauen seien, aber sie gedächt nicht der Zeit und Mühe, die der Pfleger um die wenigen Blüten dahin gehe. Ist es also ein Wunder, fragten sie, wenn der Alte die Blumen so eifersüchtig liebt? Zhu schein indessen litt es nicht, die abgeschlagenen Blüten liegen zu lassen. Er ging hin, hob sie auf und fand alles schwer verletzt und zertreten. Da kam ihm der Schmerz wieder zurück. Aufs Neue quollen ihm die Tränen, während er sagte, Blumen, liebe Blumen, nie habe ich euch ein Blättchen beschädigt. Wer hätte denken sollen, dass euch nun heute solch trübes Schicksal widerfahren könnte? Er weinte noch. Da sprach eine Stimme hinter ihm. Herr Zhu, warum klagt er so bitterlich? Als er sich umwandte, sah er, dass es ein Mädchen von 16 Jahren war, fein und lieblich an Gestalt und Antlitz in einem einfachen, doch edlen Gewänder. Er wusste nicht, welchem Hause sie angehören mochte, wischte sich die Tränen fort und fragte, Jungfrau, aus welchem Hause stammt ihr und was ist euer Begehr? Ich wohne hier nah bei, erwiderte das Mädchen. Man sagte mir, die Pfingstrosen in eurem Garten stünden eben in vollster Blüte, so bin ich eigens hierher gekommen, sie mir anzusehen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie schon verweckt sind. Als Chushan noch einmal an die Pfingstrosen erinnert wurde, kam ihn unwillkürlich wieder das Weinen. Welch einen Kummer habt ihr, fragte das Mädchen, dass ihr immer zu weinen müsst. Da erzählte ihr Chushan, was sie mit Zhang Wei widerfahren war. Wenn es sich so verhält, lachte daraufhin das Mädchen, sagt, möchtet ihr eure Blüten wieder an den Zweigen haben? Ihr scherzt, Jungfrau, erwiderte Chushan. Auf welchem Wege sollten denn abgefallene Blüten wieder an ihre Zweige kommen? Von meinen Ureltern habe ich ein Mittel mit Namen Bring Blüten zum Zweig, entgegnete das Mädchen. Ich habe es oft versucht und es hat nie versagt. Da verwandelte sich Chushans Kummer in Freude. Ist dies wahr, Jungfrau? rief er aus. Weshalb sollte es nicht wahr sein? sagte das Mädchen. Da warf sich Chushan auf die Knie vor ihr und sprach. Wenn ihr mir etwas von jenem wunderbaren Mittel opfern wollt, so kann ich euch nicht zu Danke tun, doch will ich euch immer zu mir rufen, so oft eine Blume aufgeblüht ist, damit ihr sie betrachtet. Kniet nicht, antwortete das Mädchen, sondern geht hin und bringt einen Becher Wassers her. Chushan stürzte fort, das Wasser zu holen, immer noch in lebhaften Zweifeln. Als er aber damit wieder kehrte, war das Mädchen verschwunden. Die Blüten jedoch saßen wieder an den Zweigen und nicht eine einzige war auf der Erde liegen geblieben. Ursprünglich hatte jede nur eine Farbe gehabt, doch als er sie jetzt ansah, schienen sie verwandelt und waren rot und violett gestreift und boten ein Bild der farbenreichsten Mannigfertigkeit. Jeder Baum trug Blüten von fünferlei Farben und war noch frischer und prächtiger geworden als zuvor. Chushan freute sich und erstaunte sehr. Wer hätte gedacht, sagte er, dass die Jungfrau in Wahrheit solch wunderbares Mittel besäße. Er glaubte, das Mädchen müsse noch irgendwo hinter den Bäumen stehen, stellte das Wasser ab und wollte hingehen, ihr Dank zu sagen. Doch ob er gleich den ganzen Garten durchsuchte, tauchte auch nicht ihr Schatten im Umkreis auf. Warum ist sie so ohne Gruß von dann gegangen, dachte Chu. Sicherlich finde ich sie noch, wenn ich vor der Tür nachsehe. Ich will hingehen, sie zu bitten, mich dieses Wundermittel zu leeren. Er ging zur Tür, da war sie noch verschlossen. Als er aufsperrte, sah er zwei alte Männer aus der Nachbarschaft, Yu und Sheen mit Namen, dort sitzen, um zuzusehen, wie die Fischer ihre Netze trockneten. Als die Chu Schiene herauskommen, sahen, erhoben sie sich und sprachen zu ihm, wir haben gehört, Jung Kat Yang habe es hier schlimm getrieben. Wir waren nicht an die Böse Wichter, die mir so großes Unrecht getan, entgegnete Chu Shan. Ich habe einer Jungfrau zu danken, die mir die Blüten durch ein wunderbares Mittel gerettet hat. Doch konnte ich ihr noch kein Wort des Dankes sagen, da war sie schon verschwunden. Habt ihr beide nicht gesehen, in welcher Richtung sie gegangen ist? Als sie beiden alten dies vernahm, wunderten sie sich sehr. Wie kann das sein? Erwiderten sie, dass die abgeschlagenen Blüten wieder an ihre Zweige gekommen sind. Wann ist die Jungfrau dann fortgegangen? So eben, entgegnete Chu Shan. Wir sitzen schon lange hier, sagten die Nachbarn. Es ist aber niemand vorüber gegangen. Wie hätten wir ein Mädchen hier sehen sollen? Da erbebte Chu Shans Herz. Ist so ist es vielleicht ein Geist gewesen, der auf die Erde kam? Sagt an, drangen die Alten ihn an. Wie hat sie denn es gemacht, dass sie die Blüten rettete? Als Chu Shan alles erzählt hatte, erstaunten sie noch mehr und wollten das Wunder mit eigenen Augen sehen. So gingen sie dann zusammen hinein bis vor die Bäume. Es muss in Wahrheit ein Geist gewesen sein, riefen sie aus von Bewunderung übermannt. Sogleich machte Chu Shan einen Krug mit Wein zurecht und dankte dem Mädchen zum Himmel hinauf. Ihr habt die Blumen immer so herzlich und mit Inbrunst geliebt, sprachen nun die Alten, dass sein Geist um eure Willen herabgekommen ist. Zhang Wei wird sich zu Tode schämen, wenn er morgen die Blüten wieder hier sieht. Habt ihr recht, bestätigten die Alten. Zhu Shan in seiner großen Freude kochte nun den Krug Wein vom vergangenen Tage, ließ die beiden nicht fort und trank mit ihnen unter den Blumen bis es Abend geworden. Dann erst nahmen die Alten Abschied von ihm und erzählten nun überall die wunderbare Geschichte, die sich bald über das ganze Dorf verbreitete. Am nächsten Morgen wären alle gerne hingegangen das Wunder zu betrachten, doch fürchteten sie, Zhu werde es nicht zulassen. Wer von ihnen hätte auch denken sollen, dass Zhu Shan es schon lange in seinen Gedanken trug, selber ein Geist zu werden und nun, da einer zu ihm gekommen, entschlossen war, die Welt unter sich versinken zu lassen. Die ganze Nacht war er nicht schlafen gegangen und hatte unter den Blumen gesessen, im Gedanken, das böse Erlebnis mit Zhang Wei sei nur möglich geworden, weil er so engen Herzens gewesen. Dafür sei er nun gestraft worden. Würde er aber so frei und groß an Sinn und Herzen wie die Unsterblichen sind und gleich ihnen fähig, alles zu ertragen, was könnte ihm dann noch widerfahren? Am anderen Morgen öffnete er die Tür, um die Neugierigen nach Laune alles betrachten und im Garten Lust wandeln zu lassen. Er hatte eben aufgemacht, als einige hereinkamen. Da sahen sie Zhu Shan bei dem Pfingst Rosen Bäum sitzen und er sprach zu ihnen, kommt wie ihr wollt und seht euch um, nur brecht mir keine Blüten ab. Als sie dies vernahm, berichteten sie es überall. Mann und Weib, Jung und Alt drängten sich nun herzu, um zu betrachten und anzustauen. Unterdessen hatte sich Zhang Wei früh von seinem Lager erhoben und sprach zu seinen Leuten, das dann hat mich der alte zu Boden gestoßen, aber ich werde es nimmermehr dulden. Er gibt mir nun den Garten heraus oder wir gehen hin und schlagen sämtliche Bäume in es gewesen, wir hätten nicht all die Blüten heruntergeschlagen und einige übrig gelassen zur Augenweide. Was kümmert uns das? entgegnete Zhang Wei. Sie werden im nächsten Jahr schon wieder blühen. Lasst uns jetzt eilen, ehe der alte Zeit hat sich zum Widerstand zu bereiten. Als sie nun aus ihrem Hause heraus kamen, hörten sie, in Shushans Garten sei eine Unsterbliche gewesen, alle Blüten stünden wieder an ihrem Orte und seien noch mannig weiter an vielerlei Farben denn zuvor. Zhang Wei vermochte es nicht zu glauben. Welcherlei Tugend, sagte er, hätte der alte, dass eine Unsterbliche sich zu ihm bemühen möchte. Und warum geschah dies nicht früher noch später, sondern eben jetzt, da wir die Blüten herabgeschlagen haben? Stellen Geister bereit, wenn man gerade ihrer bedarf, oder hält man sie und sorgte dafür, dass sie Verbreitung fand, damit auch wir davon vernehmen und ängstlich werden sollten. Da habt ihr recht, Juncker, stimmten die anderen bei. Nicht lange so standen sie vor dem Garten an der aus Zweigicht geflochtenen Tür, durch deren weit geöffneten Flüge die Menschen aus- und einströmten und mit tausend Mündern alle das gleiche erzählten. Kann es dergleichen geben? riefen Zhang Wei aber sagte, ohne Furcht, selbst ein Geist an dem Garten wohnt, so will ich ihn dennoch besitzen. Sie gingen hinein und strax bis zu dem Grashäuschen, wo sie denn mit eigenen Augen sahen, dass es keine Fabel war. Zhang Wei erstaunte darauf in seinem Herzen, aber seine Gier, sich des Gartens zu bemächtigen, war darum nicht geringer. Eine andere Bosheit fiel ihm ein, Als sie zur Gartentür wieder hinausgetreten waren, fragten ihn seinen Kumpan, weshalb er nicht wegen des Gartens gefragt habe. Dann entgegnete Zhang Wei Ich weiß eine List. Ohne weitere Worte mit ihm wird der Garten morgen schon mein sein. Was für eine List? fragten die anderen. Ihr wisst, erwiderte Zhang Wei, seit einiger Zeit unter dem Bang Tsai einen Aufstand, in dem er das Volk durch Zaubereien an sich lockt. Die Kaiserliche Regierung hat eine Botschaft über das ganze Land erlassen, man möge alle Zauberer und ihre Helfershelfer gefangen nehmen. In unserem Bezirker sind 3000 Tahyels Belohnung ausgesetzt worden, für denjenigen, der solche Leute unter bestimmten Beweisen zur Anzeige bringt. Welchen Beweis es bedürfte es aber noch als der Blüten, die wieder an ihre Zweige zurückgekehrt sind. Ich werde also Zhang Pa in die Stadt gehen lassen, den Alten anzuzeigen, dass er das Volk mit Zaubereien zum Aufstande verlockt habe. Kann er die Folter nicht ertragen, so wird er seine Schuld einbekennen und ins Gefängnis geworfen werden. Der Garten wird von Amts wegen verkauft. Doch wird außer mir niemand es wagen, einen Zaubergarten zu kaufen, und auch die 3000 Teils Belohnung sind mein. Das ist eine treffliche List, Juncker, sagten Zhangs Leute. Sie begaben sich sofort nach der Stadt und ließen da selbst eine Anklage schreiben. Tags darauf ging Zhang Pa zu Gericht und brachte Zhu Shan zur Anzeige. Zhang Wei hatte zu diesen unter seinen Dienern dazu ausersehen, weil Zhang Pa bei Gericht überall wohl bekannt war. Der Gerichtsbeamte stets in Bereitschaft, eine Bande von Zauberern zu verhaften, vernahm, dass alle Leute im Amte die Zauberei mit Augen gesehen hätten und konnte nicht anders als Zhang Pa Glauben schenken. Sogleich sandte er die Amtsknechte mit Zhang Pa dahin, um Zhu Shan gefangen zu nehmen. Zhang Wei bezahlte ihm Amte, was er schuldig war und folgte mit seinen Leuten den Amtsknechten nach. Diese begaben sich gerade in Zhu Shans Garten. Da Zhu aber glaubte, es seien Leute, die wegen der Blumen gekommen seien und achtete ihrer nicht. Da stürzten sie mit einem Schrei alle Amtsknechte zugleich auf Zhu und banden ihn mit Stricken. Zhu erschrak heftig und fragte, welche Schuld habe ich? Die Männer aber schimpften ihn Zauberer und Friedenstörer, ließen nicht zu, dass er sich verteidige und stießen ihn aus der Tür. Als die Nachbarn dies gewahrten, erschraken auch sie und fragten die Amtsknechte nach dem Gründer. Wag dir es noch zu fragen? Erwiderten diese. Sein Verbrechen ist von solcher Art, dass er geagwöhnt werden muss, das ganze Dorf habe sich daran beteiligt. Als dem armen Volker auf diese Weise gedroht wurde, hatten sie Furcht und flohen von Werten. Nur Yu und Shin, die beiden Alten, die wenige gute Freunde folgten dem Zuge, um zu sehen, was weiter geschah. Unterdessen begab sich Zhang Wei, kaum dass Zhuzhan weggeführt worden war, mit seinen Leuten zu dem Garten, um ihn zu verschließen. Da er fürchtete, es könne noch jemand darin zurückgeblieben sein, suchte er noch einmal alle Wege und Stege ab, versperrte die Tür und eilte den Amtsknechten nach. Kurz darauf schon wurde Zhuzhan vor Gericht gebracht und musste vor dem Richtertische niederknien. Neben sich gewahrte er einen anderen Knien, erkannte ihn aber nicht. Es war der Ankläger Zhang Pa. Die Amtsknechte und Gefängniswärter von Zhang Wei reichlich bestochen, brachten allerlei Foltergeräte herbei und erwarteten die Befehle des Richters. Da fragte dieser Woher kommst du? Wie wagst du es die Bürger durch Zaubereien zu verlocken und wie viele sind deine Helfers Helfer? Sag es an und rede die Wahrheit. Zhu hörte diese Worte wie wenn einer in der Finsternis einen jänen Donnerprall vernimmt und wusste nicht wie die Rede darauf kam. Ich bin aus dem Dorf Zhang Lu erwiderte er. Kein Zauberer von irgendwo her und kenne keinerlei Zauberereien. Hast du nicht in diesen Tagen die abgefallenen Blüten durch Zauber zurück an ihre Zweige gebracht oder erleugnest du dies? fragte der Richter. Als Zhu Shan dies hörte erkannte er dass das Ganze ein Betrug von Zhang Wei war. Sogleich erzählte er dem Richter alles was ihm mit jenen und dem Geiste begegnet war. Doch der Richter war kurz angebunden und glaubte ihm nicht. Es gibt viele die durch Jahre lernen und sich mühen einem Geiste zu begegnen und dennoch gelingt es ihnen nicht. Wie sollte denn nun wegen deines Gejammers ein Geist auf Erden erscheiden? Und warum nannte er seinen Namen nicht, damit man ihn erkenne und ging ohne Abschied fort? Du lügst um es gewisslich ein Zauberer. Flink klemmt den Alten mit dem Doppel Gestänge. Die Amtsknechte gleich Wölfen und Tigern kamen heran, schlugen Zhu Shan unter sich und hielten der eine so, dass er fast unter dem Gerichtstisch gesunken wäre. Der sich im Kopf und vor den Augen unwohl fühlte und kaum aufrecht zu sitzen vermochte, befreie den Amtsknechten Zhu Shan mit dem Halsbrett zu schließen und ins Gefängnis zu schaffen. Er werde morgen über ihn zu Gerichte sitzen. Die Amtsknechte führten den bitterlich weinenden Greis hinaus. Als er Zhang Weis ansichtig wurde, sagte er, Wann wäre ich euer Feind gewesen, dass ihr so grausam seid und wollt mich aus dem Leben zum Tode bringen? Aber Zhang Wee antwortete nicht und ging mit Zhang Pa und den anderen davon. Nur Yu und Shin, die beiden Alten gingen hin, er fragten die Ursache und sprachen zu Zhu Shan Gibt es solch Unrecht auf der Welt? Morgen wollen wir samt allen Leuten vom Dorf einen Brief an den Richter schreiben und um euren Freispruch bitten. Ich hoffe auf euch, erwiderte Zhu Shan. Doch im selben Augenblicke mengten die Gefängniswärter sich ein und schrien, Verbrecher, gehst du noch nicht weiter, wes plärst du immer zu? Da ging Zhu Shan weinend in das Gefängnis. Nun sandten die Nachbarn ihm etwas Trank und Speise hin, aber die Gefängniswärter behielten alles für sich und begaben ihm nichts davon. Das Nachts lag Zhu Shan auf einer Pritsche wie ein Toter, konnte weder Arme noch Beine frei bewegen und versank in eine tiefe Traurigkeit. Weißt nicht, dachte er, welcher Geist das war, der meine Blüten rettete, damit ich nun selbst durch Zhang Mei zugrunde gehe. Liebe Unsterbliche, wenn du dich meiner erbarmnest und rettetest, nun auch mein Leben, so wollte ich gern mein Haus verlassen und in das Tau eingehen. Kaum hatte er sein Gelöbnis ausgesprochen, als er die Unsterbliche langsam zu sich niederschweben führte. Zugleich rief Zhu Shan Rette mich Wohltäterin! Das Mädchen aber lachte. Wollt ihr der Not entkommen? Mit einem Winkel der Hand befreite sie ihn von ihrem Folterbrett. Er aber näherte sich ihr und fragte nach ihrem Namen. Ich bin eine Blumenwächterin, antwortete sie, gesandt von der Königin Mutter des südwestlichen Himmels. Da deine Hingabe an die Blumen mich rührte, ließ ich die Blüten wieder an die Zweige wachsen. Wer hätte gedacht, dass der böse Mensch dieses Wunder wieder missbrauchen könnte? Doch war auch diese Prüfung für dich notwendig? Morgen aber wirst du aller Not ent drin. Zhang Wei hat Blumen gekränkt und Menschen betrogen. Schon hat der Blumengott dem Himmelsgotte darüber berichtet. Darum wird Zhang Wies Leben verkürzt und seine Leute sollen bestraft werden. Du aber hast deine Zeit stets zertumt geweiht. Daher will ich dir in einigen Jahren helfen, unter die Unsterblichen anzugehen. Wenn du nichts mehr isst als Blumenblätter, so wird dein Leib leicht werden, dass es ihm Pflaumen gleich in den Himmel hebt. Dann lehrte sie ihn, auf welche Weise die Blumenblätter gegessen werden müssten. Zhu Shan aber kniete vor sich hin und dankte ihr. Als er aufstand sah, das Mädchen nicht mehr. Er hob den Kopf und gewahrte sie oben auf der Kerkermauer stehen, von wo sie mit der Hand winkte und rief, komm mit. Zhu Shan ging hin und begann hinaufzuklimmen. Aber ob er gleich klomm und klomm, war er noch kaum bis zur Mittelhöhe der Mauer gelangt. Er schien immer schwerer zu werden und fühlte, dass er nicht weiter klettern könne. Mit einem Mal vernahm er den Schlag eines Gongs und eine Stimme rief, der Zauberer ist geflüchtet, auf, suchen wir ihn. Da erschrak er, seine Hände zitterten, seine Füße erstarben, schwer fiel von der Mauer zu boten. In diesem Augenblick erwachte er vor Schreck und sah, dass er noch auf der Pritsche lag. Er überdachte lange das Traumerlebnis, das noch mit voller Klarheit vor ihm stand. Nun glaubte er, es würde alles noch zu gutem Ende gelangen und wurde ruhig. Als Zhang Wei sah, der Richter Chushan als Zauberer behandelte, konnte er sich nicht genug des gelungenen Planes freuen und sagte, der alte war immer ein sonderlicher Mensch, heute aber muss er auf der Pritsche liegen und kann nicht verhindern, dass wir uns in seinem Garten nach gefallen ergötzen. Das letzte Mal, erwiderten die Kumpane, gehörte der Garten ihm, so konnten wir seiner nicht nach herzenslos genießen. Heute aber ist der Garten unser, so lasst uns darin hausen und zechen, wie unsere Laune es will. Recht so, bestätigte Zhang Wei, ging mit ihnen zugleich aus der Stadt und hieß die Diener Speisen und Getränke besorgen. Als sie vor Zhuxans Garten anlangten, öffnete sich die Tür wieder zu sagen, denn sie fürchteten ihn. Nun ging Zhang Wei mit seinen Gesellen geradewegs zu dem Grashäuschen. Da gewahrte er, keine einzige Pfingstrose mehr an ihrem Zweige stand. Kreuz und quer lagen die Blüten auf der Erde, genau wie sie damals abgeschlagen wurden. Seine Leute erstaunten. Zhang Wei aber sagte, seht doch, ob der alte nicht in Wahrheit Zaubermittel besitzt. Wie vermöchten sonst die Blüten in einem halben Tag wieder ihre Lage zu ändern? War dies am Ende auch ein Geist, der sie nun vom Stamme geschlagen hat? Vielleicht wusste er, meinte einer von dem Gesindel, dass wir hierher kommen würden, seine Blumen anzusehen, da hat er sie verzaubert, um uns Säger zu bereiten. Sind die Blüten durch Zauber vom Baume geschlagen, sprach Zhang Wei, wohl, so lasst uns den Abgeschlagenen eine Trinkweihe bringen. Nun bereiteten sie Teppiche auf der Erde, ließen sich darauf nieder und tranken in wilder Ausgelassenheit. Zhang Wei schenkte Zhang Pa allein zwei Krüge mit Wein, um ihn für seine Leistung vor Gericht zu belohnen. So zichten sie weiter bis zum späten Nachmittag. Und als die Sonne gen Westen ging, war nicht einer unter ihnen denn nicht trunken gewesen. Mit einem Mal erhob sich ein jäher Wirbelwind und wehte all die Blüten empor. Sie standen auf und waren im Nu in lauter klein windige Mädchen nicht höher als ein Fuß verwandelt. Was ist dies? riefen Zhang Wei und seine Leute erschrocken aus. Kaum aber hatten sie das Wort gesprochen, da wuchsen die Mädchen im stieben im Wind in die Höhe als habe dieser sie groß geweht und waren alle fein und lieblich an Gestalt und glänzenden bunten und berückenden Gewändern. Sie stellten sich in die Runde. Die ganze Meute geblendet von ihrer Schönheit starrte sie an. Da sprach eines von den Mädchen in roten Gewande zu den anderen Schwestern wir wohnen hier mehr denn zehn Jahre von Herrn Schuh auf das Innigste geschützt und betreut. Wer hätte denken mögen, dass diese Bösen uns als kränken würden? Sie haben Herrn Schuh durch ihre List ins Gefängnis gebracht und wollen sich dieses Gartens bemächtigen. Jetzt steht der Feind vor unseren Augen. Warum schlagen wir ihn nicht mit Kraft unseres Lebens dankbar gegen Herrn Schuh und rachelustig für uns selber? Du hast recht, schwangen sie mehrere fußbreiten Ärmel, die waren wie ein Windsegel. Der eisige Hauch, den sie erzeugten, bohrte sich kalt bis ins tiefste Gebein. Geister! schrien die Leute und rannten in tödlicher Verwirrung, ohne mehr einer den anderen zu gewahren davon. Diesen rissen die Zweige blutig, jener fiel hin, stand auf, fiel wieder hin und der Wirrwarr war so grenzenlos, dass sie erst nach langer Zeit wagten stehen zu bleiben. Nun zählten sie die Zahl der Anwesenden. Zhang Wei und Zhang Pa waren nicht mehr da. Der Sturm hatte aufgehört und es war Abend. Da deckten alle ihren Kopf mit den Händen zu und entfernten sich wie die Mäuse. Sie bedurften langer Zeit, sich zu erholen. Erst dann nahmen sie einige Feldarbeiter mit sich und kehrten mit diesen in den Garten zurück, um nach Zhang Wei und Zhang Pa zu suchen. Als sie an einem großen Aprikosenbaum vorüber kam, vernahm sie ein lautes Geschrei und leuchteten mit den Laternen. Da lag Zhang Pa, der über eine querwachsene Baumwurzel gestützt und schwer am Kopf verletzt war. Da er sich nicht erheben konnte, trugen ihn zwei Bauern nach Hause. Die anderen suchten weiter nach Zhang Wei. Nun war es still bei den Pfingstrosenbäumen sahen sie, dass die Blüten wieder an ihren Ort standen und kein Blättchen mehr auf der Erde lag. Im Grashäuschen gab es Becher und Geschirr und Haufen der übrig gebliebene Wein war über den Estrich vergossen. Vor dem Anblick schreckten die Leute aus Angst die Zunge heraus. Die einen räumten die Scherben zusammen, die anderen gingen, um weiter nach Zhang Wei zu suchen. Aber ob der Garten auch nicht groß war und sie ihn drei oder vier Mal nach allen Richtungen durchsuchten, war doch von Zhang Wei keinerlei Spur zu entdecken. Hatten die Geister ihn gefressen oder der Wind ihn verweht? Zuletzt, als sie ihn auf keine Weise finden konnten, blieb ihr nichts anderes übrig, als zurückzukehren und bis morgen zu warten, um dann das Suchen von neuem zu beginnen. Eben wollten sie aus der Tür treten, als ihnen noch etliche Menschen mit Laternen in der Hand entgegen kamen. Es waren die beiden Alten, Gyu und Shin mit einigen Nachbarn. Sie hatten gehört, man habe im Garten Geister getroffen, Zhang Wei könne trotz eifrigen Suchens nirgends gefunden werden und wusste nur nicht, was sie davon halten sollten. So hatten sie sich denn aufgemacht, um selbst nachzusehen. Als sie nun von Zhang Wei Dienern erfuhren, was sich zugetragen, erschraken sie sehr und sprachen zu jenen, kehrt noch nicht heim, wir wollen euch noch einmal suchen helfen. Die Diener waren erst zufrieden und suchten an allen Ecken und Enden, doch war es auch diesmal vergeblich, sodass man sich zuletzt dennoch entscheiden musste, nach Hause wir denken, dies tun sei Nachbars Pflicht. Der Dienerschef, die mit Zhang Wei ihren Kopf verloren hatte, war aller Übermut und alle Schurkerei vergangen. So antworteten die Leute, tut was ihr wollt. Aber noch hatten sich die Menschen von Hüben und drüben nicht entfernt, als einer von den Feldarbeitern laut aus einem Winkel der Ostmauer rüber rief. Hier ist unser Heer. Wie Bienen stoben die Leute an die Stelle, da sagte der Bauer, ist das nicht unseres Herrn welcher Hut da auf dem Baum Zweig? Wenn der Hut da ist, so kann auch der Herr nicht fern sein, antworteten die Leute. Sie leuchteten einige Schritte die Mauer entlang, bis einer aufschrie. Unweiter Ostenmauer befand sich nämlich eine Mistgrube. Sie erblickten darin zwei menschliche Füße, senkricht gen Himmel gestreckt. Die Diener erkannten Zhang Wees Stiefel und wussten nun, dass kein anderer als der Herr in der Mistgrube lag. Mühsam arbeiteten sie sich durch den Schmutz und Stank und zogen Zhang We heraus. Yuen China war die beiden Alten, dankten heimlich dem Himmel für die gerechte Strafe und entfernten sich mit den Nachbarn. Unterdessen trug der Diener Zhang Wees Leichnam ans Ufer des Sees wuschen ihn, nachdem sie einen Herrn Angehörigen von dem Unglück verständigt hatten. Zhang Wee wurde begraben, noch Zhang Pa erlag seinen schweren Verletzungen. Tags darauf, als der Richter wieder genesen war, wollte er eben Zhu Shan vor sich bringen lassen, um über ihn zu Gericht zu sitzen, als ihm einer der Amtsknechte den Tod der beiden Ankläger Zhang Wee und Zhang Pa meldete, dem er zugleich aller Umstände Erwähnung tat, unter denen der Tod erfolgt war. Der Richter zweifelte noch an ihren Worten, da erschienen an hundert Bürger aus dem Dorfe Xiang Lo und brachten ein Schreiben, worin sie sich sämtlich unterschrieben und auf das Ausführlichste aufgezeichnet hatten, wie Zhu Shan stets die Blumen geliebt und die Tugend gepflegt habe und keineswegs ein Zauberer sei. Zhang Wee aber ihn habe zugrunde richten wollen und bereits vom Himmel bestraft worden sei. Dies alles war von Anfang bis zu Ende mit großer Klarheit in dem Schriftstück niedergelegt. Da der Richter Tag sovor unwohl geworden, glaubte auch er, es lege etwas Verhängnisvolles dazwischen, ließ Zhu Shan aus dem Gefängnis bringen und sprach ihn frei. Zugleich ließ er an Schuhs Gartentür eine Bekanntmachung anheften, worin er Verbot daselbst Blumen zu pflücken oder zu beschädigen. Darauf danken ihm die Bürger und entfernten sich. Nachdem Zhu Shan auch seinerseits den Nachbarn gedankt, kehrte er mit Yun und Shin den beiden Alten nach Hause zurück, schloss den Garten auf und trat ein. Als er seine Pfingstrosen wieder blühen fand, verharrte er in einer tiefen Ergriffenheit. Die Nachbarn rüsteten ein Festmahl und luden Zhu Shan dazu ein, um die Wiederherstellung seines Glückes zu feiern. Zhu Shan erwiderte mit einer ähnlichen Festlichkeit und auf diese Weise ging es mehrere Tage lang weiter fort. Seit dieser Zeit aber aß Zhu Shan täglich von den Blättern der hunderterlei abgefallenen Blüten, entwöhnte sich ermählich der Speisen, die über Rauch und Feuer zubereitet werden und gab alles, was er durch den Verkauf des Obstes erwarb, dahin, um Gutes zu tun. Schon in wenigen Jahren färbte sein weißes Haar sich wieder schwarz und eine neue Jugend glättete sein Antlitz. Eines Tages, als in der Mitte des Augusts das Fest des Mitherbstes gefeiert wurde, die Sonne strahlend am Himmel stand und über zehntausend Malen kein Fleckchen Wolke im Reinen Blau erschienen, saß Chu-Chan gerade unter den Blumen. Da begann ganz leise der segenbringende Wind zu wehen und baute bunte Wolken wie siedenden Dampf in die Lüfte, aus denen das Schall Maien süßer Musik herunterscholl. Ein wunderbarer Wohlgeruch erführte den Atem. Blaue Phönixe und weiße Störche flogen und tanzten in der Luft und senkten sich ermerlich in den Garten herab. Auf einer Wolke aber erschien die Blumenwichterin, die von der Königin Mutter des südwestlichen Himmels gesandt wurden und zu ihren beiden Seiten bewegten sich zwei Reihen bunter Fahnen und gestickter Schirme, während einige von den Schirmträgerinnen auf mannig falten Instrumenten musizierten. Als Chu-Chan des Anblicks gewahr wurde, warf er sich sogleich vor die Blumenwichterin auf die Knie. Sie aber sprach, Deine Tugend ist nun an ihren Gipfel gelangt. Ich habe dem Himmelsgott davon berichtet. Er verleihte den Titel des Blumenbeschützers. Du sollst künftig Herrscher über alle Blumen der Erde sein und heute in den Himmel gelangen. Wer unter den Menschen die Blumen liebt, dem musst du Segen bringen. Wenn aber einer die Blumen kränkt und verletzt, Chushan dankte ihr und bestieg mit all den anderen Geistern die Wolke. Das Grashaus und alle Blumen und Bäume schwebten ihm langsam nach und wandten sich gegen Süden. Yu und Shin, die beiden Alten und die übrigen Leute vom Dorf sahen dies und warfen sich alle zur Erde. Auch gewahrten sie noch deutlich, wie Chushan von der Wolke herunterwinkte, allmählich entspannt. Später wurde dann der Ort Xianglo das Dorf des Geisteraufstiegs oder der Hundert Blumen genannt. Musik 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 Prinzessin Nachtvogel Vor vielen Jahren lebte in Serbien ein Fürst aus sehr vornehmen Geschlecht. Der zwar bei manchen im Rufe eines Raubritters stand, doch tat dies seinem Ansehen keinen Abbruch. Der Fürst nun besaß eine Tochter, die über die Maßen schön war, aber leider auch ein wenig unsolide. Sie zerriss nämlich jede Nacht ein schönes Samtkleid und ein paar weiße Seitenschuhe, die am Morgen wie kleine gestrandete Boote halb unterm Bett lagen, während das Kleid in Fetzen zerstreut sich am Booten umhertrieb. Dass der Fürst mit solcher Ordnung nicht einverstanden sein konnte, wird man ihm nachführen können. Die Schneiderin, die täglich ein neues Kleid nähen musste, kam niemals dazu, auch für andere Leute eine Bluse oder ein Röcklein zu nähen. Sie hatte 365 Kleider im Jahre zu nähen. Von den vielen Festgewändern und Mänteln, die noch dazu kamen, wollen wir gar nicht sprechen. Zur Anprobe kam die feine Kundin niemals. Was freilich auch nicht nötig war, weil die Schneiderin Maß und Geschmack der Prinzessin auswendig kannte. Doch die ewige Schneiderei, für immer dieselbe Person, wurde langweilig. Und er verlangte die Schneiderin vom Fürsten so viel Lohn, dass er nicht mehr wusste, wie er die hohen Kleiderrechnungen seiner Tochter bezahlen sollte. Der Schuhmacher machte es genau wie die Schneiderin. Doch hatten sich die beiden nicht miteinander verabredet. Jeder sorgte für sich und damit fertig. Der Fürst sprach mit seiner Tochter. Die Unordnung müsse ein Ende nehmen, vor allem die nächtlichen Ausflüge. Die Prinzessin versicherte hoch und heilig, dass sie in ihrem Bette schliefe wie andere Leute auch. Und wenn die Kleider so mürbe wie Seidenpapier sind und die Schuhe ebenfalls, dafür kann ich nichts. Das setzte sie noch hinzu, obwohl es nicht stimmte. Da fragte der Fürst die beiden Dienerinnen seiner Tochter, wohin sie denn jede Nacht ginge. Diese schworen bei ihrer Seligkeit, dass die Prinzessin das Haus niemals verlasse. Der Fürst glaubte ihnen nicht, ließ Wachen aufstellen, die ebenfalls schworen, sie wüssten von nichts. Aber jeden Morgen, den Gott werden ließ, waren die gut besüllten Schuhe durchgetanzt und die Kleider so zerrissen, dass man die Fetzen kaum mehr für Sofakissen verwenden konnte. Und der Lumpenhändler, der die Stoffreste abholen und verkaufen durfte, verdiente so gut, dass er sich in einem Jahr ein Häuschen davon bauen konnte. So stand es im Schloss. Und der Fürst wusste sich nicht anders zu helfen, als einen Boten ins Land zu schicken, der überall verkündete, wer angeben könne, wohin die Fürstentochter nachts gehe, der dürfe sie gern zur Frau haben. Solche Kunde zog manche Flockenburschen zum Schloss. Das Einzige aber, was in Erfahrung gebracht wurde, dass die Prinzessin sich in der Abendstunde putzte und dann verschwand, nützte so viel wie nichts. Die Burschen trieben sich ein paar Tage in der Schlossgegend herum. Da sie aber nichts herausbrachten über die nächtlichen Verbleib der Prinzessin, zogen sie bald wieder ab. Schließlich machte sich ein junger Mann namens Semyenowitsch auf den Weg. Doch weil der Name so lang ist und wir ohnehin noch viel von ihm zu erzählen haben, wollen wir ihn kurzweg Simon nennen. Ja, also Simon hatte nichts Besseres zu tun, als sein Glück zu versuchen. Auf einer Wiese begegneten ihm drei Burschen, die im Begriff standen, sich zu verprügeln. Er sprach sie als Landsleute an und fragte, Warum seid ihr uneinig miteinander? Die Burschen, ohne ihre Prügeleits unterbrechen, sagten nur Was fragst du uns, wenn du doch nicht mitprügeln willst? Aber so wartet doch einen Augenblick. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ich mich am Prügeln beteilige. Ich will nur gern wissen, wofür. Die Burschen hielten einen Augenblick inne, denn sie sahen wohl, dass Simon ein kräftiger Kerl war, den sie gut brauchen konnten. Sie sagten, wenn du uns beim Prügeln helfen willst, so sollst du uns recht sein. Wir sind drei Brüder und drei Parteien. Wähle, welcher Partei du dich anschließen willst. Schon recht, aber ich muss doch wissen, warum. Warum? Du bist ein langweiliger Peter mit deinen überflüssigen Fragen. Wir haben keine Zeit darauf zu antworten. Du siehst doch, dass wir beim Prügeln sind. Nachher können wir immer noch darüber sprechen, wofür, warum, weswegen und wieso. Also, zu wem von uns dreien willst du? Mir ist alles dreierlei. Zu allen dreien gleichzeitig will ich, aber er weist mir den Gefallen und sagt mir, um was ihr streitet. Ich will euch helfen und keine Entschädigung dafür verlangen. Ja, das fehlte auch noch, sagte der eine. Und der andere sagte, wir streiten um unser Erbe. Während der dritte meinte, nicht wahr? Wir sind doch im Recht. Du stehst auf meiner Seite, nicht wahr? Nein, ich will's mit euch allen dreien halten oder mit niemandem, erklärte Simon. Da ergriff der Älteste von ihnen das Wort. Wir sind drei Brüder und haben von unserem verstorbenen Vater drei Dinge geerbt. Ein Knüppel, eine Mütze und eine Bettvorlage. Wir sind jetzt wegen der Verteilung uneins geworden. Simon lachte. Das sind sanfte Sorgen. Wegen solcher Kleinigkeiten streitet ihr? Das sind durchaus keine Kleinigkeiten. Mit dem Stock kann man Granit und Eisen durchschlagen. Setzt man die Mütze auf den Kopf, wird man unsichtbar. Und wenn einer sich auf den Teppich setzt, gelangt er sofort, wohin es ihn gelüstet. Das ist freilich etwas anderes, wenn es sich so verhält, musste Simon zugeben. Ich fürchte, ihr werdet euch schwer einig werden. Bedenkt, die Prügelei wird euch kaum zu einer friedlichen Einigung. Seid vernünftig. Lasst ab von der Kahlerei, die euch nur geschwollene Augen und Rippenschmerzen einbringt, sonst nichts. Wenn es euch recht ist, will ich alles zum Besten für euch einrichten. Ich schwöre euch, der eine wird den anderen nicht zu beneiden brauchen, wenn ihr mich zu eurem Schiedsrichter wählt. Seid ihr einverstanden? Sag, wie es zum Machen ist. Schwören kannst du übermorgen. Also, gut so. Geht mal alle drei auf den Berg dort, auf diesen kleinen Hügel, den wir dort von uns sehen. Dort oben stellt ihr euch nebeneinander auf. Wenn ich euch mit der Hand zuwinke, lauft ihr los und wer zuerst bei mir ankommt, dem gebe ich die Bettvorlage. Wer als Zweiter ankommt, der hält von mir die Kappe. Und wer zuletzt ankommt, dem überreiche ich den Stock. Was denkt ihr darüber? Die Brüder überlegten sich den Vorschlag eine Weile, einigten sich, und da sie Simon für einen grundehrlichen Burschen hielten, legten sie ihm das Vatererbe zu Füßen und kletterten zusammen den Hügel hinan. Kaum aber hatten sie Simon den Rücken gedreht, seit sie sich auch schon die Mütze auf den Kopf setzte, die ihm wie angegossen saß, und ihn unsichtbar machte. Dann setzte er sich auf den Teppich, nahm den Stock in die Hand und wünschte sich aufs Schloss und flog sofort über die Köpfe der drei Brüder hinweg. Doch sahen ihn diese nicht, wie er ihnen von oben herab fröhlich zuwinkte. Beim Schloss angelangt, nahm Simon die Mütze vom Kopf und steckte sie in die Tasche. Seinen Reiseteppich rollte er zusammen und versorgte diesen in der zweiten Tasche, während er den Stock in der Hand behielt. So ließ er sich vor den Fürsten führen, dem er mitteilte, er wünschte, dessen Tochter zu beaufsichtigen. Bitte sehr, bitte sehr, sagte der Fürst und gab mit Vergnügen die Erlaubnis. Er wies Simon ein Zimmer an, im selben Stockwerk, in dem die Prinzessin wohnte. Es wurde ihm auch die Türe zu ihrem Schlafraum gezeigt, damit er allenfalls Bescheid wisse. Zumal dem Fürsten sehr viel daran lag, hinter das Geheimnis seiner Tochter zu kommen, war er ganz besonders höflich mit Simon und wünschte ihm, er möge sich im Schlosse wie zu Hause fühlen. Ernest von Simon ist hier in seinem hübschen Zimmer viel schöner als daheim, wo er in einem niedrigen Gelass auf schmalem, harten Feldbett schlief, während er im Schloss ein prächtiges Lager vorfand, auf dem es sich bis gegen Mitternacht herrlich schlief. Dann aber wurde er hellwach, besann sich auf sein Unternehmen, stand rasch vorm Wetter auf, wusch sich und kleidete sich eilends an. Dann setzte er sein Tarnkäppchen auf, blieb wartend neben der Tür der Prinzessin und konnte unsichtbar auf alles Acht geben, was geschehen würde. So ging ein Uhr in der Nacht, als das ganze Schloss im tiefsten Schlafe lag, öffnete sich leise die Türe und die Prinzessin kam heraus, schön wie eine Venus in luftblauem Samtkleide mit kleinen Silbersternen besät. Von der Tür guckte sie einmal nach oben und einmal nach unten, ob auch niemand sie beobachtete und huschte dann lautlos wie ein Schatten ins Freie. Simon setzte sich auf den Teppich und wünschte sich, neben der Prinzessin zu bleiben. Sie schwebte nur so dahin und der Bursche immer hintendrein. So kam man an eine Blumenwiese und da sprach die Prinzessin, Blümlein macht Platz, dass ich durchgehen kann. Die Blumen neigten sich gehorsam auseinander und die Prinzessin konnte durchgehen, ohne auch nur ein Blümchen zu zertreten. Simon aber pflückte sich ein paar Himmelschlüssel und ein paar Vergissmein nicht und steckte sie in seine Tasche. Da begann die Blumen zu sprechen. Prinzessin, bis jetzt bist du gut durch die Wiese gekommen, hast uns nie verletzt, heute Nacht aber. Die Prinzessin erschrak, wusste nicht recht, was die Blumen besagen wollten und sah sich um, aber da sie nichts bemerkte, ging sie wieder beruhigt ihres Weges weiter. Als sie in einen Weinberg kam, sagte sie, Reben, macht Platz, dass ich durchgehen kann. Sogleich bogen sich die Zweige zur Seite und die Prinzessin konnte ungehindert durch den Weinberg gehen. Simon aber, der die Trauben nicht blau, sondern golden leuchten sah, pflückte sich eine und verbarg sie in seinem Kleide. Da begann der Weinberg zu sprechen. Prinzessin, bis jetzt hast du keine Rebe verletzt, heute Nacht aber. Was war das nur? Die Prinzessin blickte sich überall um, aber weil kein Mensch zu erblicken war, ging sie ruhig weiter. Da kam sie bald an ein Meer, in dem die Wellen recht hoch gingen. Die Prinzessin sagte, Meer, schaff Platz, damit ich hindurchgehen kann. Da wurden die Wellen sanft, neigten sich zur Seite, sodass die Prinzessin trockenen Fußes hindurchgehen konnte, wie über ein Feld. Simon aber hob eine siebenfarbene, schöne Muschel auf, sowie ein Korallenzweiglein, an dem ein niedliches Seepferdchen hing, das nicht größer war als ein kleiner Finger. Ferner fand er noch ein glitzernes Seesternlein, das aus klaren Perlen bestand. Dies alle steckte er sich in die Tasche. Aber das Meer begann sogleich zu sprechen. Prinzessin, bis jetzt bist du durch mich hindurchgegangen und ich habe nichts von meinen Schätzen verloren. Heute Nacht aber. Da wurde die Prinzessin sehr unruhig, sah über das weite Wellenmeer, doch war nirgends ein Schiff zu sehen. Und am Himmel standen schimmernd die Sterne in vollkommener Unschuld. Da dachte die Prinzessin, das Meer wird sich geirrt haben und ging ruhig weiter, Simon auf dem Teppich hinter ihr. Als sie am Ufer angelangt waren, lag ein wundersamer Garten da, in dem die herrlichsten Blumen blühten, Magnolien und Flieder, Lilien und Rosen und dazwischen die schönsten Obstbäume, die voller Früchte hingen, von denen Simon freilich nichts mehr anrührte. Er bewunderte nur die Pracht. Sie kam an einen alten Brunnen, der mit einer Steinplatte zugedeckt war. Hier klopfte die Prinzessin dreimal an. Die Platte öffnete sich und ein unterirdischer Gang, der von einem warmen, gelben Licht unsichtbar hält wurde, tat sich auf. Die Prinzessin schlüpfte hinein und die Platte schloss sich, während Simon draußen im Garten stehen blieb. Aber hier war ein guter Rat nicht teuer, denn Simon brauchte nur mit seinem Stock einen leichten Schlag auf die schwere Platte auszuführen und sie tat sich sofort auf, sodass Simon bequem denselben Weg wie die Prinzessin machen konnte. Ja, hier unten, ja da gab es noch was zu sehen. Hier reihte sich Saal an Saal und alles schimmerte von Gold und Edelgestein. Der strahlte wie tausend unter einer Sonne und tat doch den Augen nicht weh. Da hingen die wundersamsten Leuchter an goldenen Ketten von den Decken, einige in unsagbar sanften Farben, wie die Flüge der lichtzitternden Libelle. Andere wieder schimmerten wie viele Glühwürmchen aus weichem dunklem Grün, doch war dieses Grün kein Moos, sondern ein besonderer Stein von traumhaft weicher grünlicher Farbe, die sich an Leuchtkraft zu besitzen schien. Simon war von diesem Anblick so hingenommen, dass er die Prinzessin darüber vergaß. Der Palast war voll von Menschen, die in langen Seitengewändern auf- und abrauschten oder an gedeckten Tischen saßen und sich an auserlesenen Speisen und Weinen gütlich taten. Du lieber Gott, dachte Simon, hier sieht ja jeder Diener vornehmer aus wie ein Baron und wie gut ist es doch, dass ich hier unsichtbar bin. Ja, das war schon gut, denn er passte gar wenig in die Gesellschaft. Es waren nämlich alles Zauberer und Zauberinnen, die hier versammelt waren oder nur solche, die es werden wollten. Jedenfalls wurde nur von der Zauberei gesprochen und was mit dieser Kunst zusammenhängt. In jenem Saal, wo besonders köstliche Speisen aufgestellt waren, befand sich die Prinzessin nicht. Simon jedoch, der Hunger verspürte, konnte sich unbemerkt und unsichtbar leicht ein paar Leckerbissen ergattern. Er suchte sich Tische aus, an denen zufällig niemand saß, damit nicht etwa entdeckt wurde, wenn plötzlich einige Speisen fehlten. Es gab jedoch so reichlich von allem, dass Simon sich in angenehmer Verlegenheit befand und nicht wusste, wo er lieber von den herrlichen Früchten oder von den belegten Butterbroten nehmen sollte. Er gönnte sich von beidem und alle schien einzuladen, nimm und iss. Er kostete noch ein paar Lachsbrötchen und wäre auch ohne das Vorbild der Zauberer dahinter gekommen, dass man zu Fischen besser Weißenbein trinkt. Es gab er nicht nur an Speisen, sondern auch an Weinen eine höchst gefällige Auswahl. Simon nahm sich zum Andenken an diese gute Mahlzeit einen goldenen Becher mit. Es war ja für die Zauberer eine Kleinigkeit, sich einen neuen Goldbecher zu zaubern, falls unter den vielen der eine zierliche Becher ihnen fehlen sollte. Die Musik ließ alles vergessen. Ein himmlisches Geigenspiel in hellbraunen Drang an sein Ohr. Eine Sängerin begann ein Lied zu singen, das Lied des Versunkenen. Doch befand man sich dabei in reizender Verlegenheit, da man über die entzückende Musik die Worte und über die wundersamen Worte die Musik vergessen konnte. Es schien ein singender Hauch aus den Wänden zu dringen. Es war zum Armten die Klinge einander. Die Sängerin begann, einen hohen Ton leiser anzusetzen, und ließ ihn anschwellen, stärker werden. Und der Klang wurde zur Knospe, die sich zärtlich erschließt. Oh, eine Rose, eine erblühte Rose. Wie schön, wie zauberhaft war das. So stand Simon lauschend im Saal, als er plötzlich an der Tür einen bildschönen jungen Mann erblickte. Der war hoch und schlank gewachsen, hatte blau-schwarzes Haar und dunkle Augen, die wie eine unergründlich tiefe Nacht aussamt waren. Oh, lieber Himmel, die Augen von diesen Männer sind so schön, dass man einzig und allein von diesen Augen müsste leben können. So dachte sich Simon und verlor sich zage im Wunsche, ähnliche Augen zu besitzen. Es war der Sohn des Königs der Zauberer, der hier wartend an der Tür stand. Da kam die Prinzessin Nachtvogel aus einem anderen Saale durch die weit geöffneten Flügetüren herein, schwebend durch den Raum und sie diesem bildschönen jungen Manne hin, der ihr glücklich zulächelte, das luftblaue Mädchen an der Hand nahm und mit ihr zu tanzen begann. Der Saal verwandelte sich. Das Licht wurde weicher, gedämpfter, floss in breiten, doch immer langsam wechselnden Farbstrahlen von der Decke herab, die vielen tanzenden Paare beleuchtend. Simon, der die Prinzessin und ihren schönen Tänzer nicht aus den Augen lassen mochte, sah das luftblaue Kleid in die verschiedensten Farben getaucht. Es schimmerte feich in Farben. Dann wieder war es wie in einem Sonnenuntergang gehöht, rötlich erglühnt. Dann wieder spielte ein warmes Gelb darüber, ein kühles Blau, ein geheimnisvolles Grün. Die Musik schien aus den Wänden zu strömen und blickte man zu den Wänden aus mattem Elfenbein, spiegelte sich hier das Fest noch einmal, noch weicher, feierlicher in den sanftesten Farben. Der Reigen begann langsam und die Tanzenden bewegten sich wie in einer Harfendämmerung, schwebend leicht. So ging es stundenlang und Simon wurde nicht müde, sich dieses seltsame Schauspiel anzusehen. Als es gegen Morgen ging, wurden Tanz und Musik leidenschaftlicher und Simon sah, wie wild die Prinzessin sich drehte und wir die Kleider zerrissen, dass sich alle Tanzenden mit großer Heftigkeit bewegten, obwohl man keinen anderen laut als die Musik der Geigen und Flöten vernahm. Nach einem stundenlangen Rausch begann sich eine Auflösung bemerkbar zu machen, die ähnlich dem Anfang war. Doch die zögernden Bewegungen der Tanzenden waren nur die selige Erschöpfung. Noch klangen die Flöten zärtlich und eindringlicher. Dann aber machte plötzlich ein greller Hahnenschrei allem ein jähes Ende. Die Musik verstummte und die Festgesellschaft ging rasch auseinander und war jetzt nirgends mehr zu erblicken. Nur die Prinzessin und der Sohn des großen Zauberers blieben bis zum Schluss. Ach, ich glaube nur an Nächte, sagte sie zu ihm und sah ihn an. Da küsste er sie auf den Mund und ging dann mit ihr langsam dem Ausweg zu. Hier blieben sie noch eine Weile stehen und das war dann der Abschied bis zum nächsten Abend. Der Sohn des Zauberers blieb im Schloss zurück, aber die Prinzessin nahm ihren Weg durch den unterirdischen Gang und mit ihr Simon. Auf dem Rückwege jedoch sprach weder das Meer noch der Weinberg, weil Simon nicht mehr daran dachte, Seesterne aufzuheben noch Trauben abzupflücken. Noch die Wiese war zufrieden, weil sie ihre Blumen behalten durfte. Kein Wort sagte die Wiese zur Prinzessin, die zwar leicht dahin schwebte, aber doch todmüde war. Es war die höchste Zeit, dass man wieder daheim war, denn der Tag begann schon zu grauen und auch hier begann jetzt der Hahn zu krähen. Die Prinzessin verschwand in ihrem Zimmer, warf die zerrissenen Kleider und Schuhe von sich und begab sich eilend zu Bette, denn sie musste wohl ein wenig rascher schlafen als andere Leute, um am Tage wieder frisch zu sein. Simon dagegen war noch völlig benommen vom Erlebnis der Nacht. Rue war er glücklich, dass er jetzt über die Prinzessin Bescheid wusste, die ihm in ihrer herrlichen Schönheit so gut gefiel. Dann aber gedacht, er des jungen Mannes, mit dem sie getanzt hatte. Noch nie hatte er einen solch schönen Menschen gesehen wie den Sohn des Zauberers. Simon stellte sich vor den Spiegel, um einmal nachzusehen, wie er wohl selbst ungefähr aussah. Er sah in den Spiegel und sah überhaupt nichts. Nichts, gar nichts war von ihm zu sehen. Er bekam einen Schrecken. Dann aber fiel ihm ein, dass er immer noch die Mütze auf dem Kopf hatte, die ihn unsichtbar machte, auch für sich selbst. Rasch warf er die Mütze vom Kopf. Und er zerblickte im Spiegel, der die ganze Gestalt zeigte, einen ganz netten, jungen Bauernburschen mit einem recht anständigen, treuherzigen Gesicht. Nun ja, es konnte eben nicht jeder so übertrieben schön sein wie der Sohn des Zauberers. Und vielleicht wurde da es auch gar nicht verlangt. Simon überlegte hin und her, stand stramm vor dem Spiegel und sagte, »Ich bin, wie ich bin. Simon ist mein Name.« Dann legte Simon sich ein wenig aufs Bett, obwohl er gar nicht müde war. Endlich aber schlief er doch ein wenig ein. Und als er nach zwei Stunden frisch erwachte, war ihm, als habe ich ihm von Glück geträumt. Die Sonne schien freundlich durch die hohen, geöffneten Fenster und Simon konnte von seinem Bett aus auf einen wunderhübschen Blumengarten sehen, der ihm Augen und Herz entzückte. Rasch stand er auf, denn es mochte einer Zeit sein, sich zum Fürsten zu begeben, der sicherlich schon auf Nachricht von Simon wartete. In der Eile hätte er beinahe seine Mütze aufgesetzt und jetzt war er doch sicherlich nicht am Platze, sich unsichtbar zu machen. Simon steckte seine Wundermützchen sorglich in die Tasche und den unbezahlbaren Reiseteppich ebenfalls. Den Stock dagegen behielt er in der Hand. So ließ er sich durch einen Diener beim Fürsten melden, der ihn sogleich freundlich empfing. Dieser fragte ihn sogleich, ob er jetzt wisse, wo die Prinzessin gewesen sei. Da gab Simon ausführlichen Bericht über alles, was uns bekannt ist und erzählte von Anfang bis Ende über die Erlebnisse der Nacht. Der Fürst ersuchte Simon in ein Nebenzimmer zu treten, der zunächst allein mit der Prinzessin sprechen wolle. Er hatte schon vernommen, dass das luftblaue Samtkleid und die weißen Seitenschuhe sich in beklagenswerten Zustande befanden. Der Fürst ließ seine Tochter kommen, die in einem sonnengelben Morgengewand, das mit Sommervögeln bestickt war, vor ihrem Vater erschien. Er fragte sie, wo bist du gewesen? Nirgends, antwortete sie. Da rief der Fürst Simon herbei, er möge seiner Tochter die Wahrheit ins Gesicht sagen. Da erzählte Simon der Prinzessin aller Einzelheiten und nicht genug damit, holte er zum Beweise Trauben, Korallen, Zweige, Seepferdchen und Goldbecher aus seiner Tasche hervor. Da wurde die Prinzessin bleich und schämte sich sehr. Ach, deswegen waren das Meer, der Weinberg und die Wiese mit mir unzufrieden. Ja, deswegen, sprach der Vater streng, und auch ich werde unzufrieden mit dir sein, wenn du nicht diesen Burschen zum Manne nimmst, da ich es ihm versprochen habe. Die Prinzessin geriet in Verlegenheit und stammelte. Ach, ich hätte gern einen jungen Zauberer zum Manne genommen. Oh, wenn es weiter nichts ist, was ihr wünschet, ein wenig zaubern kann ich auch und wenn es euch Vergnügen macht, will ich es euch beweisen, sagte Simon. Das möchte ich schon sehen, entgegnete die Prinzessin, doch lächelte sie wenig spöttisch dabei. Das verdross Simon und er sagte nicht ohne Würde, ihr müsst nicht meinen, dass ich euch durch meine Zauberei gewinnen will, denn ich möchte kein Mädchen zur Frau, das mir nicht gern und freiwillig sein Jawort gibt. Und wenn ich euch mein Jawort nur meinem Vater zur Liebe geben würde, lediglich um ihm gehorsam zu sein, darauf verzichte ich, Prinzessin. Es scheint euch leicht zu fallen, dass ihr so rasch entschlossen seid. Simon blickte zu Boden wie in tiefes Nachdenken versunken. Dann aber hob er nach einer kleinen Weile seine klaren Augen zur Prinzessin empor und antwortete mit harter, ruhiger Stimme, ob mir das leicht oder schwer fallen wird, das wird meine und nicht eure Sache sein. Die Prinzessin errötete, senkte ihre Augen und blieb so verlegen stehen. Der Fürst aber sagte zu Simon, ich habe euch meine Tochter zur Frau versprochen und mein Wort wird gelten. Ich weiß, doch bin ich bereit, euch euer Wort zurückzugeben und ihr braucht euer Versprechen mir gegenüber wahrlich nicht einzulösen. Und warum nicht? So fragte der Fürst verblüfft. Ich könnte keine Frau gebrauchen, die mir nicht in herzlicher Neigung angehört, die ich erwidern könnte. Diese Worte gefielen der Prinzessin gut, obwohl sie sich recht beschämt fühlte durch die redliche Gesinnung Simons. Dazu kam noch, dass die Ermahnung ihres Vaters sich fortan nicht mehr in die Gesellschaft von Zauberern zu begeben und gleich anderen wohl erzogenen Töchtern daheim zu bleiben einen starken Eindruck auf sie gemacht hatte. Sie war jedenfalls wie umgewandelt, denn sie war ja im Grunde ihres Herzens ein gutes Kind, das sich nur vorübergehend durch falschen Glanz hatte verblenden lassen. Wenige Tage später nach der Aussprache mit ihrem Vater durfte sie mit Simon einen Ausflug machen. Was lag näher, als sich auf dem Wunderteppich zu setzen, der die Beine schwebend leicht in die schönsten Gegenden führte? So flogen sie dann miteinander über Felder und Wälder, über Dörfer und Städte. Sie bewunderten aus luftiger Höhe das Meer und die Schiffe, sahen auf die herrliche Gotteswelt hinab. Das gefiel der kleinen Prinzessin sehr und sie klatschte vor Freude wie ein Kind in die Hände. Aber das ist köstlich, welcher ein wundervoller Tag, ich glaube nur noch an Tage. Sie hatte recht, denn es kam eine lange Reihe von vielen schönen Tagen, die sie glücklich und zufrieden mit Simon, ihrem künftigen Gatten, verleben durfte. Untertitelung des ZDF,